Hallo Wolfgang! Hallo Stefan! Hast du mitgefiebert mit der Mannschaft? Nein, ich boykottiere Fußball seit meiner Geburt. What? Wie kommt's? Mich hat das nie interessiert. Mich hat die WM auch überhaupt nie interessiert. Ich nehme davon nichts wahr. Ich kenne einige Spieler dadurch, dass ich regelmäßig mir bei Bild Online irgendwelche Boulevardmeldungen durchlese, aber da geht es meistens um die Spielerfrauen oder die nicht mehr Spielerfrauen. Mich interessiert das Ganze nicht. Ich habe also immer schon boykottiert, würde aber auch sagen, dass ich es zum einen nachvollziehen kann. Das boykottiert wird. Zum anderen aber sprechen wir heute, wo wir gerade seit 24 Stunden einen neuen Gasdeal mit Katar haben. Oder wie man jetzt ja neuerdings sagt, Katar. Katar. Das hat sich gewandelt, weiß auch nicht, es ist so gekommen. Ich bleib mal beim alten Katar. Ich glaube, man will weiter weg von so Wort spielen, die Katastrophe oder sowas. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man versucht eher dem nahe zu kommen. Also man hat ja auch manche anderen Dinge weggelassen. Man sagt ja jetzt heute auch, es gab Aufstände in Iran und nicht mehr im Iran. Also man versucht sich wahrscheinlich dort anzunehmen, wie dem auch sei. Katar oder Katar bleibt ein Land, mit dem man besser nicht … Ist es überhaupt ein Land? Auch eine Frage. Ich finde, eine Mindestgröße müsste schon sein irgendwie. Ein bisschen größer als Hessen sollte man sein. Ein bisschen größer als Frankfurt wäre gut. Aber ich finde es dann ja wieder ein ganz typisches Zeichen für unsere Debatten. Wir diskutieren wochenlang über irgendwelche Fußballer, ob die den Mund zu halten, eine Armbinde tragen oder was auch immer. Und dann machen wir jetzt einen 15-jährigen Deal mit Katar, einen Gasdeal und haben im März groß erklärt, dass wir uns von Russland gelöst haben und nun eine wertegeleitete Außenpolitik einleiten und dass wir von nun an sehen werden, dass wir die Klimatransformation ganz schnell bewältigt bekommen und dass wir uns nicht mehr in die Abhängigkeit begeben. Wir diversifizieren die Abhängigkeit. Damit ist es dann nicht mehr so ein großes Risiko. Es gibt nicht mehr so ein Risikoklumpen, wenn man mit Katar und Aserbaidschan und dergleichen zusammenarbeitet. Aber bitte, bitte, ich möchte von dieser wertegeleiteten Außenpolitik nichts mehr hören. Aber fandst du nicht die Erklärung der Bundesregierung gut? Zum einen Habeck, der die Woche im Fernsehen gesagt hat, es ist ja nicht Putin. Also eine qualitative, bessere Abhängigkeit von Katar abhängig zu sein. Und Marco Buschmann hat ja bei Anne Will gesagt, wir sind ja in einer Ausnahmesituation, in der wir auch mal ein Auge zudrücken müssen. Ich glaube, so in etwa hat man ja auch das immer mit Putin gerechtfertigt, wenn ich das recht erinnere. Ja, es sind neue aufgetreten und es gibt dann andere Verbindungen oder ist es in gewisser Weise für die NATO weniger gefährlich, wenn wir mit Katar und Aserbaidschan zusammenarbeiten, als wenn wir jetzt sagen würden, wir machen mit Russland weiter. Und ich kann das ja nachvollziehen, dass man mit dem Blick eines Kaufmanns solche Entscheidungen treffen muss. Aber dann muss man das auch bitte so ehrlich sagen und vielleicht dann auch nochmal klarstellen. Das sollte man auch unterstreichen, dass die europäischen Interessen nicht identisch sind mit den amerikanischen Interessen. Das vermisse ich ein wenig zum Beispiel bei Annalena Baerbock. Natürlich gibt es da hohe Schnittmengen, aber die sind nicht identisch. Auch die deutschen Interessen sind nicht identisch mit den amerikanischen Interessen. Und Joe Biden macht jetzt eine America First Politik, einen ganz, ganz harten Protektionismus, der europäische, vor allem deutsche Unternehmen sehr ins Schleudern bringt. Und ich würde diese ganzen Narrative davon, wir Deutschen engagieren uns nicht genug oder Europa macht nicht genug im Hinblick auf die Ukraine. Das würde ich sehr in Frage stellen, wenn man sich einfach mal die Zahlen vergegenwärtigt. Ja, viele Milliarden werden von Seiten der Amerikaner für Waffen ausgegeben für die Ukraine, für die Ausbildung. Aber wenn wir sehen, den wirtschaftlichen Schaden, den wir auch durch die Sanktionen uns produziert haben, der ist doch erheblich größer als das, was Amerika sich da auflastet. Also es ist mindestens pari pari, wenn ich nicht sogar sagen würde, dass die Last, die die Europäer tragen, für diesen Krieg sehr viel größer ist. Und zwar ist es eine finanzielle Macht, Kraft, die da auf uns lastet. Und das wird ja kaum gesehen. Und ich meine, wir haben ja die Zahlen bekommen. Es gibt ein Land, das noch weniger wachsen wird als Deutschland. Das ist Russland. Aber wir können ganz klar sagen, das ist für die europäische Wirtschaft ein Desaster. Und wenn wir jetzt noch diesen amerikanischen Protektionismus erleben, sorgt das auch dafür, dass wir ärmer werden und diese große Transformation jetzt verschoben haben, weil gerade die Zeit drängt. Und wenn man ein 15-Jahres-Deal macht, dann hängt man jetzt auch 15 Jahre da drin. Das ist ja das große Problem. Das ist ja nicht zur Überbrückung von zwei Jahren. Da könnte man ja noch mit einem gewissen Pragmatismus sagen, so ist es halt. Aber das ist hier ja gar nicht auf kurze Sicht, sondern auf lange Sicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, die WM ist jetzt in Katar. Das ist wirklich das ungünstigste Land, um damit irgendeine Art von Werbeidee zu verknüpfen. Die Katari verbrauchen 44 Mal die Erde rechnerisch. Wir in Deutschland sind es irgendwie bei 1,7. Also bei uns ist ja dieser, die Welt ist aufgebraucht, Tag am 8. April. Global ist ja irgendwann im August. Und in Katar ist es irgendwann im Januar. Völlig Banane. Und diese ganze Diskussion, die wir jetzt erlebt haben, ist so dieses, ja, kann man es noch mal runterdampfen auf so ein Armband irgendwie, ne? Auf die Armbinde. Ja. Wo ich mich auch frage, sind wir hier alle der FIFA auf den Leim gegangen? Also wusste die FIFA, was ihr eigentlich droht? Und machen die gerade ein extra Sekt auf, weil sie es geschafft haben, das auf ein Armbändchen runterzudampfen? Ja. Und wir denken aber, wow, wir haben es denen ganz schön gegeben. Wir haben eine Woche lang über das Armbändchen diskutiert. Also es ist wirklich crazy, dass wir nicht mal aus so einer WM da irgendwie rauskommen. Ich hätte ja fast gedacht, die Spieler boykottieren irgendwie das Spiel selbst und sagen, ey, kommt gegen Spanien, wird uns keiner vorwerfen, wenn wir verlieren. Also machen wir das einfach mal und dann haben wir alle frühe Urlaub und sind aus der Nummer raus. Nochmal eine Pressekonferenz. Das ist bei den Spielern aber das finanzielle Interesse zu groß. Nicht, was man verbietet mit so einem Spiel, aber was die Sponsoren anbelangt. Wir haben internationale Sponsoren. Da wird sehr genau geguckt, wer ist da wie. Das ist ja auch ein Grund, warum die Spieler, die sich outen könnten, sich nicht outen. Es geht ja nicht so sehr darum, dass die in der Mannschaftskabine dann homophob beleidigt werden, sondern es geht vielmehr darum, dass die internationale Sponsoren haben, die dann abspringen, weil dann der Sponsor in Katar nicht mehr so angesehen wird zum Beispiel oder in anderen Ländern. Und da glaube ich entscheidet am Ende das Finanzkapital und das hat da ein Wort gesprochen, aber es ist ja vergleichsweise gering, was man da moralisch, naja, in gewisser Weise eingeht, wenn man betrachtet, was jetzt die Bundesregierung macht. Also es ist ja eine vollkommen verschobene Diskussion. Ich finde es auch interessant, dass Politiker aus der Regierung sich über die Nationalmannschaft aufregen, zugleich wissend, dass Habeck diesen Deal einfädelt mit Katar. Das kann doch nicht mehr zusammengehen. Also ich will mich ja fast schützen vor unsere Jungs, wie man so sagt, stellen. Ja, es passt alles nicht zusammen. Und um im Bild zu bleiben, die Karawane zieht ja auch grundsätzlich weiter. Also wir führen ja sehr eurozentrische Diskussionen. Die FIFA-WM hat ja nur einen Hauptsponsor aus Europa, das ist Adidas. Alle anderen sind schon weltweit verstreut. Großer Blick nach Asien natürlich. Hast du mitbekommen, dass es noch eine andere große Opening Ceremony gab? Nicht nur in Katar, sondern die League of Legends Weltmeisterschaft wurde auch ausgetragen. Tatsächlich. Und es ist wirklich interessant, wenn man sich das anschaut. In Katar, ich habe die Eröffnungsfeier nicht gesehen, nur Ausschnitte. Morgan Freeman kniete auf der Bühne rum und hat irgendwie mit irgendwem da gesprochen. So ein Gespräch über Menschenrechte oder so, keine Ahnung. Und dann ist Jung Cook oder wie auch immer er ausgesprochen wird von BTS aufgetreten, Solo. Und bei der League of Legends Eröffnung in San Francisco ist Lil Nas X aufgetreten. Ah ja. Und danach Jackson Wang. Und Jackson Wang ist, ich würde jetzt nicht sagen so eine Liga mit BTS, aber einzeln doch eine Nummer irgendwie. Und es hat insbesondere beides diesen krassen asiatischen Bezug. Also wir werden glaube ich jetzt, also Katar ist wahrscheinlich so dieser große Start auch dieses asiatischen Jahrhunderts, den sich die FIFA dann nochmal erträumt irgendwie mit dem, so wie wir ja auch, großen Absatzmarkt China und so weiter. Und dann, weil wir so viel Kritik bekommen haben, weil wir nicht über den Iran sprachen, wo ich immer dachte, diejenigen, die uns zuhören, hören ja nicht nur uns, sondern die sind ja grundsätzlich interessiert an der Welt und kriegen schon mit, dass im Iran gerade irgendwie große Demos auf der Straße sind, bei denen es immer so ein bisschen fragwürdig ist, was können wir von außen mehr als beobachten. Und ich würde sagen, nichts. Genauso wie in China jetzt auch, es ist sehr, sehr erstaunlich, was geschieht. Und natürlich verfolge ich das mit dem Iran auch jetzt seit zwei Monaten, aber ich kann nicht irgendetwas Zusätzliches dazu beitragen, außer das, was wir dort sehen. Ich kann vielleicht nur eine Linie ziehen zu einem Salon von ein paar Monaten. Da sprachen wir über einen Text von Francis Fukuyama, wo er sich fragte, habe ich mich geirrt, Ende der Geschichte, wie ist das? Und dann sagt er, kurzfristig gibt es immer Niederlagen, was Menschenrechte, Freiheit, all das anbelangt. Aber auf die lange Sicht strebt das menschliche Subjekt hin zur Freiheit. Das ist seine tiefste Überzeugung. Und wenn man das jetzt sich ansieht, was im Iran und was in China stattfindet, dann ist das genau dies, dass also eine repressive Ordnung immer nur eine auf Zeit ist, manchmal von sehr langer Zeit. Aber das Subjekt an sich, und da steckt ja auch der universalistische Kern drin, strebt nach Freiheit. Und das kann man sehen dann an den Frauen im Iran, die ihre Kopftücher ausziehen. Und das kann man sehen an den Arbeitern, die die Werke verlassen in China und diese No-Covid-Politik nicht mehr mitmachen wollen. Wenn gleich ich glaube, zumindest das, was ich jetzt so erfahren habe aus vielen Berichten, haben wir es mit zwei unterschiedlichen Qualitäten zu tun. Im Iran geht es um einen grundsätzlichen Wunsch nach Regime-Change, nach dem Ende dieses Regimes. Während es bei China doch noch sehr begrenzt ist auf die Zero-Covid-Politik. Und es ist jetzt da nicht ein revolutionärer Geist primär, der sich da freisetzt auf den Straßen, dass man ein ganz anderes Regierungssystem möchte. Also es werden natürlich übersetzt zumindest. Man weiß ja aber nicht genau, was wird da gerufen und so. Aber Xi soll weg. Aber mal sehen. Sehr vereinzelt. Es ist auch noch mal im Vergleich zum Riesenland 1,3 Milliarden Menschen sind da. Und viele bekommen es ja gar nicht mit. Also man kann davon ausgehen, dass 80, 90 Prozent wahrscheinlich gar nichts davon wissen. Es könnte übrigens sein, dass, so meinten einige Korrespondenten, die WM einen positiven Effekt insofern hat, als Menschen in China mitbekommen, wie die sind jetzt da und auf der ganzen Welt wird Fußball gefeiert. Millionen Menschen sind neieinander und wir haben immer noch Zero-Covid, dass also das auch einen vielleicht positiven Effekt gehabt haben könnte. Ja. China hat ja die Winter-Olympiade noch in diesem Winter, in diesem abgelegenen Ding irgendwo in den Bergen über Peking. Mal sehen, was wir da noch für eine Show und insbesondere Publikumsbeteiligung sehen. Ja. Oder ob das alles in dieser Art Bubble stattfindet, die auch Scholz und Anhang dadurch leiden mussten. Naja, Francis Fukuyama hat jedenfalls wahrscheinlich recht, hat aber auch viel damit zu tun, dass man dann doch irgendwie so ein gewisses Mindestmaß an Internet und Weltverknüpfung braucht, um sich da ein Bild zu machen, inwieweit das in China gegeben ist. Man muss es wahrscheinlich kompletieren mit der Argumentation, die man in der Soziologie häufiger findet, auch bei Luhmann und so. Wenn man es komplizierter macht als demokratisch und demokratisch ist einfach nur Mathematik. Man zählt einfach Stimmen aus und dann weiß man, jetzt ist vier Jahre, der Verlierer muss sich damit abfinden, wie die Wahl ausgegangen ist. Dann ist das sehr ressourcenzährend. Ja. Also Facebook braucht 30.000 Leute, die irgendwie rummoderieren. Und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, weiß man, wie viel die chinesische kommunistische Partei da rummoderieren muss, mit wie vielen Leuten. Und das ist ja erstmal ein System für sich, dass man auf Loyalität trimmen muss, damit da auch richtig sortiert wird und so. Und das kann relativ zügig an seine Grenzen kommen. Mal sehen, ob wir da irgendwie was sehen. Dass sie auf die Straße gehen mit dieser Corona-Politik, ja. Aber mal gucken, welche Ziegelsteinchen sie da aus der Mauer am Ende rausbrechen. Aber wie gesagt, das kann man erstmal nur von außen beobachten. Klar, es werden immer so Solidaritätsadressen gesucht. Vielleicht wollen wir es so halbquatschig machen und die Chinesen aber viel Glück wünschen oder sowas. Weil mehr ist nicht zu machen und mehr kann man auch nicht machen. Ja, man kann da wieder einmal die Ohnmacht feststellen. Und man kann natürlich jetzt sagen, wir wollen nicht mehr mit China handeln. Das war ja auch eine Debatte in diesem Monat. Warum fährt Scholz jetzt dahin und fädelt wieder irgendetwas ein? Man muss sich ansehen, wie sehr eine Exportnation wie Deutschland dann abhängig ist davon. Was würde das bedeuten, wenn wir uns davon lösen? Und wovon müssten wir uns noch lösen, wenn wir das alles nicht wollen? Ich kann diesen Idealismus in gewisser Weise nachvollziehen. Nur würde ich ganz klar sagen, solange wir so aufgebaut sind wirtschaftlich, wie wir aufgebaut sind, wäre das auch für uns selbst ein Fiasko, das zu tun. Und ich glaube auch nicht, dass das die Chinesen hart treffen würde, sondern man hat eher gerade das umgekehrte Gefühl, dass es uns härter treffen würde, wenn wir uns da rausbegeben. Und man kann sagen, ja, aber das sind ja nur die DAX-Konzerne und BASF und so weiter. Ja, aber die sind auch für die deutsche Volkswirtschaft relevant. Und das sind auch Arbeitsplätze. Und all das, wenn das wegfällt, macht das Land im Ganzen ärmer. Das heißt, das ist nicht nur, dass das einzelne Unternehmer und deren Gründer trifft, sondern das ist schon ein volkswirtschaftlicher Schaden. Und ich finde mich da mitunter ganz gut aufgehoben bei einigen Aussagen von Russwurm und Co. Ja, ich meine, das ist eh jetzt, wenn man sich so durchdenkt, die deutschen Unternehmen investieren gerade so viel in China wie nie zuvor. Also da keine falschen Vorstellungen irgendwie, dass man denkt, oh ja, es gibt ja gerade eine Debatte und so weiter. Und wenn man sich es genau anschaut, was da passiert, also BASF baut jetzt da irgendwie so eine Anlage, die ist so groß wie ihr, also das deutsche Gründungszentrum von denen, ihr Headquarter. Die brauchen in China, China als Werkbank, China als Absatzmarkt und China als Ideenquelle, weil dort die jungen Ingenieure und so weiter. Die Frage ist, warum sind wir überhaupt noch daran beteiligt, bei dem, was da in China passiert? Und das Einzige, was wir volkswirtschaftlich noch davon haben, ist, dass in irgendwelchen juristischen Büchern drinsteht, Eigentumstitel, irgendwer in Deutschland. Und diese Diskussion, die jetzt immer läuft, wir sollten den Chinesen mal nichts verkaufen, ist so irre, wenn man sich überlegt, wie ausgeliefert wir denen sind, dass sie einfach nur eine Gesetzesänderung hinsichtlich, nee, wir streichen mal diesen Eigentumstitel. Die Anlage ist ja da, schön und gut. Fährt die Bundeswehr dahin und verteidigt das dann irgendwie für BASF? Wahrscheinlich nicht. Ja, also in der Hinsicht sind wir so krass China ausgeliefert und können uns so wenig wehren dagegen. Das erlebt ja gerade auch Tim Cook. Apple hat ja da gesagt, wir haben, nee, China hat gesagt, wir haben da irgendwie Probleme mit Menschen, die demonstrieren. Streicht doch mal, wie heißt die Funktion? AirDrop aus euren iPhones. AirDrop ist eine super nützliche Funktion, weil man von einem iPhone zum nächsten eine Verbindung herstellen kann, um zum Beispiel ein riesiges Video, das man gerade aufgenommen hat, zu übertragen, weil das dann einfach im 5 Gigahertz WLAN direkt übertragen wird, innerhalb von ein paar Sekunden, statt erst auf irgendeinem Server und so weiter. Und diese Direktverbindung, die man eben auch nicht nachvollziehen kann, weil sie nicht Internet ist, nutzen sehr viele, um ihre Informationen, Flyer zu verteilen oder so, weil du bist dann, jeder, der sein iPhone gerade entsperrt hat, ist erreichbar für ein anderes iPhone. Du kannst einfach auswählen und teile bitte mit. Und das kriegt aber niemand mit im Internet. Also hat die kommunistische Partei gesagt, Apple unter, nimm das mal raus als Funktionalität. Und Apple hat sich dem gebeugt. Und es ist wirklich crazy, weil Google hat vor zehn Jahren oder so den chinesischen Markt verlassen. Twitter, Facebook, die sind da alle gar nicht präsent. Und Apple brauchte immer China, weil sie dort ihre Geräte herstellen lassen, ohne China, null Umsatz des größten Unternehmens der Welt. Und die warten jetzt so lange, bis Indien so weit aufgebaut ist, dass sie das nicht verbrauchen, klar. Ewig. Das dauert fünf, sechs, sieben Jahre, bis sie so weit von China abhängig sind. Das ist ja nicht irgendeine Näherei, die man mal schnell da aufbaut. Und da sieht man auch wieder, also das größte Unternehmen der Welt, das wirklich seine Art von Kapitalismus überall durchdrückt. Überall. Also diese 30 Prozent, das Elon Musk jetzt twitterte, habt ihr gewusst, es gibt da eine geheime Steuer und so? Ja, die gibt es seit 2008 und so. Apple will da immer seine 30 Prozent haben. Also mega großer Kampf und niemand kämpft die eigene kapitalistische Position so hart durch wie Apple. Aber in China knicken sie ein. Und da sieht man, die Abhängigkeiten sind gigantisch. Und wer jetzt irgendwelche moralischen Vorstellungen hat, wie sich China mal verhalten sollte oder so, nee, da ist dann eher kurzer Prozess angesagt. Und dann wird es brenzlig für alle, für uns Deutsche sowieso. Ich warne auch davor, dass man dieses Wandel durch Handelkonzept, das nicht funktioniert hat bei Russland und das auch nicht richtig funktioniert bei China, grundsätzlich aufgibt. Denn da steckt schon auch etwas drin. Denn wir haben mit dem liberal-demokratischen Kapitalismus, wie ihn Fukuyama nennen würde, auch gewisse Werte verknüpft. Und ich will das jetzt nicht zu hoch hängen. Also nicht im Sinne von, wer kauft, ist eigentlich schon ein guter Mensch, weil er ja als liberal-demokrat kapitalistisch kauft oder so etwas. Oder dass diese Werte dem Kapitalismus intrinsisch sind. Nein, wir erleben ja gerade, dass der Kapitalismus in verschiedenen Art und Weisen auftritt. Also wir haben es mit Kapitalismen zu tun. Aber dennoch kann dieser Austausch der Waren auch dazu führen, gerade auch der Kulturwaren kann dazu führen, dass diese große Linie, der große Bogen, den Fukuyama beschreibt, auch immer mal wieder sichtbar wird in jenen Ländern, wo er gerade unterdrückt wird, wo gerade das Subjekt sich nicht frei entfalten kann. Deswegen jetzt einfach so sich gegenseitig zu blockieren, sich ganz auf die eigene Nationalität zurückzuwerfen. Wie soll das gelingen? Also dann müsste man auch tatsächlich überlegen, wovon sprechen wir jetzt gerade da? Also sollen wir an alle Länder dieselben Maßstäbe anbringen? Das können wir machen. Dann geht das aber nur noch eigentlich im mitteleuropäischen Raum, dass wir miteinander zusammenarbeiten können. Und dann wird es schon schwierig, wenn wir nach Ungarn blicken. Das wird dann schon sehr, sehr heikel. Was machen wir, wenn mal eine Le Pen gewinnt in Frankreich? Also wenn wir das machen, dann sind wir sehr stark limitiert. Dann müsste man zumindest sagen, man versucht sich ganz autark zu machen als Europa und würde dann aber solche Ideen von Macron hundert Marschen hätte umgesetzt haben. Wir brauchen die europäische Armee. Wir müssen uns aus der NATO lösen. Die ist hirntot und dergleichen. Das hat man ja alles nicht gemacht. Das heißt, jetzt so zu tun, als könne man diese Werte alle durchsetzen. Aber im Verbund mit der NATO, wo die NATO mit der Türkei und was da jetzt gerade wieder geschieht, da könnten wir jetzt auch noch zwei Stunden drüber reden, dass man glaubt, dass Werte gestützt zu machen, das ist lachhaft. Und da würde ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es ja so ist, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung sich neutral im Ukraine-Krieg verhält. Also wenn man das mal so demografisch sich alles ansieht. Und da muss man auch sehen, wir sind die Regierungen, ja. Die Bevölkerung, ja. Genau, dass wir da eigentlich schon in einer marginalen Position sind. Ja. Das birgt einige Schwierigkeiten. Ja, wir sollten sowieso, also ohne jetzt so ein Hufeisen-Argument zu machen, aber man muss sehr aufpassen bei diesen vorgeblich rein ökonomisch-politischen Diskussionen, dass man nicht in so einen Ethnopluralismus verfällt. Ja. Das fällt mir da immer wieder auf. Dieser Separatismus scheint doch irgendwie so eine gewisse Attraktivität, aber nur so als intellektuelles Spielfeld zu haben. weil am Ende ist man doch ganz froh, wie Gerd Müller sagte, dass für uns 50 Sklaven arbeiten irgendwo auf der Welt. Also dass wir nicht unabhängig sind von irgendwelchen Ländern, sondern dass die uns komplett ausgeliefert waren, bisher zumindest. Und mal gucken, es ist ja nicht nur das asiatische Jahrhundert, kulturell und wo auch immer, sondern es ist vor allem das ökonomische Jahrhundert Afrikas, würde ich mal sagen, nach allem, was wir demografisch im letzten Jahrhundert erlebt haben. Gut, bevor wir zum Salon kommen, will ich nur kurz, du bist bestimmt meiner Meinung, wir müssen ganz kurz über Hans Magnus Enzensbergers Todesfall sprechen. Ja. Man darf in hohem Alter sterben. Ja. Und ja, es ist sehr schade, dass so ein 1000 Sasser wie er gestorben ist. Deswegen will ich mal nur darüber reden, wie sein Tod vermeldet wurde. Denn da ist es mir wieder aufgefallen, dass es in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, was mit den Leuten immer los ist. Also, als Surkamp-Autor hat Surkamp eine Meldung gemacht. Auf Twitter, Hans Magnus Enzensberger ist gestern im Alter von 93 Jahren in München verstorben. Ich finde, verstorben ist kein gutes Wort. Entweder er ist tot oder er ist gestorben. Aber verstorben klingt schon fast wie verändert. Und das ist man schon fast so, ja gut, war kein gutes Ende oder sowas. Oder es war ein Tier oder wie auch immer. Also ich finde, Findest du? Ja, verstorben ist ein ganz, also ich habe auch in der FAZ damals gelernt, das schreibt man nicht. Tiere verenden, Menschen sterben. Und wenn sie gestorben sind, weil es eine Vergangenheit ist, dann sind sie gestorben, aber nicht verstorben. Aber gut, das ist immerhin noch, man macht einfach einen Satz, Punkt. Wer sich dafür interessiert, weiß dann, es gibt ja das Internet, kann man nachgoogeln und so weiter. Was mich richtig nervt und diesmal auch wieder, ist dieses ewige, wie bei der FAZ und so, mehr dazu in Kürze. So, bei uns, ja. Mehr dazu beim Spiegel in Kürze und so. Was für ein Unsinn, also die Nachrufe sind ja geschrieben. Na, schön wäre es, wenn es Nachrufe gäbe. Das Problem ist ja, man klickt dann auf diese kleinen Dinger, die die FAZ da so innerhalb von fünf Minuten verlinkt und findet dann fünf Sätze vor. Ja, einfach am Online-Desk mal kurz noch. Nicht mal die Agentur hat was geschickt. Hat er nochmal geschrieben, ja, Gruppe 47, war der da drin? Ja, gut, können wir auch reinschreiben. Und jetzt will ich mal vorlesen, was der Spiegel in seinem Tweet, also natürlich so ein typischer Spiegel-Online-Tweet hier und dann mehr dazu gleich bei Spiegel-Online, aber Sie können jetzt schon mal klicken und so. Und dann in diesem Text, Enzensberger veröffentlichte über 100 Prosa-Werke, Essays, Dramen und Gedichtbände. Außerdem gab er die Buchreihe Die andere Bibliothek, das Kursbuch und das Kulturmagazin Transatlantik heraus. Für sein Schaffen wurde er vielfach ausgezeichnet. Erhielt er mit erst 33 Jahren den Georg-Büchner-Preis. Also einfach dahin gekloppte Texte, Sätze, die auch noch grammatikalisch, wo so ein Wort fehlt oder so. Und dann so ein Abschluss, in Kürze mehr auf spiegel.de. Ja. Wo ich mir denke, Leute, ihr seid nicht exklusiv. Es ist keine Welt, in der es nur den Spiegel gibt. Und man kann auch einfach was bei YouTube eingeben zu Enzensberger. Und man kann Texte finden, man kann sehr lange Artikel über ihn, von ihm, Interviews, all das kann man finden. Es gibt Radio-Features mit ihm. Alles voll. Alles da. Wir müssen nicht auf den Spiegel gehen. Und dann könnte man ja lieber mal auf die Kollegen verlinken, die was gemacht haben. Und das passiert ja nie. Also das ist ja so eine Unsitte, dass man auch immer nur sagt, hat in irgendeiner Rede, und dann muss ich die mir lange ergoogeln, in welcher Rede wer denn was gesagt hat, statt einfach mal einen Link zu setzen. Und hier könnte man ja auch bei jemandem wie Enzensberger, der im Radio vertreten war, wunderbar mal so ein Best-of zusammenstellen, noch so eine kleine Rubrik machen, welche Bücher sind zu empfehlen oder welche Gedichte. Es sind ja vor allem die Gedichte bei Enzensberger gewesen. Ich empfehle hier zum Beispiel den Band Zukunftsmusik und ich empfehle den Band über die Wolken, Gedichte über die Wolken, 99 Meditation. Das ist großartig, wenn man das liest. Dann gibt es wunderbare Essays, zum Beispiel zum Tourismus in der Kulturindustrie. Gibt es frei verfügbar, ist bei Merkur einsehbar, über 50 Jahre alt, trotzdem hochaktuell. All das kann man ja bringen und dann können Leute sich weiter informieren. Aber hier gibt es ja keine Information. Das ist ja nicht irgendeine Boulevardmeldung. Genau. Der Tod von Enzensberger ist die Meldung. Ja. Nicht das Leben davor, dass man dann den Tod zum Anlass nimmt, um daran zu gedenken, schön und gut. In der Hinsicht hat zum Beispiel der Deutschlandfunk einen perfekten Tweet gemacht. Der Schriftsteller, Hans-Marcus Enzensberger, ist tot. Punkt. Das heißt für mich, du hast gerade gesagt, man kann ja mal auf die anderen verweisen. Ich würde sagen, es gibt ja eine Quelle, die gar nicht unterscheidet, ob jemand noch tot ist, also schon tot ist oder noch lebt. Das ist die Wikipedia. Und bei solchen Namen wie Hans-Marcus Enzensberger kann man einfach den Wikipedia-Artikel durchlesen, weil man da einen inhaltlich alles bekommt, was der Spiegel hier kurz mit, ja, so 100 Brosa-Werke und Essays und so weiter, Dramen und Gedichtbände, wo man sich fragt, ja, vielleicht auch noch ein Drehbuch oder so. Ja. Haben Sie das vergessen in Ihrer Aufzählung? Ich wusste nicht zum Beispiel gar nicht, dass Enzensberger ein Drama geschrieben hat. Das ist auch nicht so relevant, würde ich jetzt mal von hier aus sagen. Das ist totaler Quatsch. Und wenn man sich nämlich dann dafür interessiert, liest man einfach den Wikipedia-Artikel und weiß dann da auch, der wurde jetzt über Jahre gepflegt. Da macht der Tod fast gar keinen Unterschied. Wie es ja auch ganz wichtig ist, finde ich, bei solchen Figuren wie Enzensberger gar nicht zu unterscheiden, ob er jetzt tot ist oder nicht. Weil das ist für uns, die ihn als Leser oder Zuschauer… Wir haben ihn ja noch vor einem Monat zitiert, als es um den Aktivismus ging, als Enzensberger sagte, und zwar in den 60er Jahren schon, dass sich überhaupt diese Überlegung verbietet, zu sagen, hat das Argument auch der Gegner gebracht, dann kann das kein richtiges Argument sein. Also wer so das auf die Identität zurückzieht und nicht das Argument an sich gelten lassen will, der hat ohnehin verloren. Genau. Und solche moralischen Unschärfen, die er da drin hatte, waren vor 50 Jahren richtig. Und die sind auch noch in 50 Jahren richtig. Und es ist uns völlig egal, wann er genau gestorben ist und was der Spiegel in dem Moment aufgeschrieben hat, weil gerade der und der Dienst hatte oder nicht. Also es ist alles totaler Quatsch. Liebe Journalisten, wenn jemand vom Range Enzensberger stirbt, und wir haben ja noch so ein paar Kaliber, die in Deutschland wirklich alt sind, einfach Wikipedia erst mal verlinken, um Klasse zu beweisen, sich Zeit nehmen und dann gerne an das Leben erinnern. Aber bitte so, dass es uns egal ist, ob er jetzt tot ist oder nicht, sondern weil da ein Werk vorliegt und so. Also in der Hinsicht, dieser Todesfall, Hans-Magnus Enzensberger hat mal wieder gezeigt, dass es in Deutschland irgendwie nicht so richtig funktioniert mit dieser ganzen Kultur. Es ist, alle schrammen so kompletto dran vorbei. Ja, dann kommen natürlich am nächsten Tag die Nachrufe, die dann oft vorproduziert sind oder manchmal bei den ganz Großen wird dann aktuell geschrieben. Das hat ja Reich Raditzki immer eingefordert. Schirmer hat das ja auch so gesehen dann, dass man dann aus dem Moment heraus, aus dem Moment der Betroffenheit heraus schreibt, das findet dann selbstverständlich auch statt. Also das ist dann nachzuvollziehen, aber das ist dieses Kurzatmige, was zu gar nichts führt, außer zu sehr viel Twitter-Müll. Und das wollen wir ja nicht. Wir sind nach wie vor bei Twitter. Man hat uns ein bisschen vorgeworfen, dass wir noch nicht über Mastodon gesprochen haben. Es gab ein paar Meldungen. Ich wünsche Mastodon alles Gute und das meine ich überhaupt nicht zynisch, sondern ich glaube nur noch nicht daran, dass wir das sehr schnell als Alternative erleben werden. Klar bin ich darüber nicht glücklich, was da jetzt bei Twitter passiert, obwohl, ich meine, Igor Levitt hat sich abgemeldet, das ist ja schon mal ein Teilerfolg, aber es ist ja doch so, dass es offenbar weitergeht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass sich bei meiner Follower-Anzahl viel verändert hat. Ich habe festgestellt, dass es ein paar weniger erst geworden sind und dann sind es wieder ein paar mehr geworden. Ich glaube, sonst gibt es schon mal in so einem Monat mehr Wachstum. Ich beobachte das aber auch nicht, aber ich habe über 50.000 Follower und da sind 300 oder 400 jetzt dazugekommen und 200 weggefallen. Man sieht, da hat sich nicht viel getan. Das heißt, manche haben sich abgemeldet, vielleicht wurden auch ein paar Bots ausrangiert, aber es gibt keine großen Veränderungen oder erlebst du die? Also ich frage mich dann auch immer, was wollen denn die Leute eigentlich? Facebook hat ja die letzten Jahre ein, also jetzt bis zu, nehmen wir mal diesen Corona-Peak noch mit, seitdem schwächeln sie ja sehr, aber Facebook hat ja wirklich ein tolles Jahrzehnt hingelegt. Dem Unternehmen ging es wahnsinnig gut. Heißt das uns Usern auch? Also vererbt sich dann irgendwie das und dem Unternehmen geht es aber gut, gut für mich oder so. Was will man denn von Twitter? Twitter funktioniert doch technisch und um das technisch am Laufen zu halten und das weiß Elon Musk, er ist ja nicht bescheuert. Er ist nur so ein bisschen überdreht und so ein Hans Dampf halt. Aber der ist ja nicht komplett bekloppt. Er hat halt einen riesigen Fehler gemacht, indem er sagte, ich kaufe euch jetzt mal und wollte dann wieder raus und kam dann nicht raus, weil er ja einfach juristisch so ein paar Fallsträger hatte, aber jetzt besitzt es halt. Er wird es ja nicht wirklich in den Boden rammen. Also Twitter wird es ja auch nächstes Jahr noch geben oder in zehn Jahren. Weil technisch braucht man für so eine Anlage 100 Leute, die das betreiben und dann läuft der Laden. Also da braucht man ja keine Sorgen haben. Und darüber hinaus, Twitter hatte nie einen Peak ökonomisch. Twitter ging es nie gut. Das haben immer alle nur gejammert. Die machen ja keine Werbeumsätze und nichts funktioniert. Und sie kriegen auch kein Direktbezahlmodell. Deswegen habe ich mich total daran gewöhnt, dass Twitter immer so an der Katastrophe vorbeischlittert die ganze Zeit. Und das macht es ja auch irgendwie aus, dass das auch so eine Nische ist, die in Deutschland, ich meine, die ARD-CDF-Online-Studie hat jetzt so eine Verdopplung der Nutzerschaft in Deutschland festgestellt. Ich weiß aber nicht mehr genau, von zwei auf vier oder von vier auf acht Prozent. Also so im marginalen, eigentlich nichts sagenden Bereich. Bei Twitter interessiert die Leute eh nur die ein, zwei, drei Tweets, die dann irgendwie in der Tagesschau mal kurz gesendet werden oder so. Also auf tagesschau.de oder mal in so einer Heute-Journal-Sendung. In der Hinsicht, es plätschert halt weiter wieder hin und macht so einen gewissen Spaß. Man hört ja immer so diese kleinen Lobeshymnen aus allen Richtungen von Leuten, also selbst Christian Sievers im Heute-Journal. Wenn Twitter kaputt ginge, wäre das für uns Journalisten wirklich traurig oder so, hat er gesagt. Also in der Hinsicht, ja, viele, das ist ja das Interessante, dass Twitter für wenige einen ganz hohen Wert hat und das Unternehmen selbst nicht weiß, wie man das monetarisiert. Und so geht es halt weiter. Egal, wem es gehört. Wir können natürlich nachher nochmal so einen Perksen-Clip hören, wenn wir Zeit haben, wo wir nochmal fragen, wem gehört Twitter eigentlich? Elon Musk hat es gekauft, aber gehört es ihm deswegen? Und das fand ich eine super relevante Fragestellung. Was ist, wenn die Leute wirklich keine Lust mehr auf Twitter haben oder so? Das ist ja das Entscheidende. Haben die Leute noch Lust auf Twitter? Und da würde ich auch sagen, also ich habe niemanden gesehen, der sich abgemeldet hat, bei dem es mehr von Bedeutung ist. Und in der Hinsicht geht Twitter weiter wie bisher. Es ist, ja. Sprechen wir kurz über den Salon. Ich glaube, es wurde noch nie ein Buch so häufig gewünscht, wie das von Ulrike Herrmann, das neue Buch Das Ende des Kapitalismus. Ulrike Herrmann entwirft da ein Zukunftsszenario, wie es werden könnte. Den Kapitalismus, den werden wir nicht mehr lange erleben. Er wird sich abschaffen. Wir werden ihn abschaffen. Wir werden all das diskutieren und es ist jedenfalls ein Buch, das viele umtreibt und da gab es über die letzten zwei, drei Monate sehr, sehr viele Nachrichten zu und uns interessiert es natürlich thematisch auch. Wir blicken mit verschiedenen Brillen darauf. Ich bin sehr gespannt. Du wirfst ja dem Kapitalismus oft vor, dass er nicht kapitalistisch genug ist. Ich werde natürlich auch schauen, inwieweit das marxistisch richtig argumentiert ist. Aber es geht natürlich nicht nur darum, dieses Werk abzuklopfen, ob unsere Theorien sich wiederfinden und richtig rezipiert wurden, sondern auch, ob das tatsächlich als ein Beitrag zu werten ist, der uns ein bisschen ausmalen kann, wie es aussehen könnte, wenn sich dieses System, in dem wir jetzt gerade leben, totgelaufen hat. Genau, könnte oder sollte. Wir wissen ja nicht genau, ich habe es ja noch nicht gelesen, wie die Anlage genau ist. Ja, schon eher sollte. Genau, dass wir relativ viele Nachfragen dazu haben. Wie sehen wir das denn? Ich kenne natürlich Ulrike Herrmann hauptsächlich aus ihren ganzen Talkshow-Auftritten, die sie überall hat. Wusste jetzt, aha, sie hat ja auch dieses Buch, keine Ahnung, ich habe nur nicht mal die Klappentexte bisher gelesen, sondern wirklich nur das Cover. Auf der anderen Seite habe ich sie natürlich jetzt bei Jung und Naiv gesehen, wo ich nicht genau wusste, ist das Ulrike Herrmann oder ist da jemand, der sich von seinem eigenen Text nochmal distanziert? Also wir werden auch überprüfen, wie weit sie selber gerade abgerückt ist. Nicht so sehr von ihrer inhaltlichen Argumentation, sondern von der normativen Kraft, die sie da immer noch mit reinbrachte, weil jetzt feiert sie ja plötzlich den Kapitalismus nochmal ab, als nicht nur die beste, sondern eigentlich auch einzig funktionierende Funktionsweise moderner Gesellschaften in ökonomischer Dimension. Aber das ist nicht ganz neu bei ihr, in ihren früheren Büchern hat sie das auch schon gemacht. Sie hat aber dann, naja, aber das kommt alles später. Ich bin gespannt, ob sie jetzt gerade im Fernsehen, wenn du sagst, das hat sie früher auch schon, ob sie da gerade so eine Umgebungsstraße nimmt oder ob das Buch selbst sie da mal falsch abgepuckt hat. Also je nachdem, wir werden das herausfinden, wie es wieder zusammenpasst. Es ist jedenfalls ein Debattenbuch und wir werden debattieren. Und zum Salon ist diesmal einiges zu sagen. Einmal, weil man den Salon jetzt verschenken kann. Das heißt, Steady hat es jetzt ermöglicht, dass man Menschen, die man mag oder die man aufklären will oder was auch immer, dass man diesen Menschen den Salon verschenken kann. Wenn man auf die neue 20er-Seite geht oder auf die Steady-Seite geht, wenn man auf die neue 20er-Seite geht, dann bekommt man mit einem Link zu Steady. Wenn man auf der Steady-Seite ist, wird dort angezeigt, dass man den Salon auch verschenken kann. Das ist also dann ein Paket, das man anklicken kann. Und dann kann man den Salon für ein Jahr verschenken. Das endet dann auch wieder. Also es läuft nicht einfach durch, sondern man bekommt dann irgendwann den Salon nicht mehr ausgespielt oder kann es verlängern. Ich habe mir das nicht ganz genau angesehen. Man verschenkt genau ein Jahr Salon. Das heißt, wer jetzt sich überlegt, Nikolaus, Weihnachten, Geburtstage, wem möchte man etwas Gutes tun, dann ist das jetzt möglich. Im Salon gibt es den Vorteil, dass man nicht nur unsere Debatte zum Ulrike-Hermann-Buch mitbekommt, sondern wir treten ja auf am 20. Dezember in Frankfurt. Und diesen Auftritt werden wir dann im Nachhinein auch im Salon ausspielen, weil ja viele Leute hinkommen wollten und es gab nicht genügend Karten. Und es wird so sein, dass wir im Salon auch bekannt geben, welche vier Termine wir im nächsten Jahr wahrnehmen, um live auf Publikum zu treffen. Und es ist jetzt so, im Prinzip werden wir ein Musical, wie ein guter Freund von mir sagte. Denn wir hatten ja überlegt, durch die Lande zu ziehen. Es gestaltet sich ziemlich schwierig, weil wir nicht in irgendeiner Agentur sind. Das heißt, wir müssten erst in irgendeine Kunstagentur vielleicht eintreten oder was weiß ich. Also wir hatten so, ich habe mich informiert, es gibt auch welche, die das bei uns organisieren würden. Wir kämen aber nicht drum herum, dann einfach zu diesen Orten hinzureisen. Naja, es ist noch die Schwierigkeit mit der Raumgröße. Wir müssen schauen, dass das technisch funktioniert. Das heißt, es ist sehr viel bürokratischer Aufwand, der von uns zu leisten ist, damit das realisiert werden kann. Und sobald man natürlich noch Agenturen und alles da einschaltet, wird es dann noch mal teurer. Die Saalmieten in manchen Städten sind horrend, in anderen wieder nicht. Es ist ganz schwierig. Und deswegen haben wir uns entschieden, und ich hoffe, das nehmen uns jetzt nicht viele Leute übel, den Salon, also diese Live-Geschichten, die wir viermal aufführen werden, einmal pro Quartal, dass wir die in Frankfurt veranstalten, weil Stefan den Veranstalter gut kennt, da reicht ein kurzes Telefonat und alles ist geritzt. Frankfurt hat den Vorteil, dass es gut erreichbar ist. Es liegt ziemlich in der Mitte von Deutschland. Und Frankfurt ist auch so eine interessante Stadt. Das heißt, wenn man von Ferne anreisen will, was ja jetzt auch für die Show am 20. schon einige tun, dann kann man in Frankfurt was erleben. Man kann ins Museum gehen, man kann in den Zoo oder was auch immer. Man kann also tatsächlich in Frankfurt verweilen und ist dann nicht nur für die drei Stunden neue Zwanziger angereist. Wir sind natürlich dennoch bereit, wenn jetzt irgendwelche tollen Einladungen kommen, dass wir mal irgendwo sonst noch durch die Lande ziehen und da mal zu Gast sind. Das ist aber dann nicht neue Zwanziger, sondern dann würden wir auch auf einem Podium auftreten oder was weiß ich. Also wir verlassen schon noch die Stadt, ich ja ein bisschen mehr als du. Aber jetzt haben wir erst mal gesagt, wir wollen es so planen, damit das mit dem ganzen Ticketing und so möglichst reibungslos funktioniert. Denn sonst ist das für uns, die wir nicht in einer Agentur sind oder durch ein Management vertreten werden, so aufwendig, dass man sich fragen muss, ob das noch angemessen ist. Aber auch hier ist zu sagen, alles, was live stattfindet, wird im Nachhinein auch im Salon ausgespielt. Das heißt, es findet hier nichts klandestin statt. Wer keine Karten bekommt, der kann trotzdem erleben, dann akustisch, was wir dort gesagt haben. So ist es. Wir werden nächste Woche im Salon, also wenn wir Ulrike Hammann besprechen, die vier Termine nennen und dann auch eine Spezial-E-Mail-Adresse erst mal nur für die Salonisten. Denn der 20. Dezember war jetzt innerhalb von einem halben Tag oder so ausverkauft. Und deswegen machen wir so einen kleinen Vorzugsding für die Salonisten. Im neuen Jahr gibt es aber alle Restkarten dann auch für alle. Es gibt dann eben immer zum Quartalsende, so in den letzten zwei Wochen wird das sein, wir sagen dann genau Termine an. Wir sagen alle vier Termine dann an. Da sucht sich bitte jeder, der Interesse hat, den einen Termin, der ihnen am besten passt, raus, bevor man da. Deswegen haben wir uns auch gesagt, wir machen alle vier auf einmal nicht, dass man dann plötzlich feststellt, ach so, hätte das noch mal früher gesagt, das hätte auch noch und so, dann passt mir das besser. So, dass man sich jeder, sie jeder da rein organisieren kann. Und ja genau, es ist Frankfurt. Also wer darüber hinaus hier touristische Empfehlungen braucht, kein Problem. Wir wissen auch, wo es die guten Cocktails gibt in Frankfurt. Und es soll ja sowieso angelegt sein darauf, dass wir auftreten, aber danach auch zusammen sind. Und das ist auch etwas, was dann bei vielen Veranstaltungsorten nicht möglich ist, dass man im Nachhinein noch dort verweilen kann, dass man dort was trinken kann. Es ist, so habe ich es jetzt mehrmals erlebt, bei manchen Veranstaltungsorten so, es gibt den Auftritt und während ich noch ein paar Bücher signiere, wird mir schon signalisiert, ja wir machen jetzt hier aber gleich zu. Das passiert uns hier nicht. Und das passiert hier nicht. Das heißt, man bleibt zusammen und es geht ja, glaube ich, vielen Leuten nicht nur darum, uns mal zu sehen, sondern auch die anderen, die den Podcast so anonym für sich hören, vielleicht zu treffen. Es ist ja doch ein Ort der Begegnung, um es fast pathetisch zu sagen. Richtig. Es gibt keine Kleiderordnung, aber wer ein Foto mit uns beiden haben will und wir beide im tollen Anzug, kann gerne auch seinen Anzug mitbringen oder sein Kostümchen und dann, zack, gibt es hier Fotos. Nein, aber es geht auch, also man kann auch ohne Anzug mit aufs Foto, aber man darf gespannt sein, ich weiß ja, was Stefan tragen wird, einen sehr, sehr guten Anzug. Und tolle Schuhe, du siehst sie hier schon stehen. Mensch. Sie sind schon angekommen. Wir machen ein Bild für diejenigen, die nicht da sein können, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, wir machen so ein Bild, wo man sich selber reinschneiden kann. Das zeigen wir dann auf unserer 29er Seite, damit die Menschen dich im Anzug sehen können. Richtig, richtig, richtig. So ist es. Gut, beginnen wir mal mit was ganz Traurigem, mit was ganz Traurigem. Es ist ein Clip aus dem Fernsehen, wir sehen ihn, die anderen hören ihn. Samira hatte mich auf diesen Clip hingewiesen und wir hören uns das einfach mal an. Amir Farsud has applied for medically assisted dying, known as MAID. He lives in constant agony due to a back injury, but has started the process for end of life because his rooming house is up for sale and he can't find anywhere else to live that he can afford. He barely survives on Ontario disability support payments, which are just over $1,200 a month. He doesn't want to die, but being homeless is not an option. I know in my present health condition I wouldn't survive it anyway. Farsud meets the criteria for MAID, physical suffering due to disability that cannot be relieved. His doctor, who knows Farsud's real reason for MAID is his fear of being homeless, signed off on the application in August. Farsud needs a second to do the same. There's a 90-day waiting period he believes he could potentially access MAID in about a month. I don't wish to be dead, even with the pain, even with the meds. I still want to be here. Uff! Ja, jemand, der lieber sterben möchte und das auch beantragt, bevor er obdachlos wird. So krass sind die Verhältnisse und das ist ein Bericht, der einen ins Mark trifft. Ich will das gar nicht groß weiter kommentieren. Also ich habe das auch so noch nicht gesehen. Ja, wir haben Westworld geguckt und besprochen und in Westworld erlangen oder wollen erlangen oder sollen erlangen, weil Menschen sich das wünschen, Roboter Bewusstsein. Ja. Und die fragen sich, was ist Leben eigentlich? Und Westworld kommt zu der gleichen Antwort wie Harari und sagt Leid. Leid unterscheidet das Leben von allen anderen Formen. Was aber bedeutet, anhand des Leides kann man sein Leben spüren und damit einen Unterschied zum Leid ausmachen, nämlich auch lustige Momente, in denen man dann auch am Leben ist. Bei ihm, wenn er sagt, das Ende meines Leidens fällt zusammen mit dem Ende meines Lebens, ist ja Leben nur noch Leid. Und da haben wir ja wirklich eine, das ist, es gibt diesen Running Gag auf Twitter, dieses Meme zum Thema End of, oder Late Stage Capitalism oder irgendwie so, das ist hier das ultimative Ende des Lebens. Wenn wirklich nur noch Lebensleid ist und man nur noch einen Ausweg ausweiten findet. Aus ökonomischen Gründen, also wir haben es natürlich mit jemand zu tun, der Probleme hat, aber der aus ökonomischen Gründen sagt, ich will lieber sterben, bevor ich obdachlos werde und die ökonomische Situation beziehungsweise die politische Verfasstheit sorgt dafür, dass er überhaupt auf diesen Gedanken kommt. Und das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, mit dem ich bewusst eingestiegen bin. Wir schauen uns jetzt Beispiele aus Deutschland an, nicht um jetzt was zu überbieten, unterbieten, sondern um zu zeigen, die Armut ist sehr groß und die Armut ist, wir haben jetzt wochenlang diese Bürgergelddebatte hinter uns, diese Armut ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt eine neue NDR-Doku, die heißt Mittelschicht in der Krise, vorgestellt wird uns Ilona. Ilona Dreves ist Briefträgerin in Bremen. Sie arbeitet für ein privates Postunternehmen. Ilona ist Briefträgerin in zweiter Generation. Von diesem Beruf kann man gut und sicher leben, dachte sie. Ein klassischer Mittelschichtsjob. Und wie ist das heute? Sie arbeitet 35 Stunden in der Woche. Vollzeit. Als wir sie im Sommer das erste Mal treffen, verdient sie pro Stunde 10,60 Euro brutto. Damals Mindestlohn. Das sind etwa 1200 Euro netto im Monat. Dazu kommt eine Witwenrente. Sie hat also 1700 Euro monatlich zur Verfügung. Damit gehört Ilona Dreves zur unteren Mittelschicht. Wie 30% aller Haushalte in Deutschland. Es sind die, von denen Politiker oft sagen, sie halten den Laden am Laufen. Ob das reichen wird? Bei Ilona Dreves ist jetzt schon alles knapp bemessen. Der Abschlag für Strom ist kürzlich erhöht worden. Der fürs Heizen auch. Weitere monatliche Posten sind Miete, Handy und Internet, ein Kredit aus alten Zeiten und Lebensmittel. 100 Euro plant sie für Drogerieartikel, Schuhe und Kleidung. 100 Euro für Drogerieartikel, Schuhe und Kleidung. Es ist sehr wenig Geld. 30 Prozent sind ähnlich arm oder ärmer und wir erfahren dann auch, vielleicht auch irgendwann mal wieder an der Nordsee in Urlaub zu machen eine Woche oder sowas zur Zeit nicht drin ist. Das wäre zum Beispiel auch mal so eine Sache, die wirklich schön wäre. Im Urlaub war Ilona Dreves schon seit zehn Jahren nicht mehr. Geflogen ist sie noch nie. Zur Arbeit fährt sie mit dem Bus. 100 Euro kostet die Monatskarte. Am Ende des Monats bleiben ihr 15 Euro. Manchmal kann sie ihren Enkelinnen davon etwas kaufen, häufig aber auch nicht. 15 Euro bleiben übrig. Sie arbeitet Vollzeit, arbeitet in einem wichtigen Sektor, stellt uns nämlich die wichtige Post zu und sie hat höchstens 15 Euro übrig und sie zahlt 100 Euro für Mobilität und diese Mobilitätskarte braucht sie ja vor allem um arbeiten zu können. Es ist so unglaublich und wenn ich jetzt daran denke, dass wir dieses 9 Euro Ticket, ich komme noch einmal darauf zurück, aber ich kann es nicht lassen, dass wir dieses 9 Euro Ticket hatten, man schaffte es dann ab, sagt ja, wir jetzt das 49 Euro Ticket, das ist fast genauso gut und man denkt, nee, das ist 40 Euro teurer und dann sagt man das 49 Euro Ticket, gut, schön, das soll dann 1. Januar kommen, dann hieß es, es kommt 1. April und jetzt las ich gestern, es kommt erst zum Mai. Wie sehr kann man versagen? Ich verstehe das auch nicht, das ist mir so schleierhaft. Es bringt ja nicht nur die Inflation runter, wenn sie nicht mehr 100 Euro bezahlt, sondern nur noch 10 und es verschafft vor allem Mobilität, das was ja wichtig ist. Es ist ein ganz großes Rätsel, warum wir das in Deutschland nicht gebacken bekommen. Es ist mir völlig keine Ahnung. Und Ricarda Lang steht putzmunter da und sagt, ja, das ist ein großer Schritt, wir sind vorangekommen und sonst was. Es ist ja auch interessant, wie schnell man sich bemäntelt, um es vorsichtig auszudrücken. Noch ein letzter Clip von Ilona. Ihr Mittagessen für die Arbeit bereitet sie jeden Morgen zu Hause zu. Schon jetzt spart Ilona Dreves, wo es geht. Ich achte auf Angebote, ich gucke was und mache einen Wochenplan, verzichte zum Beispiel auf Stückkiese. Früher habe ich gerne Stückkiese mal mit Weintraubel gegessen, das mache ich jetzt zum Beispiel am Abend dann eben nicht mehr. Haferflocken, sagt sie, quellen im Magen und halten lange vor. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo jemand, der Vollzeit arbeitet, Haferflocken isst, weil sie im Magen quellen, weil man dann ein Sättigungsgefühl erreicht hat. An diesem Punkt sind wir und wir haben zugleich eine Debatte darüber, dass das Bürgergeld ja nicht zu hoch ausfallen soll, damit die Leute wie Ilona noch arbeiten gehen. Und die Debatte müsste natürlich sein, die Löhne müssen rauf und diese 12-Euro-Mindestlohn, die es jetzt gibt, die sind ja längst aufgefressen von der Inflation. Also Ilona wird es jetzt mit den 12-Euro nicht besser gehen als vor drei Jahren mit dem alten Mindestlohn, da das alles sehr viel teurer geworden ist. Wahrscheinlich geht es ihr jetzt sogar noch schlechter durch die Energiepreise und es ist solch ein Skandal und ich will es aber auch jetzt hier einmal sagen, dass wir, ich hatte es letztes Mal schon angekündigt, die Grünen mit in die Schussbahn nehmen müssen, denn wir haben diese Debatte jetzt, ja, die CDU wollte das Bürgergeld nicht so, wie wir das wollten. Klar, wenn man sich neben die Wildecker Herzbuben stellt, dann wird man immer schlank, das ist so, aber wenn wir jetzt uns ansehen, was haben denn die Grünen gemacht? Die Grünen haben doch gar nicht das tolle Bürgergeld, das Hartz IV wirklich abschafft, initiiert, mit der SPD zusammen, es wäre eine kleine Verbesserung gewesen, die jetzt noch ein bisschen kleiner ausfällt, beziehungsweise jetzt in der Tat nur noch eine Umetikettierung ist. Die Grünen sitzen im Landtag mit der CDU zusammen. Haben wir da große Rebellionen gehört? Haben wir da erfahren, dass die Grünen mit einem Koalitionsbruch drohen, wenn die Union sich quer stellt? Diese ganzen Maßnahmen wurden doch gar nicht getroffen. Ich gehe so weit zu sagen, dass man eigentlich ganz froh war, dass es die CDU gibt. Man konnte den Buhmann den anderen zuschieben. Die CDU triumphiert und sagt, so haben wir uns das vorgestellt, das ist unser Bürgergeld. Es ist doch eine wunderbare Rollenverteilung eigentlich. Und man kann sehen, wie schwierig das bei den Grünen ist mit der Wahrheit an einem Threat von Andreas Outridge. Das ist bei den Grünen stellvertretender Fraktionsvorsitzender Generalsekretär. Jeder bekommt einen Gnadenposten, wie wir wissen. Er folgt mir jedenfalls bei Twitter, habe ich gesehen, hat aber, wie wir jetzt gleich merken, nicht geholfen. Er schreibt dann einen langen Threat, als es dann mit dem Bürgergeld soweit ist. Es liegt ein Vorschlag für den Vermittlungsausschuss vor, das Bürgerwelt kann kommen und Hartz IV beenden. Die größte Sozialreform seit 20 Jahren, Weiterbildungsoffensive, Perspektivwechsel in den Jobcentern, Sanktionen nur in maßvollen Stufen, also man warnt sich ja darüber eigentlich keine Sanktionen, jetzt sagt man in maßvollen Stufen. Dann sagt man hier tatsächlich, also es war ja auch Konsens, eigentlich fast bis in die FDP-Kreise hinein, dass man nicht die Kinder noch schröpft von Hartz-IV-Eltern. Das ist auch schon wieder ausgeflogen. Wenn Eltern Hartz-IV beziehen und man eine Ausbildung macht, bleiben von 800 Euro Ausbildungsvergütung nur 240 Euro. Der Rest wird derzeit der Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Im Bürgergeld bleiben künftig 604 Euro. Das heißt also nochmal 200 Euro gehen weg und dann schreibt er wirklich noch dahinter Motivation und Fairness. Und das ist ein Punkt, wo ich es nicht mehr aushalte. Dann muss man, wenn man ein ehrlicher Politiker sein will, sagen, Verzeihung, wir haben versagt oder er müsste einfach twittern, ich habe versagt. Und diesen Threat habe ich nur gefunden, weil Ricarda Lang ihn auch noch zustimmend geteilt hat. Und das ist sagenhaft, was da passiert. Das ist alles am Ende, ich verstehe das auch nicht. Und ich will es nur an einer kleinen Anekdote, weil es mir auch erst im Nachhinein auffiel. Ich habe im Fernsehpodcast so als Fernsehmomente die Anne-Will-Sendung besprochen und habe 24 Clips daraus gezogen. Ich empfehle das sehr, nochmal nachzuschauen. Und am Ende schrieb der eine in dem YouTube-Kommentar, hat Katrin Göring-Eckardt denn gar nichts gesagt? Und dann fiel mir auf, stimmt, sie saß ja auch in der Sendung und ich habe nicht eine Wortmeldung von ihr in 24 Clips aus einer Stunde Anne-Will rausgezogen, sie war aber nur so als Schnittbild zu sehen. Aber sie sagt, ihre Partei und ihre Partei, also sie wird mit ins Brot genommen. das ist ein großes Drama, ich verstehe das auch nicht, warum das so rückgratlos und überhaupt und ich hätte zumindest erwartet oder sogar verlangt, dass sie sagen, dann nennen wir es nicht Bürgergeld. Also dann machen wir das jetzt, was irgendwie als Kompromiss da durchgeht, keine Ahnung, immerhin haben wir ja Föderalismus und die Bundesländer dürfen damit bestimmen, aber dann können wir es halt nicht Bürgergeld nennen. Also dann nehmen wir wenigstens noch den Federstreich und streichen den Titel des Gesetzes, nennen es dann Hartz V oder so. Aber das ist, ich habe es nicht verstanden, das ist wirklich, insbesondere weil wir ja auf so viele grüne Sachen jetzt irgendwie warten, wir haben noch kein neues Familienrecht, das Einbürgerungsrecht wird gerade von der FDP wieder zermalmt, also sie knicken jetzt schon ein, bevor das überhaupt, und es sind nicht mal zentral grüne Argumente, sondern hier kann man jetzt wirklich mit Vernunft argumentieren und sagen, nee, Deutschland braucht Zuwanderung. Und auch mit Blick auf die Zahlen, auf alles, man kann wirklich nur ökonomisch argumentieren, wir haben diese immense Inflation, diese Energiekosten und da ist doch logisch, wenn man einen Mindestlohn beschließt, zu einem Zeitpunkt, als es noch so gut wie keine Inflation gab, wenn es dann eine Inflation gibt, dass sich dann das Ganze geändert hat. Genauso ist es ja auch mit diesen 50 Euro, die es mehr gibt. Das ist ja längst aufgefressen. Das ist ja eine logische Anpassung. Also hätte man, wie man Indexmieten hat, auch Indexbürgergeld, dann wäre das sowieso gekommen und zwar mehr. Inflationsausgleich gibt es doch überall, warum da nicht? Was ich vor allem, deswegen dieser eine Punkt, Bedarfsgemeinschaft, insbesondere Kinder in Bedarfsgemeinschaften. Früher gingen 80 Prozent weg von dem Geld. Ich habe das nie verstanden. In Deutschland wurde wie überall neoliberal alles kurz und klein geschlagen. Ihr organisiert euch, ihr dürft euch nicht organisieren. Es gibt keine Tarifverträge mehr oder nur noch wenig. Es geht nur noch für die Hälfte der Belegschaft und so weiter und so fort. Alles, was wir kennen, alles nur noch Befristung, Werkverträge und so weiter. Überall wurden alle rausgezogen und individualisiert. Wir kennen den Höhepunkt, die ich AG, die damals ausgerufen wurde. Außer bei der Armut. Du wohnst mit irgendwem zusammen und ihr wollt Synergieeffekte nutzen, das gleiche Backpapier, um nicht noch zwei Backpapiere zu kaufen. Bedarfsgemeinschaft. Ausrufezeichen. Pflicht. Derjenige steht jetzt für dich ein. Ach, ihr seid gar nicht verheiratet oder kennt euch nicht mal. Egal. Zweck-WG? Egal. Ihr seid Bedarfsgemeinschaft. Und dass man da so reingezwungen wird. Und ich seit ewig eigentlich darauf warte, dass jetzt mal die Regierung kommt und sagt, wir haben die CDU hinter uns gelassen, wir die FDP, wir die Grünen, wir sind irgendwie fortschrittlich, progressiv und so weiter. Wir ermöglichen euch jetzt mal Verantwortungsgemeinschaften und so weiter. Wir geben euch Rechte und nicht nur Pflichten. Wir sehen nichts davon. Und diese Bedarfsgemeinschaft wird hier weiter durchgeprügelt ohne Ende. Und es ist besonders dramatisch, wenn es um die Kinder geht. diskutieren davon. Da würde niemand sagen, ach so, du bekommst von deinen Eltern 500 Euro im Monat fürs Studium, da muss aber auch mal 100 Euro abgezogen werden, das versteuern wir noch mal extra oder sowas. Das würde ja nie einer machen. Und hier sollen Leute, die 800 Euro Ausbildungsvergütung bekommen. Das heißt, damit kann man in Frankfurt nicht wohnen. Nein. Das ist nicht möglich. Das ist fast nirgendwo möglich. Die müssen noch 200 Euro abdrücken. An die Eltern. Also nicht an die Eltern, sondern müssen 200 Euro abdrücken dafür, dass sie an dieser Bedarfsgemeinschaft sind. Also wer beim ersten Gehalt, das nun traditionell klein ausfällt, im dreistelligen Bereich ist, ein Viertel abgeben muss, überhaupt Geld abzieht. Ja. Ich würde sogar sagen, eine Lohnsteuer wäre da schon zu viel. Eigentlich schon. Er zieht Sklaven. Also es ist nicht anders. Dieses Bedingungsverhältnis, dieses soziale Gefüge, was man da schafft, ist Sklaverei. Ist jetzt immer sehr in Konjunktur und so dieser Begriff wegen diesem Stadionbau, in Katar und so weiter, aber der gilt auch hier. Das ist keine unabhängige Lebensführung, die man da angelernt bekommt, sondern der Berufseinstieg ist ein Ausgeliefertsein. Und das schleppt man, das zeigen die Studien, ich habe es auch in der Altenrepublik wiederholt gezeigt, das schleppt man durch sein ganzes Berufsleben, 45, 60 Jahre lang, je nachdem, wie lange man dann arbeiten muss, um überhaupt noch, nicht wie er hier in dem Filmchen am Ende des Lebens zu sagen, mein Leben ist nur noch leid, ich will es beenden, also beende ich mein Leben. Das ist ganz dramatisch in Deutschland, insbesondere, weil das einfach dieser bewusst, politisch bewusst geschaffene Dietrich-Lohn-Sektor ist, den man da sowieso nur ausgeliefert ist. Also selbst ohne eine Bedarfsgemeinschaft verdient man zu wenig als junger Mensch in Deutschland und dann wird einem noch was abgezogen. Es ist Hanebüchen, unglaublich. Wie fassen wir also das Bürgergeld zusammen? Ich denke, mit dem alten Witz von Radio Jerewan. Du kennst den Witz vielleicht, Radio Jerewan, da gibt es eine Anfrage. Stimmt es, dass Ivan Ivanovic in der Lotterie ein rotes Auto gewonnen hat? Und die Antwort lautet, im Prinzip ja. Und jetzt wäre unsere Frage, ist Hartz IV wirklich abgeschafft worden? Im Prinzip ja. So, dann geht es aber weiter. Aber es war nicht Ivan Ivanovic, sondern Piotr Petrovic. Und es war kein rotes Auto, sondern ein blaues Fahrrad. Und er hat es auch nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Ja, genau so. Wir machen weiter mit Claudia, denn wir sprechen ja gerade über Staatsbürgerschaft und was ist da ganz wichtig für die neuen Staatsbürger, dass sie zum Beispiel auch Deutsch sprechen lernen, dass sie an entsprechenden Schulen sind und dafür braucht man gutes Personal, so eine zum Beispiel wie Claudia. Claudia Gräsner arbeitet als Lehrerin an einer Schule für Erwachsenenbildung in Hamburg-Haburg. Sie ist studierte Germanistin und unterrichtet Deutsch als Fremdsprache. Claudia Gräsner arbeitet in Vollzeit. Sie gibt so viele Stunden wie Lehrer an allgemeinbildenden Schulen. Lehrer der Erwachsenenbildung sind Fachkräfte, die gerade händeringend gesucht werden. Dieser Beruf bedeutet, dass man nicht nur die deutsche Sprache vermittelt, Menschen, die in unser Land kommen und dann hier leben wollen und arbeiten wollen, sondern dass man auch alles andere, was unser Land, unsere Gesellschaft, unser System ausmacht, mitvermittelt und sie vor allen Dingen auch willkommen heißt. Also das ist für mich immer auch so eine Herzenssache. Hä? Ich habe doch heute Morgen einen Tweet gelesen von einem Wolfram, der meinte, die Ausländer sollen sich auch integrieren und auch Ja sagen zu unserem Lebensstil. nur wenn sie das machen und gleichzeitig fährt man hier rum und sagt, du sagst wie man hier so lebt und so, nee, mach mal bitte nur den Deutschunterricht und so. Können wir das mal zurecht stutzen? Wir schauen uns mal an, zu welchem Lebensstil sollen die denn eigentlich dann da Ja sagen? Bezahlt wird Claudia Gräsner vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF. Früher waren Lehrerinnen in der Erwachsenenbildung meist festangestellt und wurden nach Tarif bezahlt. Heute arbeiten viele als sogenannte Honorarkräfte. Sie weiß nie genau, wie viel sie verdient. Im letzten Jahr kam sie nach Abzug der Steuern auf etwa 2300 Euro monatlich. 2300 Euro, aber sie muss sich selbst versichern. Sie muss vor allem damit überbrücken die Phasen, wenn sie gerade keinen Job hat oder nicht genügend Stunden bekommt. Das ist immer die Frage, wie viele Stunden können tatsächlich stattfinden. Während der Ferien werden die nicht bezahlt und dann sieht das doch sehr, sehr klecklich aus. Sie hat keine Absicherung bei Krankheit, keinen bezahlten Urlaub, keine Sicherheit. Und sie muss sich komplett selbst versichern. Von ihrem Einkommen bleibt kaum etwas übrig. Sie zahlt Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. Dazu kommen Warmmiete, Rundfunkbeitrag, Internet, Handy, Monatsticket für den Nahverkehr. Am Ende bleiben ihr etwa 200 Euro für Lebensmittel, Drogerieprodukte und Kleidung. So wie ihr geht es vielen aus der unteren Mittelschicht. Dazu zählen Haushalte, die zwischen 1300 und 2600 Euro zum Leben haben. 200 Euro bleiben dann für Lebensmittel und Kleidung und sie soll aber zugleich noch dort eine Willkommensstimmung verbreiten neben dem Spracherwerb, den sie vermitteln soll. Warum ist das so? Haben wir zu wenig Geld in Deutschland? Nein. Und das ist jetzt angestellt vom BAMF. Also das BAMF sorgt dafür, dass die Leute, die ganz entscheidend dazu beitragen, dass Menschen integriert werden, so prekär leben, dass sie nur 200 Euro noch übrig haben und müssen schauen, dass sie ja wieder die Kurse voll bekommen im nächsten Jahr, denn sonst haben sie gar nichts. Also die eine zuständige Ministerin in Sachsen hat ja damals ein Buch geschrieben, integriert doch erstmal uns. Und ich finde, das ist ein guter politischer Imperativ für alle fast, für das halbe Land. Integriert doch erstmal mich. Integriert doch mal mich, weil das ist, also mit 200 Euro im Monat und da sind noch keine Lebensmittel, kann man sich nicht integrieren. 200 Euro, das sind nicht mal zwei Opernbesuche. Da ist man sozusagen außen vor. Gut, jetzt gehen nicht alle Menschen in die Oper. Ja, aber es werden halt. Im studentischen Leben kennt man das, aber es ist, wir haben es ja hier mit einer erwachsenen Frau zu tun, die sagt, es ist nichts möglich für sie. Sie kann nicht mal sich einen gebrauchten Kleinwagen oder sowas leisten. Es ist viel, viel zu wenig. Und also als, weil du sagst, die Studenten im Studentenalter kennt man das, stimmt, weshalb eigentlich jedes vernünftige Land in Europa mittlerweile 400, 500 Euro für Studenten Kulturgeld gibt, damit die einfach dann trotzdem das machen. Obwohl sie nicht genug Geld haben. Die sagen dann einfach, es soll ja jetzt auch hier kommen. Es wird dann wahrscheinlich auch so kleingerechnet, bis am Ende nichts mehr da ist. Also Spanien und Frankreich lagen da nieder. Ja. Und die haben es einfach gemacht, die haben es einfach eingeführt und da gab es das einfach. Und ich kann das sagen, ich war ja jetzt sehr viel unterwegs und war da sehr viel in studentischen Kreisen. Die finanzielle Situation war, ohne dass ich danach gefragt habe oder irgendwas dahin geschoben habe, immer Thema. Es geht fast allen, die studieren, schlecht. Das finde ich auch sehr gut. Offen darüber reden, die Schicksalsgemeinschaft bilden, statt sich selber wieder durchzumogeln. Nein, nein, mir geht es ganz gut und so. Sondern das gleich zum Thema machen. Was ich mich hier wieder frage, dieser Film im NDR, eine Doku Mittelschicht in der Krise, besteht daraus, dass Journalistinnen mit einer Kamera zu Menschen gehen und sie einfach nur fragen. Das ist nicht besonders investigativ oder so. Es geht auch darum, zu zeigen, wie generell sich die Vermögensverteilung in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Das heißt, das habe ich jetzt weggelassen, weil wir das schon wissen. Zum Beispiel wird da sehr deutlich gemacht, dass das Geld zu den Vermietern transferiert wird und dergleichen. Sehr gut. Also das ist schon gut aufgearbeitet, nur wird es dann an den Fällen konkret gemacht. Genau. Und was ich mich frage, warum ist es wieder Julia Friedrichs, die für so einen Film verantwortlich ist? Ist sie das? Ja. Ich habe extra nochmal nachgegoogelt gerade. Das verstehe ich nicht in Deutschland. Haben wir nicht neun Milliarden Betrieb, bei dem man denkt, so mindestens zwei Journalisten könnten das mal machen oder so gestandene Redaktionen, wo man nicht... Ich weiß es nicht, aber ich würde mal tippen, dass Julia Friedrichs einen großen Namen hat und sie es überhaupt schafft, mal einen solchen Film durchzubekommen. Ich sehe nämlich solche Filme nicht allzu häufig. Deswegen bin ich jetzt drauf gestoßen und auch hängen geblieben. Es ist ein Film, der auch sehr zornig macht und da kann man froh sein, dass Julia Friedrichs da offenbar auch einen sehr langen Atem hat und immer wieder kämpft, dass solche Themen da stattfinden. Und ja, es gäbe sicherlich journalistische Kapazität dafür, aber offenbar ist der Wille, nicht so groß, solche Dokumentationen zu machen. Und warum das vielleicht so ist, das können wir jetzt sofort, du hast die Überleitung jetzt gebastelt, sehen, wenn wir uns das große Interview mit Frank-Walter Steinmeier ansehen, das Tina Hassel geführt hat. Hast du es dir angesehen? Nein. Glückwunsch, aber wir werden das jetzt machen, aber ich verspreche, wir hören ganz wenig Steinmeier, aber ganz viel Tina Hassel. Erstmal Begrüßung. Herzlich willkommen zu einem besonderen Bericht aus Berlin, hier aus dem Schloss Bellevue mit einem ganz besonderen Gast, dem Bundespräsidenten. Wir freuen uns, dass wir zum Auftakt der ARD-Themenwoche Wir gesucht, was hält uns zusammen, mit dem Mann sprechen können, dessen Aufgabe, aber auch dessen persönliches Herzensanliegen es ist, Brücken zu schlagen über gesellschaftliche Gräben. Dabei wollen wir keine Sonntagsreden, sondern möglichst konkrete Ideen, wie der erste Mann im Staat der Spaltung entgegenwirken will zwischen Stadt und Land, Jung und Alt oder Ost und West. Herzlich willkommen, Herr Bundespräsident. Guten Abend, Praße. Na, da fehlt doch schon was. Alt und Jung, Ost und West, Jung und Arm und Reich vielleicht. Arm und Reich ist nicht aufgekommen, das wollten wir nicht noch nennen. Wieso verstehen die nicht selber, dass man das nur satirisch, wir haben ja eh, schwierig, man kann ja kaum noch etwas nicht ironisch machen. Man geht zu Backstreet Boys, Tokio Hotel und so weiter, alle Touren, man geht so hin. Ich hörte da so einiges. Genau, man macht es ja ironisch, aber am Ende findet man es trotzdem. Du gehst zu Tokio Hotel, ne? Ja, ich will ja einmal Monsun auch in echt hören. Okay. Und hier, das verstehe ich nicht, wieso die ARD es nicht merkt, aus der, also die gehen in eine Konferenz rein, zum Thema, okay, wir haben ja Themenwoche schon festgelegt, letztes Jahr und so weiter, das sind ja alles lange Vorläufe, das wir irgendwie. Dann debattieren sie eine Stunde, was sie machen und kommen raus mit dem Entschluss, okay, als allererstes ein Interview mit dem Bundespräsidenten. Warum verstehen die nicht, dass das albern ist? Oder sogar kontraproduktiv. Also ich müsste den ganzen Tag lachen, wenn ich abends noch den Bundespräsidenten interviewen müsste. Also es gibt gerade in Deutschland eine Debatte zum Thema, wie macht man den Kampf gegen Antisemitismus richtig, jetzt wo die letzten Zeitzeugen des Holocaust nicht mehr da sind. Ja. Und man hat dann irgendwann festgestellt, nee, das ist irgendwie blöd, wenn wir immer das Thema ganz oben aufhängen. Also wenn wir immer sagen, als erstes Mal reden wir mit dem Bundespräsidenten über Antisemitismus, weil nämlich dann ganz viele, die aus welchen Gründen auch immer sagen, ich hasse den Bundespräsidenten, zum Beispiel, weil er mich in Armut gestürzt hat, sagen, ach so, jetzt kämpft er gegen Antisemitismus, ich bin jetzt Antisemit. Und zwar nur, um dem eins auszuwischen. Ich gehe jetzt auf die Straße, weil das provoziert die. Am Ende kriege ich sogar noch eine Redestunde mit dem Bundespräsidenten, weil ich vorher so viele Tebs auf der Straße gemacht habe. Diese Einladungspolitik gibt es ja auch im Staatsbürgermeister, ist ja völlig Banane. So. Und das ist ja hier auch wieder so. In dem Moment, wo die ARD sich sagt, ja, wir wollen ja nicht verwechselt werden mit dem Staat, wir sind ja total unabhängig, aber als allererstes holen wir uns den Gesprächspartner, den Staat, dann ist das kontraproduktiv. Dann ist man gerade nicht da, wo Tina Hassel ja, wir wollen es aber ganz konkret machen. Ja, also sie fordert jetzt vom Bundespräsidenten, es ganz konkret zu machen, geht aber selber als allererstes zum Bundespräsidenten. Das muss denen doch auffallen, dass das nicht zusammenpasst. Dass sie selber nicht zu Claudia und Ilona geht, wie Julia Friedrichs. Es sei denn, man glaubt, dass es die primäre Aufgabe des Journalismus ist, den Bürgern zu erklären, warum die Mächtigen das tun, was sie tun. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt. Mein lieber Freund Ole hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht vom Gegenstandpunkt, der ja marxistisch-staatskritisch ist. Und da gab es vor Jahren einen Artikel über WikiLeaks. Und der leitete aber damit ein, dass man mal so klärte, was dann in Deutschland so das Demokratieverständnis von Journalisten ist und was das Verständnis auch ist, was Journalismus tun sollen. Und man liest es erst und denkt, na, das ist vielleicht ein bisschen sehr überspitzt. Und dann hört man sich dieses Interview an und sagt, nee, es trifft genau zu. Ich werde eine Passage später daraus vorlesen. Wir wollen erst mal reingehen. Wie kriegen wir denn das Wir wieder zusammen? Nur 33 Prozent der Menschen hierzulande halten den Zusammenhalt für gut, aber 48 Prozent der Menschen halten den Zusammenhalt für eher schlecht und sogar 16 Prozent für sehr schlecht. Wie sehr beunruhigt Sie das? Ja, die Antwort können wir uns natürlich ersparen. Also halten Sie den Zusammenhalt für schlecht oder dass es keinen Zusammenhalt gibt, ist schlecht. Sie hat es ja auch falsch formuliert. Ja, gemeint ist wohl, dass viele Menschen nicht so sehr den Zusammenhalt spüren. Wie Jean-Philippe sagte, der Spalt in Deutschland trifft auf Unwohlsein. Was soll denn dieses Zusammenhalten sein? Zusammenhalten kann ich ja im direkten Umkreis erfahren. Ich kann Zusammenhalten abstrakter erfahren, dass ich, wenn ich arbeitslos werde, nicht in Armut gestürzt werde. So kann ich vielleicht noch abstrakt Zusammenhalt erfahren, aber Zusammenhalt von diesem Wir so im Sinne einer Volksgemeinschaft, das ist ja nicht das, was man eigentlich will. Steinmeier hat einen tollen Satz mitgebracht. Dass das Ich in der Demokratie immer ein Wir ist. Ja, solche Sätze sagt er. Er führt endlos aus, wo er überall in Deutschland unterwegs war, mit wem er alles gesprochen hat. Er wird auch angesprochen darauf, dass er ja eine Rede gehalten hat und bei dieser historischen Rede, aber doch gar nicht der Bundeskanzler und andere Wichtige aus der Führungsriege zu Gast waren. Also man machte ein Interview über das Wir und verhandelt aber eigentlich nur so Berlin-Talk, warum war denn Scholz nicht da oder hätte nicht auch Habeck und was? Und dann sagt er, ja, aber was mich besonders gefreut hat, es waren noch viele junge Menschen im Publikum, wo man denkt, Sascha Lobo war da. Warum soll ich da? War er da? Als Vertreter der Jugend wahrscheinlich. So, wir wollen jetzt überleiten zu einem Bericht. Sie wollen ja, Herr Bundespräsident, ein Bundespräsident zum Anfassen sein und nicht nur mit der Berliner Blase sprechen. Deshalb verlegen Sie Ihren Amtssitz ab und an ins Land. Zuletzt waren Sie in Neustrelitz in Mecklenburg und wo die Menschen und wie die Menschen, die Sie da treffen, so drauf sind. Das können Sie ja gar nicht vorher wissen. Ein Bericht von Moritz Rödle. Jetzt gibt es einen Bericht zu sehen. Wie er in Neustrelitz ist. Wie er dort ist und nochmal auf Leute trifft. Ich habe nur einen Clip mitgebracht. Ich fühle mich von Ihnen nicht vertrieben. Das ist jetzt die dritte Behauptung, von der ich Ihnen sage, sie stimmt einfach nicht. Dieser Dame, wer immer sie ist, man sieht wirklich nur diesen kurzen Ausschnitt, der kann man sagen, das ist völlig richtig, dass Sie sich nicht vom Bundespräsidenten vertreten fühlen. Wer sich glaubt, vom Bundespräsidenten vertreten zu fühlen, sollte mal was Ideologie-Kritisches lesen oder einen Arzt aufsuchen. Ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist ja wirklich nur gesagt, um ihn zu provozieren. In einer Kategorie, die Sie nur aus dem Fernsehen kennt. Der Bundespräsident spricht für mich, was für ein Quatsch. Nein, man wird nicht vom Bundespräsidenten vertreten. Der vertritt nicht die Anliegen, die diese Frau haben kann, denn diese Frau wird eher sich mit Ilona und Claudia verbinden können. Also dieser, er nennt das ja Ortszeit. Der Bundespräsident ist dann drei Tage irgendwo. Thilo hatte ja im Aufwachen-Podcast Berichte aus Neustrelitz mitgebracht. Da wurde ja zum einen, also zweimal spielte der Marktplatz dort eine Rolle. Zum einen kam der Bundespräsident mit seiner Entourage, die größer war als der Markt selbst. Also ja, da standen auch drei Buden und haben was verkauft, aber er kam da irgendwie mit 50 Leuten und alle so mit Steadycams um ihn rum, um ihn auch wackelfrei zu filmen und so. Und dann gab es eine sehr witzige Szene, wie er dann mit so einer Bäcker, Backfachverkäuferin da sprach. Und dann sie so, ja, das ist alles so teuer und es ist Gas, wir müssen ja auch hier in den Ofen und so. Und er dann, ja, aber sie werden das ja mitbekommen, wenn dann die Erleichterungen durch die Regierung kommen. Auch wenn sie es jetzt noch nicht spüren, sie werden das mitbekommen. Ich glaube, ich kann ihnen das versprechen oder so irgendwie. Und dann hat er aus Dankbarkeit ein Brot gekauft und der deutsche Journalismus hatte dann nichts anderes auf Lager als so abzumoderieren. Der Bundespräsident verstreute Zuversicht und kaufte ein Brot. Und dann ging so die nächste Szene. Und die nächste Szene war dann Marktplatz freigeräumt, da ja die ganze, was auch immer der Bundespräsident so macht, dann in Neustrelitz stattfand für drei Tage. Ja. Fand da auch einen Staatsbesuch statt. Da ist also die ganze Berliner Musikkompanie der Bundeswehr nach Neustrelitz gefahren. Ja. Dann haben sie den Marktplatz einmal abgesperrt, damit da fünf Neustrelitzer in 100 Meter Entfernung irgendwie auch nochmal gucken können, wie der Bundespräsident mit einem Staatsgast den roten Teppich entlangläuft und dazu Musik gespielt wird. Und das war so eine Kaisers neuer Kleider Szenerie irgendwie. Ja, wenn es dann heißt, so im Amtsblatt veröffentlicht, ja hier ist Ortszeit, Staatsbesuch so und so, elf Uhr, dann wird aber schon abends 20 Uhr alles abgesperrt und so. Also man kann dann seine eigene Stadt nicht verwenden, weil der Bundespräsident gerade da ist. Und dann sieht man das so, was eigentlich Fernsehbilder sind und die eigentlich völlig aus der Zeit gefallen sind. Und das sieht man dann so vor sich und denkt sich, warum? Es ist die einzige Frage, warum machen wir das hier gerade? Es ist doch totaler Quatsch. Aber es wurde sehr schön eingefangen da im Nordmagazin. Man hat aber den Eindruck, man macht das für ihn, weil er doch jetzt diese Jahre im Amt Bundespräsident sein wie alle anderen vorher ausbilden muss und dann sagt man, ja wie haben wir eigentlich immer den König froh gemacht? Ja genau. Wir lassen so ein paar Narren auftreten, ein paar Musiker und Gaukler und gerne ist er auch mal auf dem Lande. Ja, da machen wir noch eine kleine Landpartie. Besuch auf dem Lande. Eigentlich ein toller Job, also dieses, gerade dieses Einkaufen fände ich schön, wenn ich vielleicht so ein Shopping-Repräsentant werde, dass ich vielleicht jeden Tag im Auftrag des Bundes Geschäfte aufsuche und dort was kaufe, ein Foto mache, ja, schön, wunderbare Qualität, großartig. Du musst dann alles nochmal zeigen, den Stoff, den Fisch. Ja, dann hoffen wir, dass die Unterstützung bald bei Ihnen ankommen. Genau. Es war teuer, den Fisch zu räuchern, aber die Unterstützung wird ankommen, ich verspreche es Ihnen, aber ich bin nur drei Tage hier, also Sie müssen mit meinem Versprechen Vorlieb nehmen. Ciao. Ja, ganz neue Perspektiven. Wir hören jetzt diesen Off-Kommentar von dem Bericht aus Neustrelitz. Der Bundespräsident unterwegs. In Neustrelitz kann Steinmeier seine Stärke ausspielen, das persönliche Gespräch. Auch wenn es ihm schwerfällt, mit allen Bürgerinnen und Bürgern ein gemeinsames Wir-Gefühl zu entwickeln. Ein gemeinsames Wir-Gefühl mit einem Mann, der mal kurz da hinkommt, mit einem Sicherheitsgrupp und sonst was. Also dann, wenn du sagst, ich habe mit Tokio Hotel ein Wir-Gefühl entwickelt, dann kann ich das noch eher dir abkaufen, wenn du die in Frankfurt oder sonst wo erlebst, als wenn da jemand mit dem Bundespräsidenten steht. Oh Gott. Weiter. Aber reicht eine Rede, um der Nation ein neues Wir-Gefühl zu geben? Kommunikation ist in einer Krise besonders wichtig. Die Menschen suchen an vielen Stellen nach Orientierung, auch nach Hoffnung und er könnte und müsste so etwas wie ein kommunikativer Wegweiser sein in einer Zeit, in der sich viele verunsichert fühlen. Sorry, das ist so falsch. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Das ist ein Kommunikationswissenschaftler. Hill hier heißt er. Keine Ahnung. Was soll er sagen? Er ist Kommunikationswissenschaftler, aber ich als, und ich sage mal, ich habe in der Alten Republik viel über den Zusammenhalt. Es ist nicht das Gerede, sondern es sind die wirklich ökonomisch unterfütterten Gesten, die wir haben. Das ganz Un-, also Kommunikationsbegriff ist weit, aber hier verengen die das ja auf das gesprochene Wort. Und das ist völlig falsch. Das gesprochene Wort bringt überhaupt gar niemanden zusammen. Da sind wir aber ja inzwischen angekommen. Das war ja auch der Vorschlag eigentlich von Ferda Attermann. Wir müssen jetzt nur noch mal neue Worte für Armut und Arme finden, damit wir die nicht mehr diskriminieren. Dann brauchen wir die Armut gar nicht mehr abschaffen. Ich würde auch sagen, es ist mir vollkommen egal, wie Leute mich ansprechen und was sie sagen und mich tätowieren. Ich will einfach das doppelte Honorar. Geld und Geselligkeit. Ja, genau. Ganz genau. Und nicht Gerede. Ilona und Claudia, wenn die irgendein Wir-Gefühl empfinden sollen, ich würde sagen, viele Leute brauchen das auch gar nicht, aber wenn sie es empfinden sollen, dann brauchen die ein paar hundert Euro mehr zum Leben. Dann haben die ein Wir-Gefühl. Dann gehen die nämlich irgendwo hin, wo Gesellschaft stattfindet. Ich, genau. Auf Marktplätzen, in Bars, in Theatervorstellungen, Konzerten, was auch immer. Und dort erleben sie ein Wir. Alles andere ist reines Geschwätz, aber noch einmal der Off-Kommentator. Eine Nation auf der Suche nach Orientierung. Wie kommen wir gemeinsam gestärkt durch die Krise? Auch auf den Bundespräsidenten wird es weiter ankommen. Kompletto abschaffen, alles. Wir wollen den Bundespräsidenten abschaffen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und die Fernsehanstalten, die ihn so beobachten. Beide. Wir lieben ja das Öffentlich-Rechtliche, aber das Radio und, aber hier, das ist, das ist, das ist Staatsfunk, das muss man sagen. Also ich möchte diesen bösen Begriff jetzt mal in den Mund nehmen und zitiere deswegen jetzt aus dem Gegenstandpunkt diesen Part. Da heißt es, auf diese Weise erbringen Journalisten ihre gesetzlich geschützte Vermittlungsleistung zwischen der Herrschaft und ihrem Volk, auf das sie sich als ihre Basis und ihr Mittel bezieht, indem sie die Politik kritisch beobachtend begleiten, ihre Kundschaft mit den Sorgen der Regierenden befassen und sie, ohne dass es für diese Berufsausübung einer parteipolitischen Absicht bedürfte, mit parteilicher Information über die Welt versorgen. Sie pflegen mit Zustimmung und Dissens zur laufenden Politik den Standpunkt der staatsbürgerlichen Anteilnahme und wirken als entschiedenen demokratischer Nachrichtendienst nach Kräften daran mit, die Gegensätze zwischen Regierung und Regierten ideell aufzuheben, die informierten Bürger für die Drangsaale der Obrigkeit zu vereinnahmen und den Zusammenhang und Zusammenhalt zwischen dem Vorstand des Gemeinwesens und seinen gewöhnlichen Mitgliedern dergestalt zu stärken, dass erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit den Herrschaftscharakter demokratischen Regierens glatt zum Verschwinden bringt. Was hast du nochmal gelesen? Das ist aus dem Gegenstandpunkt, das ist diese marxistische Zeitschrift, die damals, das schrieb es im Zuge von Wikileaks und ich finde in dieser Überspitzung ist es zumindest was das Interview hier anbelangt treffend, treffender könnte es gar nicht sein. Nochmal Tina Hassel. Will jetzt überhaupt nicht treiben, aber wenn wir jetzt nochmal, weil wir kommen zum Schluss, wenn man sagt, braucht unsere Demokratie mehr direkte Beteiligung? Bräuchte es Bürgerräte? Bräuchte es einen Bürgerrat in Bellevue zum Beispiel, der Sieber rät? Ich finde es ganz toll, diese Debatte über Bürgerräte, weil sie ja eine Debatte ist, die im Kern darüber geht, wie können wir mehr Engagement für Demokratie generieren? Bürgerräte, unser Lieblingsinstrument zur Rettung der Demokratie. Sagen wir Ilona Bescheid, ab sofort Mittwoch abends per Zoom Bürgerrat zwei Stunden. Ja. Und wir hören uns noch die Abmoderation an, die ein in meinen Augen Eigenlob beinhaltet. Danke, Herr Bundespräsident. Das war nämlich unser Bericht aus Berlin mit dem Bundespräsidenten hier aus dem Schloss Bellevue schon wieder. Das waren große Fragen in zunehmend rauen Zeiten. Große Fragen? Große Fragen hat sie, Oh, das ist wirklich toll. Danke, Tina Hassel, für die großen Fragen. Ja. Also bei Katar, wenn man sich drauf verständigt im ZDF, wir machen das aus Mainz, weil sonst zu viel Nähe. Mit welcher Selbstverständlichkeit man hier das Schloss Bellevue einfach zu seinem Fernsehstudio macht, für diese Szenerie, ist auch komplett hinterfragungs- und kritikwürdig. Denn das darf man gar nicht machen. Eine ökonomische Ungleichheit, die so massiv ist und man spricht das nicht an. Ja. Man spricht nur über solche kommunikativen Fragen. Das ist pure Ideologie. Ich sag mal so, um es ganz kritisch zu sagen, diese Sache fand statt, so wie Matthias Döpfner sich sagte, ich hätte gern mal ein Gespräch mit Mark Zuckerberg. Was mache ich? Ich mache eine Themenwoche. Bei Springer ist jetzt Silicon Valley Woche und es gibt einen Silicon Valley Springerpreis, keine Ahnung, und wir zeichnen den Mark Zuckerberg aus, weil dann kommt er dafür her und dann kann ich mit ihm eine Stunde reden. So war das ja hier auch. Die Redaktion entscheidet sich, kommt, wir machen jetzt eine Themenwoche zum Thema Wir und dann fragen wir den Bundespräsidenten auch bei uns und dann kann er ja nicht Nein sagen. Also haben wir dann ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten, das ist auch cool, weil dann haben wir sonntags 18 Uhr oder wann auch immer dieser Bericht aus Berlin läuft, was zu senden. Also es ist einfach inhaltliche Programmgestaltung, die hier gemacht wird. Sozusagen auf sicherem Grund, und da, wo sich alle wohlfühlen, weil sie wissen, der Bundespräsident muss dann schon liefern irgendwie, wir stellen ihm große Fragen und dann ist das ein Selbstläufer. Jetzt wechseln wir nicht das Medium, aber das Genre. Die Tagesthemen berichten über die Jugend und wir hören mal raus, das wird hier nämlich, das wird dann immer so ein bisschen verschleiert. Ingo Zamperoni informiert uns jetzt auch darüber, warum sie dieses Thema auswählen. Corona, Klimawandel, Krieg in Europa, es sind nicht gerade leichte Zeiten, die wir in jüngster Vergangenheit erleben. Und eine besondere Belastung stellt dieser Riesen- und Katastrophen-Kanon offenbar für Jugendliche hierzulande dar, die auf die Frage, wie geht's denn so, vielfach wohl so antworten würden. Das seien zumindest die heute veröffentlichten neuesten Ergebnisse der Langzeitstudie Jugend in Deutschland, die seit 2020 regelmäßig die Gefühlslage abfragt. Und dieses Mal ist sogar eine für viele ziemlich neue Belastung hinzugekommen. So, wir sahen Smileys, die traurig oder sauer dreinblicken. Das mal als ästhetische Anmerkung. Jugend, ach komm, mach Smileys hinten rein, ja, ein paar Emojis. Und der Aufhänger für diese Berichterstattung ist, irgendwer hat halt eine Studie gemacht. Eine Agenturmeldung kam und meinte, hier liegt eine Studie vor. Dann dachten wir uns, da stehen bestimmt Zahlen drin. Also haben wir das jemandem gegeben und er hat uns das mal kurz aufbereitet. Und dann hat noch die Technik gesagt, wir können noch Smileys hinten einblenden. Ja, also das hat nichts mit, wir als Redaktion haben festgestellt, dass, und es gibt so ein Gerede und dann, ja, die Mütter bei uns in der Redaktion sind auch ganz betroffen, was ist denn mit den Kindern los und so? Ne, es ist halt morgens einfach aufgeblockt, so in der inhaltlichen Agentursoße. Also haben sie sich gedacht, na gut, wir haben ja Ressourcen, wir fahren mal los, sie besuchen irgendeine Schule und sie haben zum Beispiel noch junge Menschen gefunden, die noch Pfleger werden wollen, obwohl wir ja schon mitgekriegt haben, okay, die sind ja alle total besorgt, wenn man nur kurz reinschnuppert in den Pflegeberuf, zum Beispiel, weil der Bundespräsident einen verpflichtet, sich jetzt der Gesellschaft nochmal anzudienen. Nur ganz kurz, dafür hat er sich auch nochmal ausgesprochen. Das ist jetzt sein Thema. Das ist sein Thema und er möchte auch, dass die Debatte nicht so schnell verendet, er möchte, dass sie jetzt beherzt geführt wird. Er hat ja wenigstens, anders als die CDU, nicht mehr nur die Jugend dafür im Blick. Das ist ja eine kleine Neuerung, aber mal gucken. Jetzt sind wir hier bei der Jugend. Es gibt noch Menschen, die Pfleger werden wollen. Ihr Job wird es bald sein, sich um andere Menschen zu kümmern. Hier in Mönchengladbach werden sie zu Pflegerinnen und Pflegern ausgebildet. Auch wenn sie sich um einen Job keine Sorgen machen müssen, so haben sie trotzdem Angst vor der Zukunft, wie viele ihrer Generationen. Das finde ich ziemlich gut. Ich werde ja auch häufiger gefragt, aber wenn es so wenig Jugendliche gibt, dann werden die ja schon mal nicht arbeitslos. Dann sage ich, ja, das stimmt. Sie werden nicht arbeitslos, aber sie machen sich trotzdem Angst, weil sie jetzt schon sehen, also die Ilona, die mich hier ausgebildet hat, die kriegt nur 200 Euro im Monat. Was kriege ich denn dann? Und sie sind hier in den Schulen unterwegs. Was ist der größte Druck, der auf den Jugendlichen lastet? Dass zu wenig mit ihnen über den Zusammenhalt gesprochen wird oder ökonomische Zwänge? Wir hören mal nach. Für 71 Prozent der Befragten der neuen Jugendstudie sind steigende Preise die größte Belastung. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass es noch teurer wird alles. Und gerade jetzt, wo ich noch in der Ausbildung bin, natürlich in zwei Jahren bin ich fertig, aber in der Zeit habe ich natürlich auch nicht so viel Geld. Und da muss man auch wirklich die Münzen dreimal drehen, wenn man in den Supermarkt geht und gucken, kaufe ich jetzt den Käse für vier Euro oder lasse ich es lieber? Ja, das sind genau die Aussagen, die ich jetzt zwei Monate lang eingesammelt habe bei jeder Veranstaltung, die ich gemacht habe. Ob der Bundespräsident hier noch irgendwas zum Thema Zusammenhalt sagt, ist allen Beteiligten komplett schnuppe egal. Aber man sieht ja auch so schön, es wird ja dann immerhin in den Tagesthemen aufgegriffen. Wo findet es gar nicht statt? Bei Funk. Bei dem Sender, der sich an junge Leute richtet, die genau davon betroffen sind, die sich diese Fragen auch alltäglich stellen, kann ich mir den Käse leisten oder nicht? Da findet das gar nicht statt. Ja, wir brauchen ja nach der Klima-RF nicht auch noch eine Inflations-RF, die hier auf die Straße geht und sagt, ich klebe mich mal am Supermarkt fest, bis mir Sachen gegeben werden. Ja. Ja, weil du sagst, hier wird das thematisiert. Wir gucken gerade den ganzen Bericht. Ach so, das war es dann schon. Naja, das ist so eine, sonst mache ich ja immer Clips aus Sachen, aber in dem Fall habe ich einfach nur Schnitte reingemacht, weil ich hier auch nichts wegschmeißen wollte. Das heißt aber nicht, dass wir hier noch eine halbe Stunde drüber reden, sondern das ist auch leider in zwei Minuten schon vorbei. Also wir hören uns hier weiter in der Schule um. Viele junge Menschen haben das Gefühl, im Dauerkrisenmodus zu leben. Auch hier in einer Gesamtschule in Köln empfinden das viele Schüler. 64 Prozent der befragten jungen Deutschen beschäftigt vor allem der Krieg in der Ukraine und die Dauerkrisen. Sie klagen über eine hohe psychische Belastung. Was mich so am meisten eigentlich gerade beschäftigt, ist so dieses, dass immer mehr kommt. Aber dann passieren halt einfach so verheerende Dinge. Also ich weiß, also klar, Klimawandel sowieso, aber jetzt auch im Iran, Katar, das sind alles so Dinge, die mich einfach so sehr beschäftigen, so wütend machen. Ukraine, klar, total. Das ist, also ich komme da auch gar nicht mehr mit. Ja, und hier steckt ja auch immer drin Zukunft sozusagen. Diese Krisen gehen ja nicht einfach wieder weg, nur weil Christian Lindner sagt, also das finde ich auch witzig. Wir haben jetzt 30. November. Wir sind also noch 31 Tage davon weg, dass wir einen Weltzustand haben, von dem Christian Lindner sagt, die Krisen sind vorbei, wir haben die Schuld, dann müssen wir wieder ein. Richtig, ja. Das ist jenseits von allem. Aber das ist so der gängige Tenor gerade im politischen Berlin und hier hat man mal einen Gesamtschüler besucht. Und jetzt, und das finde ich wirklich gut, wir haben ja nicht nur Carla Hinrichs gehabt, sondern egal, wo man hinschaut mittlerweile, wenn eine Kamera läuft, sind die Jugendlichen in der Lage, Auskunft über sich zu geben und zwar ordentlich. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier eine Kandidatin, liebe Tina Hassel, die kann man mal einladen. Zu der kann man nach Hause fahren, das Wohnzimmer in ein Studio umbauen und dann kann man mit der mal eine halbe Stunde reden. Nicht nur so ein O-Ton oder so ohne Wortspende, sondern einfach mal eine halbe Stunde reden. Wir gehen auf Demos anstatt irgendwie in Discos. Eigentlich darf man in der Jugend ausprobieren, Fehler machen, frei sein, dumme Sachen auch machen und dass unsere Generation total bedacht ist und reflektiert. Wo ich nicht sage, das ist schlecht, aber in dem Ausmaß, das es angenommen hat, finde ich es problematisch. Genau der richtige Punkt, ja. Und es ist ja nicht nur so, dass wir hier Elsa hören, die das über sich sagt, sondern üblicherweise schauen ja die ARD und WDR und wer auch sonstigen, die NDR-Journalisten, wenn nicht Julia Friedrichs unterwegs ist, die könnten ja sogar mit den Eltern dieser Kinder reden und würden dann hören, das ist total crazy. Ich wünsche mir, dass mein Kind mal über die Stränge schlägt, mal was Verbotenes macht, mal irgendwie. Wir hatten ja genau diesen Clip und wir wussten, wir hatten ja eine Bundesregierung, die sagt, bleibt auf dem Sofa und wir hatten Journalisten, die dann noch Beifahrt geklatscht haben zu dieser Aktion und dann hatten wir einen Supermarkt, der einen Werbespot gemacht hat von einer Mutter, die sich für ihren Sohn wünscht, dass er mal rausgeht, was Dummes tut, sich verliebt, das Herz gebrochen wird und lebt. Weil eigentlich sind die alle so abgeklärt wie Sie. Ich wünsche mir ein Disco, aber muss auf eine Demo gehen, um wie Carla Hinrich sagt, diesen Kack hier weiter zu machen, nur weil die Bundesregierung nicht zieht. Also es ist wirklich dramatisch. Wir hören hier einen Studienautor, der seine eigenen Ergebnisse nochmal einschätzt. Diese Krisen tragen dazu bei, dass Jugendliche sich fühlen, als würden sie aus einem Tunnel gar nicht mehr herauskommen, erklärt eine der Studienautoren Simon Schnetzer. Bei vielen Jugendlichen mache sich ein Gefühl der Hilflosigkeit breit. Wenn hier nach einer Krise keine Ruhephase kommt und es kommt wirklich eine Krise auf die nächste, das zehrt an diesen Abwehrkräften und das ist, was diese Dauerbelastung so schwierig macht und im Extremfall eben auch zu diesen schwierigen Ergebnissen führt, wie Suizidgedanken und Hilflosigkeit. So, wir nähern uns dem Ende dieses Berichts, übrigens 21.11. in den Tagesthemen, kann man, weil es immer jemand nachschauen will. Als ich jetzt diese Anne Will Sendung mit Carla Hinrichs auf YouTube besprochen habe, kamen so ganz viele, die dann dieses Provokative, ja, aber die wissen, also die fragt ja Anne Will zurück, haben sie denn eine Idee, was man machen kann? Also die haben sozusagen selber keine Idee, war dann so der Vorwurf. Ja, man muss das jetzt noch gerade erklären für die Leute, die es nicht gesehen haben. Es ist so, dass Anne Will sagt, die Mehrzahl der Deutschen ist gegen die Proteste von letzter Generation, aber eine große Mehrheit ist dafür, mehr für den Klimaschutz zu tun. Müsste man dann nicht andere Aktionen machen, die alle mitnehmen? Und dann sagt Carla Hinrichs, ja, welche denn? Sagen Sie es mir, dann machen wir das. Und dann schaut sie nur groß, leider redet dann Hinrichs weiter, man müsste wirklich dieses Schweigen dann mal aushalten und sagen, ja, dann sagen Sie doch mal bitte, was sollen wir dann machen? Denn es ist ja erstaunlich, wie jetzt auch Fridays for Future rezipiert wird. Vor zwei Jahren war der Tenor, das sind die, die die Schule schwänzen, die sich nicht einbringen, die sollen noch mal lieber innovativ werden. Und jetzt sagen die Bürgerlichen, ja, Fridays for Future, das war ja was ganz anderes, also das fanden wir ja gut, aber jetzt mit der letzten Generation, das geht zu weit. Es ist so erstaunlich, wie sehr das Gedächtnis auf ganz kurze Intervalle getrimmt ist und man gar nicht mehr diese Perspektive einnehmen will. Und es ist umso erstaunlicher, dass das in den Talkshows noch immer so durchgeht, dass man eigentlich da eine Protagonistin hat, die dann auch erstmal noch lang und breit erklären muss, dass sie auf den Fundamenten dieses Rechtsstaates steht. Also sie muss sich erstmal selbst erklären, dass sie keine Terroristin ist. Und dann beginnt die Debatte mit drei Politikern, die nichts zu sagen haben oder wenn sie was sagen, dann ist es höchst bedenklich. Und eigentlich müsste man sagen, man redet jetzt nur mit solchen Aktivisten und würde das andere völlig raus drängen und würde nur sagen, wir machen hier diese Veranstaltung, wir müssen nicht das große Wir herstellen als Journalisten. Wir müssen nicht jetzt den informierten Bürgern sagen, so ticken eure Regierenden und deswegen habt ihr das zu akzeptieren, sondern man muss eigentlich sagen, wir machen hier Journalismus, wir zeigen die Problemlage, wir empfehlen den Leuten in Berlin in der Regierung sonntags abends einzuschalten, damit die wissen, was da los ist und dann können die ja mal schauen, ob sie ihre Politik daran anpassen. Genau. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Einige haben dann versucht, mich auf Twitter zu provozieren oder auch andere mit diesem Hinweis, das ist gar nicht der Fernsehmoment des Jahres, weil Clara Hinrichs zeigt ja nur, dass sie selber keine Rezepte hat, weil sie muss ja Anne Will fragen. Das war auch nicht der Punkt. Die Jugendlichen demonstrieren ja nicht unbedingt für Klimaschutz im Sinne von, sondern sie demonstrieren ja gegen die nicht handelnde Regierung und das ist ja ein kleiner Unterschied, wenn man die Jugendlichen fragt, wie würdet ihr denn das Klima schützen? Die haben ja alle Ideen bis hin zu, ja, wir haben ja sogar völkerrechtliche Verträge, um deren Einhaltung wir uns einfach nur kümmern oder für die wir uns einsetzen und deswegen war die Frage an Anne Will so richtig, denn die Frage, die im Raum stand, war ja, warum gibt es eine Bevölkerung, die eigentlich Klimaschutz will und warum handelt die Regierung trotzdem nicht? Und die Antwort ist, ja, weil es im Fernsehen falsch dargestellt wird, weil Anne Will nicht über das Klima redet, sondern immer nur über irgendwelche Politiker oder das so zum Thema macht und dann, sie haben ja gesehen, irgendwie das Tagebuch des Bundespräsidenten in Neustrelitz und der ganze Quark, was aber nicht vorkommt, ist die nicht handelnde Regierung und das gibt es jetzt hier nochmal zu strapazieren, diesen Punkt, dass die Jugendlichen Ideen haben, wie man das Klima rettet und schützt und wahrscheinlich sogar so extrem drauf sind, dass sie sagen, ich akzeptiere auch zwei Stunden am Tag Stromausfall, es muss nur in meinem Tagesablauf eingeplant werden, aber dann kann ich damit arbeiten, dann weiß ich, okay, jetzt mache ich mal nicht die Waschmaschine an, ich kann auch fürs Klima bis morgen früh damit warten, alles eingepreist und in diesem Clip wird jetzt nochmal der Klimawandel thematisiert und wie sehr die Jugend zum Zuschauer, den nicht handelnden Politiker und gar nicht für sie interessierenden Medien ist. Eine dieser Dauerkrisen der Klimawandel, er beschäftigt 55 Prozent der Jugendlichen weiterhin stark. Meine Ängste liegen eher so, dass ich nicht weiß, ob es die Zukunft überhaupt gibt und nicht, was für einen Job ich kriege. Naja, seit Jahren wird darüber geredet, dass Klimakrise und wir müssen alle aufhören, irgendwie mehr Auto zu fahren, irgendwie halt einfach CO2 zu sparen, aber irgendwie macht es niemand. Also ich fühle mich da schon hilflos, weil ich kann ja, ich habe das Gefühl, ich kann nichts machen. Genau, sie kann gar nichts machen. Sie kann nicht wählen, sie kann nicht Auto fahren, also sie kann nicht anders wählen und sie kann nicht aufhören mit Auto fahren, weil sie fährt nicht Auto und sie kann nicht wählen. Und sie erlebt aber eine Gesellschaft um sie herum, die ihr alles zerstört und sie fragt sich gar nicht. Und selbst wenn man wählen kann, merkt man ja, wie sehr man ausgeliefert ist. Also das ist ja auch. Wenn man dann erstmal wählen kann, dass man schon an der dritten Bundestagswahl teilnimmt und immer noch zu den jüngsten 10 Prozent gehört in Deutschland. Ja, und dann merkt, dass die Dinge ja nicht umgesetzt werden, siehe Gast hier mit Katar. Genau, also wir haben hier ein Ausgeliefertsein der Jugend einer Welt, in der sie gar keine Wirksamkeit entfalten können und in dem Moment, wo sie mal eine Straße blockieren, ist dann gleich Weltuntergang angesagt. Also das fällt halt alles komplett aus dem Rahmen, es läuft komplett aus dem Ruder und als Antwort hier einen Bundespräsidenten zu haben und eine AD-Redaktion, die meint ja, da müssen wir mehr drüber reden mit dem Bundespräsidenten über das Wir. Es ist die völlig falsche Antwort. Wir hören mal noch das Fazit des Berichts. Am Ende wünschen sie sich vor allem eines, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen wahrgenommen werden und ihre Stimmen mehr Gewicht bekommen in der Politik. Und um das abzuschließen, ein Clip, der mich wirklich ein bisschen schockiert hat, weil das dann auch so unter ferner Liefen irgendwie läuft. Wir haben jetzt eine Lage, in der die Jungen politisch aus dem Spiel genommen sind. Also sie können nicht wählen, sie können nicht aufhören mit Auto fahren, sie haben gar keine Wirksamkeit, sitzen in ihren Klassenräumen, auch ihre Lehrer erzählen ihnen nur, ja, es ist halt so und so und es ist alles schlimm und leider können wir alle gar nichts machen und auf die Schule hört ja sowieso keiner. Und um das nochmal zu kompletieren mit dem ökonomisch ausgeliefert sein, diese jungen Menschen brauchen in, sagen wir mal, fünf Jahren Wohnungen für sich. Ja. Weil irgendwann will man das Elternhaus mal verlassen und so weiter. Das eigene Leben dann begründen. Und wir hören jetzt jemanden von der kommunalen Baugesellschaft in Ludwigshafen. Also ein Bauherr, der städtisch ist, staatlich, der also alle Sicherheiten mitbringen kann, die man institutionell so, weil er vertritt die Stadt. Und er sagt jetzt gerade mal, wie die Bautätigkeiten so laufen. Wir sind ausgebremst dadurch, dass wir im Moment kein einziges Projekt vernünftig kalkulieren können. Wir finden keinen Generalunternehmer, der eine Festpreisbindung eingeht. Wir finden auch keine Bank, die zu einem annehmbaren Zinssatz eine Zinsgarantie über mehrere Jahre ergibt. Was bedeutet das für die Leute, die auf der Suche nach Wohnraum sind? Dass sie im Moment von uns nichts angeboten kriegen können. Das ist, denke ich, auch unser größtes Problem, dass Bauen über viele Jahre hinweg teurer, wesentlich teurer wird, als es heute ist. Der Boom am Bau ist vorbei. Die Lage auf dem Immobilienmarkt dürfte sich weiter verschlechtern. Also hier ist nicht der Boom am Bau vorbei, sondern hier wird gerade gar nichts gebaut. Ja. Die urbanen Zentren sind, wie sie sind. Sie wachsen nicht mehr. Selbst die schrecklichen Wohnungsgesellschaften bauen ja nicht. Diese Zinserhöhungen sorgen dafür, dass die Eigenheime nicht realisiert werden, sorgen aber auch dafür, dass die Leute sagen, bei solch hohen Zinsen, also die Unternehmer sagen es, lohnt sich das nicht mehr, Bauprojekte auf den Weg zu bringen. Hinzu kommen dann noch Arbeitskräftemangel und Energiepreise. Und damit sind diese hehren Ziele, die da mal gesteckt wurden, wie viel neue Wohnungen entstehen werden, kann man eigentlich jetzt schon abblasen. Und das ist auch wiederum ganz, ganz eng gebunden an das politische Handeln. Also das mit dieser Zinspolitik, die ja die ganze Zeit eingefordert wurde, dass man jetzt damit eine solche Situation geschaffen hat. Also es ist noch nicht mal dieses kapitalistische Bauen mehr für die sinnvoll erscheint. Und dann baut man lieber nichts. Also das ist ja auch interessant. Also es wird dann lieber weiter mit der Knappheit gearbeitet. Weil da kann man ja, wenn diese Knappheit dann groß ist, immer noch Leute ausbringen, dass sie für 35 Quadratmeter 1200 Euro zahlen müssen. Genau. Die jungen Menschen, die wir da gerade in der Schule gesehen haben, oder die sich gerade festkleben, die dachten, die haben nur mit Klimawandel zu kämpfen. Aber die sind hier, also die werden politisch und ökonomisch einfach ins Niemandsland entlassen. Ohne Handlungsmöglichkeit, ohne Handhabe, in irgendeine Richtung. Es wird für sie keine Wohnung geben. Es wird für sie keine politische Mitbestimmung geben. Selbst wenn sie dann ins Wahlalter aufrücken. Sie werden mobilitätsmäßig ausgebremst. Autos werden sich nicht leisten können. Dieses Monatsticket kostet dann 50 Euro statt 10. Das ist ja übrigens auch an die Inflation gebunden. Das ist ja auch so erstaunlich. Genau, der Inflationausgleich. Das Bürgergeld hat man nicht an die Inflation gebunden. Aber das 49 Euro Ticket, da soll es dann einen Inflationausgleich geben. Das heißt, das kostet dann in drei Jahren wahrscheinlich schon 56 Euro. Wie kann man denn an eine Maßnahme, die man macht, um die Inflation zu senken, einen Inflationausgleich dranhängen? Das ist doch so dumm. Das versteht niemand. Ja, das ist wie Bier ohne Alkohol, aber mit Alkohol. Ja, genau. Niemand versteht das, was hier gerade passiert. Es ist wirklich verrückt. Also ich verstehe es jedenfalls nicht. Und es ist auch schwer. Also ich kann, sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das jemand so erklären kann, dass ich das verstehe. Fühlst du das etwa nicht vertreten vom Bundespräsidenten? Nee, der Bundespräsident hat es mir auch nicht erklärt. Ja, dann müssen wir vielleicht mal, wenn der Bundespräsident hier nach Frankfurt kommt, dann gehen wir mal hin und fragen das mal genau nach. Der soll mal eine Ortszeit geben. Der soll uns das erklären, vielleicht kann er uns auch noch irgendwas abkaufen. Vielleicht möchte er dann Salonmitglied werden. Das wäre doch mal was fürs Wir. Ja, fürs Wir. Das neue 20er Wir. Wir schenken dem Bundespräsidenten zu Weihnachten einen Salon. Es ist jedenfalls genau das richtige Jahrzehnt, um Schicksalsgemeinschaften zu gründen, im Salon oder sonst wo. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, das ist nicht gut. Es wird jetzt nicht besser, es wird jetzt global schrecklich. Und zwar müssen wir über das Militär sprechen. Und ich bin durch Zufall darauf gestoßen. Dieser Zufall sieht so aus, ich lese in der Bahn immer vorwiegend zwei Zeitungen als erstes. Ich kaufe mir dann immer, bevor ich in die Bahn einsteige, Zeitungen. Und zwar das Handelsblatt und die junge Welt. Dann hat man eine ganz gute Übersicht über das, was im globalen Kapitalismus so läuft. Und da las sich in der jungen Welt von einem Auftritt von Charles A. Richard. Das ist ein wichtiger Mann im amerikanischen Militär. Und der hat bei so einer Konferenz eine Rede gehalten, die dann an die Öffentlichkeit ging in Form von Statements. Das heißt, diese Rede gibt es nicht irgendwo ganz zu erleben. Und normalerweise findet die Konferenz auch ganz ohne Öffentlichkeit statt. Aber hier hat man sich entschieden, das ist so wichtig, was gesagt wird, dass man das offiziell auch veröffentlicht hat. Und wir hören da jetzt mal rein. Am 3. November hast du aber eine sehr tolle Vortragsweise für das Thema. Das ist aus so einem YouTube-Channel, der sich nur mit Militär und Defense und sowas auseinandersetzt. Klingt so, als wäre da so ein kleiner Themenfanatist dran. Ist ein Nerd. Ich habe den Text dann, also dieses Statement dann auch abgerufen. Es ist also korrekt, was er da zitiert. Also es geht jetzt um Charles Anthony Richard, genannt Chess. Jahrgang 1959. Er ist Admiral bei der Navy und ist seit 2019 United States Strategic Command. Und er war früher bei der U-Boot-Flotte. Und ich sage mal so, er sieht nicht gerade wie ein Spaßvogel aus. Und das hören wir jetzt auch mal hier. Das ist nun das Warm-up, das wir jetzt erleben. Der eigentliche Konflikt ist mit China. Jetzt verwundert uns das nicht besonders, aber verwundern darf einen, dass jemand in dieser militärischen Position das so explizit ausspricht. Das ist ja auch schon eine Drohung, die sich in die Zukunft richtet. Weiter heißt es dann in dieser Rede von Richard. Er hat gesagt, We have to do some rapid, fundamental changes in the way we approach the defense of this nation, the U.S. Indicating that conflict with China will be a different caliber of conflict to Russia's all-out invasion of Ukraine, which began in February. Er hat gesagt, Das finde ich interessant. Interessant, denn wir haben ja jetzt im November auch dieses G20-Treffen gehabt, wo sich Xi und Biden getroffen haben. Und danach unterschiedliche Kommuniqués von jeder Seite. Und von der einen Seite hieß es dann Biden, der hat ja auch eine Pressekonferenz dazu gemacht. Ja, wir sind in einem Konflikt, aber werden ihn sozusagen anständig austragen. In der Hoffnung, China will das auch. Während China dann gleich schriftlich nachschob, in dem Gespräch wurde thematisiert, dass die Amerikaner ihre Demokratie haben und wir unsere, die chinesische Demokratie. Also sozusagen der Systemstreit, ja, wir sind ja in einem offenen Systemstreit. Und wir sagen zwar beide, das ist ihre Demokratie, aber da unterscheiden wir uns sehr. Alle bleiben bei ihren Positionen. Und Xi hat ja sogar noch mal den Anspruch auf Taiwan untermauert. Und dass man da auch militärisch keine Rückzieher macht oder so. In der Hinsicht ist das interessant, dass diese High-Level, also semi-öffentliche Kommunikation, die nochmal so auf, ja, es ist ein Systemstreit, aber nicht unbedingt kriegerisch. Man bleibt einfach nur auf seinen Positionen, aber versucht es dann sozusagen friedlich zu lösen. Und hier nochmal nachgeschoben wurde, so eine Art Öffentlichkeitsarbeit, dass man sich auch militärisch auf amerikanischer Seite... Das hat das Ministerium auf der Seite veröffentlicht, also nicht irgendwo geleakt, sondern ganz offiziell veröffentlicht. Und ich war auch etwas verwundert, als ich die Süddeutsche las, die auch dieses Treffen zusammenfasste. Und da gab es die Schlagzeile, kalter Krieg ist jetzt doch nicht, nee, das ist aufgeschoben oder findet doch nicht statt. Und dann dachte ich mir, nee, wir erleben eigentlich eine ganz dramatische Zuspitzung. Klar, die chinesischen Militärausgaben sind hoch. 2010 hat man noch 106 Milliarden ausgegeben. Inzwischen ist man bei knapp 300 Milliarden anbelangt. Es gibt Prognosen, so wurde das zum Beispiel in der Wirtschaftswoche publiziert, dass es 550 Milliarden 2030 sein könnten. Zugleich muss man aber sagen, ist Amerika immer noch das Land mit den allerhöchsten Militärausgaben, also sehr, sehr mit weitem Abstand. Dann kommt China und dann kommt weiter abgeschlagen Indien, Großbritannien, Frankreich und dann kommt Deutschland 2,7 Prozent und so weiter. Es ist aber so, dass tatsächlich die Kriegsschiffe, und wir haben ja hier das mit einem Navy-Mann zu tun, sich jetzt nicht mehr, also die Chinesen haben mehr Kriegsschiffe als die Amerikaner. Amerikaner und auch bei den Panzern nähert man sich wohl an Nuklearsprengköpfe natürlich nicht. Da gibt es einen großen Abstand. Aber wozu hier jetzt aufgerufen wird, ist eigentlich diesen Systemwettstreit zu erkennen. Und wir müssen auch da ja fragen, von welchem Wettstreit reden wir? Denn zunächst einmal ist ja das tatsächlich so, diese Staatsform in China ist eine sehr andere als die im Westen oder in den USA. Aber das geht ja zunächst einmal aneinander vorbei. Die Frage ist, worum geht das jetzt in diesem Konflikt? Geht es in diesem Konflikt, was ist, wenn die Taiwan erobern? Also geht es um die Menschen in Taiwan, würde ich in Zweifel ziehen. Es geht natürlich da um eine geopolitische Absicht, dass wenn die erst mal Taiwan sich nehmen, was kommt dann als nächstes? Und es geht ja auch um diese berühmte Tokididis-Falle. Ist es möglich, dass ein Reich aufsteigt wirtschaftlich, während das andere absteigt oder zumindest nicht weiter wächst und dass es irgendwann pari-pari steht oder die einen stärker plötzlich sind? Also die Chinesen stärker sind als die Amerikaner. Und damit ist man wirtschaftlich geschwächt und natürlich dann auch nicht mehr so souverän. Aber das ist natürlich alles, wenn man in diesen Doktrinen denkt, der Staaten, die sich immer konfrontativ gegenüberstehen müssen. Das ist ja eine, sagen wir mal so, nicht besonders aussichtsreiche Zukunft für Elsa, Clara und auch für uns beide im Übrigen nicht. Für niemanden. Für niemanden. Wenn man jetzt sagt, gut, die erhöhen die Militäretats, die anderen auch und jetzt gibt es diesen Aufruf, wir müssen schneller, schneller, schneller werden. Es wird hier vielleicht auch nicht alles nur der Abschreckung dienen, sondern die Frage ist auch, schlittern wir da in einen Konflikt hinein, der dann kriegerisch wird. Wir hören jetzt nochmal Richard. Der Nukleare Krieg, den wir jetzt thematisiert haben im Hinblick auf die Ukraine, ist eine permanente Bedrohung. Und diese Bedrohung wird wirklich größer. Was mich eigentlich, nachdem ich diese ganzen Clips geschnitten habe, so gewundert hatte, ist, dass wir zwar verschiedene Klimaproteste haben, aber wir haben gar keine Proteste zur Abrüstung. Und damit meine ich nicht diese alte Generation, die da jetzt nochmal rauskommen soll, sondern dass bei den jungen Menschen offenbar dieses Problem so gar nicht da ist. Denn ja, das mit dem Klimawandel wird schlimm werden, aber ist es nicht gleich der Feuerball, in den sich die Erde verwandelt? Während wir wissen, wenn es zum Nuklearkrieg kommt, dann brauchen wir nicht mehr über Stromsparen nachdenken. Ja, also vielleicht ist es schwierig, gerade eine einheitliche Linie zu finden, in der Hinsicht, dass man sich beim Klima doch einig ist. Ja. Die Regierung macht zu wenig. Und die, die das nicht finden, sind so ein paar Erstwähler, die die FDP vorziehen und die dann so darüber lächeln, aber jetzt keine Gegenpositionen einnehmen. Während man bei diesen Kriegsthemen schwierig zu argumentieren ist, hat ja Richard David Precht zum Beispiel erlebt, wie es ist, für Abrüstung oder irgendwie so einen pazifistischen Einschlag zu haben, wie man dann doch auf den Deckel kriegt, die ganze Zeit. Wahrscheinlich haben sie da Formulierungsschwierigkeiten. Da kann man nicht einfach sagen, Paris kommt völkerrechtlich, ich habe es doch schon unterschrieben und so, es ist alles komplizierter. Aber eigentlich bräuchte man neben so einem Paris-Abkommen, das da nicht eingehalten wird, auch wieder ein Abrüstungsabkommen. Also sowas gibt es natürlich. Und da gibt es immer wieder Tagungen, aber wenn wir da weiter hingehen, also ich bringe mal noch einen Clip von Richard, den vor zwei Monaten ist er dann öffentlich aufgetreten bei einem Symposium und das gibt es auch bei YouTube zu sehen. Hier ein kurzer Auszug. We don't know where China's going to wind up. We don't have great insight into what their intentions are. I could say the same about Russia, North Korea, others. Which means we must be much more frequently than we have in the past. It is a call to urgent action. We do not have a lot of time. Things are changing on us very rapidly. And then finally, as we like to say a lot around Stratcom, all ahead flank. Volle Kraft voraus. Also, ich sag mal so, ich will es nicht klein machen, das Thema, aber, also die Kriegsgefahr da auf diesem Level, weil uns droht kein irrationales Handeln wie bei Putin, dass man einfach so ein Land überfällt, ohne vorher genau zu wissen, werde ich von meinen Generalen gerade belogen über meine eigene Mannesstärke auf dem Felder oder nicht. Das droht hier bei Xi nicht. Da gibt es auch viel Korruption und wahrscheinlich wissen die auch nicht so ganz genau, wie kampffähig sie gerade sind. Aber nach Taiwan sind 160 Kilometer See. Und See, klar, mit einem großen Schiff kann man fahren, aber man braucht zehn Jahre, um ein Schiff zu bauen und die Rakete muss nur einmal richtig treffen und dann kommt man keinen Meter mehr weiter und liegt da irgendwie unfähig im Wasser. Also das ist alles total leicht zu zerstören, hat man damals schon in Palhaber gesehen. Die fliegen einfach hin und machen die halbe Flotte kaputt. Und die Chinesen, also gerade Xi mit seinem großen Projekt, er ist ja jetzt, er weiß ja jetzt, er ist noch für mindestens fünf Jahre chinesisches Schicksal verantwortlich und vielleicht sogar noch mehr. Und er hat jetzt gesehen, okay, meine erste Strategie, einfach für Wirtschaftswachstum zu sorgen, ging nicht auf. Dann kam zum Glück Corona und ich kann jetzt mit Corona-App-Repression das so weitermachen, geht auch gerade nicht besonders gut auf. Und er braucht jetzt so einen dritten Weg, vielleicht schafft er es wieder mit, okay, dann impfen wir euch jetzt alle in einem halben Jahr durch und dann öffnen wir und dann machen wir wieder das mit dem Wirtschaftswachstum, um euch zu befrieden. Irgendwie so. Also die innenpolitische Problemlage ist gerade so groß, dass man, glaube ich, nicht das Land gerade auf so einen Krieg einrichten kann. Und auf der anderen Seite, kühl durchkalkuliert, kann man wirklich mit einem Krieg mehr erreichen, als wenn man so nach und nach die nächsten 30 Jahre einfach Taiwan ökonomisch übernimmt, so wie man auch in Hongkong einfach ökonomisch. Wenn man einen Krieg weniger erreicht. Ja, indem man einfach sagt, ja, dann investieren, dann öffnen wir jetzt hier so eine Art Finanzströmung und machen hier noch so eine Art chinesischen IWF und dann kaufen wir so langsam Hongkong auf und so weiter und so nach und nach und die Welt, ja gut, passiert halt und so. Und dann wird sogar Hongkong umgedreht, weil man fährt aus Hongkong raus und ist direkt in Shenzhen, wo es ja auch wieder ein bisschen moderner zugeht. Wir haben es ja gelesen, wo man nicht direkt im Hardcore-China-Mainland ist und so ist das ja auch bei Taiwan. Das halte ich auch für möglich, nur gibt es ja noch neben Taiwan oder anderen Grenzkonflikten diese Frage der Tukididis-Falle, ob das aushaltbar ist für ein System, wenn eines Weltreichs, wenn es sehr reich ist und dann ein Aufsteigendes da ist und dieses andere tatsächlich den Aufstieg schafft, stehen die sich auf Augenhöhe dauerhaft gegenüber oder führt das notwendigerweise, so wie bei Tukididis beschrieben, in den Krieg und kann man dieser Falle in irgendeiner Weise entkommen. Wenn wir aber jetzt in der Konstellation leben, wo alle, und die Rüstungsausgaben steigen ja in allen Ländern, sagen, wir müssen uns bis an die Zähne bewaffnen, wo alle auf diesem sehr hart konfrontativen Kurs sind, wo man auch gerade von alten Militärexperten hört, naja, so im Kalten Krieg, da waren diese Kanäle doch eigentlich noch besser zwischen Russland und Amerika zum Beispiel. Da stelle ich mir schon Fragen für die Zukunft und dann ist das gar nicht, wer übertritt da jetzt gerade in der Landesgrenze, sondern das ist eher dann so, dass sich das strukturell ergibt. Also es gehört dazu, dass es so ein Kräftegleichgewicht geben muss, was ja dann wieder bedeutet, irgendwann ... Herr Ritschert möchte, glaube ich, keinen Kräftegleichgewicht. Ja, man formuliert für sich immer den Wunsch, den anderen zu über und irgendwann schafft es auch der andere nicht mehr mitzuhalten. Das ist ja der Sowjetunion soweit passiert. Als dann irgendwann Star Wars angesagt war und so, war man dann ökonomisch dann doch relativ am Ende. Aber ich glaube nicht, dass Amerika so weit abschwächelt, dass die irgendwie von ihren 700 Milliarden Wehretat abrücken und die Lücke ist ja nun noch groß, bis China da auf dem Niveau auch aufgeholt hat. Deswegen bleibt für mich als Kriegsgefahr eigentlich nur dieses irrationale Moment und das sehe ich eigentlich nur in Amerika, wenn dann Ron DeSantis oder so Präsident wird. Und ... Der ja nicht der liberalere Trump ist oder so, wie das mitunter gesagt wird. Das könnte man ja fast sagen. Und das ist ein Trump im Quadrat, ja. Wir kommen nachher nochmal auf die Midterm-Elections zu sprechen. Also da sehe ich bei Amerika, aber am Ende, die haben ja diesen Militärapparat, wir hören ja gleich noch Millie, den du dankenswerterweise uns hier mal vorführst. Ich glaube, da arbeiten relativ viele Leute, die es eigentlich wissen, um was es geht. Und das ist ja auch bewusst Öffentlichkeitsarbeit von dem Mitgliedstaat. Ganz sicher. Und es ging hier schon um Geschwindigkeit. Und um Geschwindigkeit geht es auch Mark Millie. Dass Mark Millie jetzt hier in diesem Podcast vorkommt, liegt auch nur daran, dass ich bei dieser Lektüre der jungen Welt las, dass Mark Millie Interessantes gesagt habe zum Ersten Weltkrieg im Vergleich zur Gegenwart. Dazu kommen wir zum Schluss. Es gibt wirklich ein grandioses Finale, möchte ich versprechen. Das liegt nicht an mir, sondern an Mark Millie. Und wir beginnen aber damit. Müssen wir noch sagen, wer Mark Millie ist? Weil es ist ja wirklich eine wahnsinnig interessante Frage. Genau, sag kurz, wer Mark Millie ist. Also Mark Millie ist der Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Also während wir eben hier einen Chief of Staff gehört haben, nämlich Richard als, in welcher Funktion, Central Command oder so. Genau, United States Strategic Command. Es gibt ja irgendwie sieben oder acht Waffengattungen. Neuerdings, Trump hat ja eingeführt, auch noch Weltraum und so. Und die Spitzen dieser Waffengattung jeweils, also die militärischen Oberbefehlshaber dieser militärischen Sanktionen, führen gemeinsam ein Beratergremium, das direkt dem Präsidenten als Superchef des Militärs untersteht. Und diesem steht Mark Millie vor. Und er ist damit auch der Sheriff von Washington DC, weil Washington DC ist ja unter Bundesverwaltung, was man ja mit Berlin auch mal machen könnte, damit es da ein bisschen vorwärts geht. Und dann gab es ja interessante Szenerien, wie zum Beispiel Trump braucht eine freie Straße, um irgendwie eine Fotoshow vor der Heiligen Kirche da zu machen. Und dann ist Mark Millie dafür zuständig, die Straße freizuräumen und patrouilliert dann noch so in, also das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Er hat sich dafür dann entschuldigt, dass er das gemacht hat. Genau, dass er sich da Fernsehbilder, Medien, also Werbebilder für Trump produziert hat und so. Er hat sich also da immer Unabhängigkeit gewahrt. Und ich glaube, es lohnt sich noch zu sagen, während Trump regierte, stand er im intensiven telefonischen Austausch mit der Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, weil Kriegsangelegenheiten sind ja Kongressangelegenheiten. Das hat ja erst mit George W. Bush, der dann irgendwie Patriot Act und so weiter, dass dann der Amerikaner so auch auf Befehl des Präsidenten irgendwie anfängt. Aber so richtige Kriegseinsätze sind Kongressangelegenheit, wozu auch der Einsatz von Atomwaffen gehört. Und dann gibt es eine sehr interessante Szene, wie Mark Milley, Nancy Pelosi sagt, wir können dem Befehl eines Präsidenten entgegennehmen, geben den aber nur mit inhaltlicher Würze weiter. Also wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass, geben wir die entsprechende Anweisung so weiter, dass unklar ist, wie ist der Befehl auszuführen, aber der nicht ausgeführt. Also da gibt es Stolpersteine. Der amerikanische Präsident kann nicht einfach so eine amerikanische Atomwaffe abschießen, ohne das Militär nochmal inhaltlich drüber schauen zu lassen. Und bis hin zu, und das ist dann auch eine Szenerie, die ja Nancy Pelosi schilderte, wenn wir einen Befehl bekommen, den wir nicht unterstützen wollen, haben wir uns untereinander schon vereinbart, dann treten wir in dem Moment, wo wir den Befehl bekommen, zurück. Was das bedeutet, da muss erstmal der Nächste aufrücken aus dem Stellvertreteramt ins Amt. Das kostet Zeit. Wenn der dann im Amt ist und den Befehl bekommt, tritt der auch sofort zurück. Und dann hat man so eine Kaskade organisiert, dass es irgendwie sieben Tage dauern würde, bis zum Befehl wirklich der Militär ankommt. Und dann ist es eh vorbei und so. Also diese ganzen Vorsichtmaßnahmen. Das ist ganz wichtig, dass du das nochmal hier so sagst, denn es geht hier ja um Nuklearen Krieg und es geht um die Ernsthaftigkeit des Krieges. Und das ist so ein furioser Auftritt bei dem Economic Club of New York. War er zu Gast. 3000 Klicks bei YouTube. Es wurde in den Medien ein bisschen, in den Amerikanischen reportiert. Aber sonst hat man davon nichts mitbekommen. Ein Sensorium für Magnet, den ich habe. Wir hören jetzt erstmal etwas, was er sagt zur Natur und zum Charakter des Krieges. Wir sind in die most fundamental und profound change in what I call the character of war in human history. So when I say, there's two terms I use, the character of war and the nature of war. The nature of war is Clausewitz. And what he's talking about there is fear and you're in the realm of chance and war is politics. You're trying to impose your will and your political will and your opponent for the use of violent means. Fog of war. Fog of war. The Trinity between the government, the people, the military. That's the nature of war. That's probably not going to change. As long as human beings are around, that's probably not going to change. Deswegen auch von dir. Ich habe ihn auch gesehen. Im Westen nichts Neues. Ja. 2022 unterscheidet nichts von 1914, 15, 16, 17. Ja. Man liegt drei Jahre in einem Schützengraben. Am Ende hat man 200 Meter Raumgewinn gemacht. Genau das sehen wir gerade in der Ukraine. 100.000 Tote auf jeder Seite für nichts. Ja. Und das sagt er hier, nature of war, das ist genau so. Da werden die Waffen ausgetauscht und 100 Jahre sind ins Land gezogen. Ansonsten ist das alles dasselbe. Richtig. Was sich ändert, ist der Charakter des Krieges. But the character of war is the doctrine, the tactics, the techniques, the procedures, the weapons, where you fight, how you fight. Historically, technology has been one of the great drivers of the change in the character of war. Through today, we've seen two developments that fundamentally changed the character of war. One is the ability to see and sense the environment. And we can do that today like at no time in human history. So I'm wearing a Fitbit, I got a little GPS watch, we've got all kinds, we've got microphones, we've got all kinds of electronics in this room. I guarantee you the Russians know exactly where I'm at. I was going to say, so is electronics, we know about something we don't know about. I'm in this seat, you're in that seat. they could hit me, but not you. So it's that precise, right? So the other thing is your ability to shoot. So we can shoot with precision at range, anywhere on the globe, from anywhere. So what you can see, you can hit. Das Sehen hat sich verbessert, alles kann gesehen werden und alles was man sehen kann, kann man auch treffen. Die Präzision hat zugenommen. Das ist der Wandel des Krieges, des Charakters und jetzt geht er einen Schritt weiter. Was kommt auf uns zu? Add into that artificial intelligence. So add into that, one of the key things in warfare is decision making and the ability to process massive amounts of information and to do that at speeds faster than your enemy. You want to get there first just with the most. So Napoleon was famous for waking up at like two in the morning, writing his operations orders at two in the morning, delivering him to his field marshals, his field marshals get on their horses, run out, get the troops and they're all on the move before the British are finished drinking their tea. Wir haben eben schon Admiral Richard gehört, Schnelligkeit ist das Entscheidende. Er sagt genau, dass auch nochmal mit historischem Bezug Napoleon morgens früh die Dekrete verfasst und die Briten waren noch beim Tee und wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Ja, wir haben ja in, also wir reden ja immer noch über schwere Waffen und so, als ob das den großen Unterschied in der Ukraine macht. Dabei sind es diese kleinen Drohnen. Als jetzt die Russen auch mit diesen Drohnen anfingen, war das ja plötzlich Thema. Ja. Aber ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass die Ukraine auch schon die ganze Zeit mit diesen lauernden Drohnen, die einfach schon in der Luft sind, also wo die Geschwindigkeit so schnell ist, weil die ist einfach schon da und in dem Moment, wo sie sieht, zielt sie und schießt und stürzt sich einfach darunter. Also das ist so nach 500 Höhenmeter, die sie bewältigen muss, Ziel erledigt. Und die These von Millie ist jetzt, mit KI, mit Robotik, werden wir eine so große Beschleunigung haben, aber nicht nur westliche Staaten, sondern alle Staaten, die da investieren, dass es sehr schwer wird, diesen Wettlauf zu gewinnen. Da es sich so rasend schnell dann verändert, dass man nicht mehr sagen kann, wir müssen also auch sehen, dass wir das übernächstes Jahr entwickelt bekommen, sondern dann ist übernächstes Jahr der Vorsprung schon so weit, man liegt so weit zurück, wir kennen das ein bisschen von der Chip-Produktion, dass man da nicht mehr hinterherkommt. Das ist etwas, was ihn umtreibt, er führt das dann länger aus, wie dann auch so ein soldatenloser Krieg stattfinden könnte. Aber das bedeutet immer, dass es noch Opfer gibt, also diese Natur des Krieges bleibt. Und jetzt geht es nochmal um diese zeitliche Perspektive, was sich verändert hat. Er vergleicht jetzt mal einen Soldaten im alten Rom und einen im Mittelalter. So, if you were a soldier at the time of Christ in the Roman army, right? You could actually recognize and be familiar with combat tactics in the year 1000, when knights are running around, you know, Europe or whatever. But you wouldn't have a clue to what you were looking at in the year 2000. So I would argue that time is being compressed in the curve of technological development since the industrial revolution. We are on a vertical curve. Das ist, es ist unglaublich, dass wir hier so einen großen Philosophen in diesem Amt haben. Das ist wie so Paul Virilio zuzuhören. Das ist, aber eben im Amt. Ja, ja. Und wir haben ja schon davon gehört, dass die Chinesen Auslandspolizei Filialen betreiben, um hier einfach nachzugehen, wenn hier irgendwas ist. So wie ja auch Putin mutmaßlich, das wurde ja gerichtlich jetzt auch bestätigt, irgendwelche Mörder durch Berlin laufen lässt, die sich dann einfach jemanden schnappen oder Saudi-Arabien plötzlich in der Türkei da jemanden ermorden lässt und so weiter. Was ja genau diese Kriegshandlungen eigentlich sind, die wir immer noch verbuchen und ja, das ist so der Terror oder sonst irgendwas. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, was hat es denn damit auf sich. Oder den kann die Hackerangriffe, die ja auch, wo sie staatlich sind, eigentlich Souveränität verletzen. Genau. Damals der Eingriff in diese iranischen Aufbereitungsanlagen, wo dann auch Schörmacher nochmal bei Frank Rieger fragte, kannst du uns das mal aufschreiben? Da haben die irgendwie so ein bisschen Code abgedruckt und so, um das mal zu zeigen, wie das so läuft. Das sind alles Kriegshandlungen. Und ja, so ein Typ, der sehen wir ja auch im Westen nichts Neues, kommen erst mal in eine Kaserne, ziehen sich so an, holen sich ein Bahnticket, gehen so los. Also die wissen für sich, wie sie einen Krieg erkennen. Nämlich auch da, wo man aus dem Zug aussteigt, in den Schützengraben geht und dann geht der Dienst los. Acht Uhr morgens, nach dem Befehl vom Balkon oben, zieht man drei Kilometer ins Land, steigt in den Graben und dann ist Krieg. Und ja, 2000 Jahre später, also Krieg ist mittlerweile überall. Nun wird ein Eishockey-Spieler zitiert, Wayne Kretzky, kenne ich natürlich nicht, scheint aber sehr berühmt zu sein. Und die Geschwindigkeit, an der diese Dinge zu uns kommen, das Militär, das adaptiert, the fastest and the quickest and in the, you don't have to be perfect and you're not going to get it right. We have to admit, we're not going to get it right. You just have to, in warfare, you just have to get less wrong than your enemy. You only got to put one more goal in the net, right? And you got to look where the puck's going, not where the puck is. Wayne Kretzky. That's right. So where the puck's going is where I'm talking about right now. Wayne Kretzky sagte, I skate to where the puck is going, not where it has been. Das ist, was er jetzt dem Militär auf die Fahnen schreibt. Das ist das, was wir jetzt immer hören in Katar. Der kann das Spiel gut lesen. Ach ja. Spielt blind ab. Er weiß, sein Kollege ist neben ihm. Er spielt einfach rüber, ohne nochmal zu gucken. Super, trotzdem kommentiert. im Sport sieht man es ja häufiger. Bedeutet hier aber auch, gerade in dieser Verbindung mit dieser Technologie, Künstliche Intelligenz und so weiter, die Yvonne Hofstetter hat ja ein Buch darüber geschrieben, Sie wissen alles oder so heißt das. Das ist ganz gut, ja. Genau und das ist sehr gut und das kann man, weil das auch mit so einer Kriegsszenerie beginnt. Da war halt ein U-Boot und da ist ein Passagierflugzeug und da hat man einfach geschossen und dann später festgestellt, ach so. Und die Logik, wenn man es ökonomisch ausbeutet für die Werbeindustrie, heißt ja einfach nur, ja, wir brauchen halt 51%, müssen wir recht haben. Dann machen wir das alles ganz oft und ganz schnell und dann fällt halt eine Marge von ab. Diese Technologie auf Krieg übertragen heißt aber, wir liegen um 49% der Fälle tödlich falsch und das ist natürlich ein Problem. Wenn er hier so zugesteht, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht immer richtig machen, wir wollen einfach nur schnell sein. In Verbindung mit dieser Werbetechnologie, wo ja dieses ganze Targeting und so weiter herkommt, ist es natürlich blöde, wenn da einfach die 41, 49% Losung übernommen wird. Das wird dann Kollateralschaden genannt und sein Selbstverständnis ist da ganz klar und da frage ich mich schon, wenn das mal keine Tokididis-Falle ist. Das ist eine sehr finstere Zukunft, wenn man so daran denkt, dass ja nicht, man sagt dann immer so, ja, wir müssen unsere Sicherheitsarchitektur stärken, aber das bedeutet, dass man sich darauf einstellt, für unsere gesamte Lebenszeit, also die wir haben und die alle, die uns hier zuhören haben, dass man in einem ständigen Szenario ist, wo man aufpassen muss, dass nicht etwas eskaliert. Und das ist eine sehr unangenehme Situation. Ich finde es jetzt auch beruhigend, dass Xi offenbar weniger irrational ist als Putin, so mutmaßen wir, wenn ich mir Zero-Covid ansehe, bin ich mir zum Beispiel auch wieder nicht sicher, aber so mutmaßen wir, dass es da um was anderes geht. Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Perspektive. Wir sind jetzt gerade dankbar, dass man dann jemanden hat wie Millie, der sehr verantwortungsvoll ist, wie wir jetzt gleich besonders merken werden, wenn es um das Nukleare geht. Aber man ist auch extrem ausgeliefert. Also wir hatten jetzt eben die jungen Menschen, die ihr Ausgeliefertsein bemerken, weil sie gar nicht wählen und sonst was können. Aber wir sind als Bürger dem extrem ausgeliefert, wenn man denkt, ja, es wäre jetzt doof, wenn dann man nicht so ein Mark Millie sitzen würde, sondern jemand, der ein bisschen heißblütiger unterwegs ist. Genau, und das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ihn jetzt so als Philosophen dargestellt, ist er ja auch. Aber es hat natürlich mehr so eine praktische Aussagekraft. Ja, der ist ja kein Philosophe. Nein. Er ist ja ein Soldat. Ja. Was bedeutet, sein Thema ist nicht irgendwie so eine Vernunft oder sowas, sondern Rationalität. Wenn du jetzt sagst, wir wünschen uns irgendwo keine Irrationalität. Wir kennen ja seine Rationalität. Er will den Krieg gewinnen. Das ist sein Rational. Und so kennen wir das auch bei Qi. Wir wissen, er möchte in diesen Geschichtsbüchern stehen. Wenn er Vergangenheit ist, so wie heute Mao, soll immer noch an ihn gedacht werden können. Das, was also immer Putin unterstellt wird, von irgendwelchen Ukrainern, die sagen, ja, irgendwer muss ja noch Putins Geschichte schreiben, sollen können, also kann er die nicht wegbomben mit einer Atombombe. Das würde ich sagen, gilt dann bei Qi schon. dass er dann doch das Geschichtsbuch mit seinem Namen drinnen dem Weltuntergang vorzieht. Würdest du, wenn du ein Versicherungsunternehmen, wäre es da eine Versicherung geben? Am Ende müssen wir es irgendwie machen. Ja, ja, wir sind dem ausgeliefert. Wir sind dem komplett ausgeliefert. Und wie kontrastreich die Welt ist, will ich nur mit einem ganz kurzen Clip zeigen. Wir sehen diesen Clip, weil er auf Russisch ist und aber englische Untertitel hat. Dieser Clip ist reine russische Staatspropaganda, vorgetragen von Wladimir Solowyev, der bekannt ist. Man kennt ihn mittlerweile, glaube ich. Inzwischen als der Propagandist, der Putin noch übertrifft, wie man jetzt zum Beispiel hier sieht. Wir versuchen das mal zu übersetzen. Also es geht darum, dass es einen Spiegelbericht gab. Darauf wird Bezug genommen, dass Deutschland sich auch vorbereitet oder solche Worst-Case-Szenarien mal durchspielt, wie wäre das, wenn man nuklear angegriffen wird. Und dieser Propagandist sagt nun, but I think there is no problem to use tactical nuclear weapons against Germany in case war is declared. Also er sagt das hier in einer Talkshow einfach mal, boah, könnte man machen. Aber ich glaube, dass es keine Probleme strategische jäderne оружie in Deutschland in dem Fall dass sie uns die Krieg nicht gibt. Es gibt keine Ziele für jäderne оружie. Es gibt eine Ziele, sehr einfach. Und dann sagt jemand, der ihm widerspricht, aber da gibt es ja kein Ziel. Und dann sagt er nochmal, there is a target, a very simple one. Germany is the target. Also nicht Stuttgart, sondern Schandsland. Ja, ganz deutsch. Das ist dann das Ziel der nuklearen Kraft. So wird darüber gesprochen. Es ist widerwärtig. Anders kann man es nicht sagen. Deswegen gehen wir zurück zu jemandem, der vernünftiger ist, zu Marc Milley. Wieder bei diesem Forum wird er gefragt, wie das denn nun sei mit diesen nuklearen Drohungen aus Russland. One more on Ukraine. Vladimir Putin hat said some things that have been interpreted as threatening the use of nuclear weapons. They talk about tactical, I think it's low yield, basically, nuclear weapons. How seriously do you and the U.S. military take that threat? And what could we do to prepare for that possibility? We take any discussion of nuclear weapons extremely seriously. We watch it very, very closely. And we look at, you know, strategic nuclear weapons, what they're talking about when they use that term. Those are intercontinental ballistic missiles, large megaton type weapons. When you talk about low yield or non-strategic or tactical nuclear weapons, you're talking about things that are in the one to two kiloton. Hiroshima and Nagasaki is sort of the rule of thumb that people use and those are in the ten to fifteen kiloton. So a one kiloton weapon will destroy by blast and fire out to maybe five hundred meters and then there'll be radiation that goes out considerably further than that. Diese strategischen nuklearen Waffen sind also auch Waffen, die ein flächendeckendes Desaster bedeuten. Das ist nicht. Ja, es gibt vor allem dadurch, dass es so Strahlung hinterlässt und sowieso keinen taktischen Einsatz davon. Ja, es gibt keinen taktischen Einsatz. Das kann man ja nochmal verbinden mit dieser Zeitkomponente, die Mark Milley vorher nannte. Die Amerikaner haben ja immer, wenn die Drohung kam, das wieder so ein bisschen runtergedampft, in denen sie sagten, wir beobachten jedenfalls keine Vorbereitung russischer Waffen, Atomwaffen. Was ja auch wieder bedeutet, es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis sie bereit wären und in dem Moment würde sich Amerika auch bereit machen, dann würde der Charakter des Krieges sich selbst der Natur des Krieges ausliefern. Weil dann macht einer einen Fehler und dann fliegen die halt automatisiert aufeinander zu. Aber solange es nur Gerede ist, aber noch keine Vorbereitungen beobachtet werden können, bleibt man noch im Charakter des Krieges, im modernen Charakter und fällt nicht zurück ins mittelalterliche Nature of War. Auch hier wieder ganz klar, man muss eine Unterscheidung treffen, wie du das jetzt eigentlich schon getan hast. Da gibt es auf der einen Seite die Rhetorik, dazu sagt Milley. Das finde ich schon mal sehr schön, dass er auch sagt, das sollte man nicht tun. Man sollte diese Rhetorik gar nicht bedienen, aber es ist jetzt nur Rhetorik. Das hat man ja auch bei G20 jetzt eigentlich vereinbart. Ja. Also die Russen und die Amerikaner stimmten darüber überein, dass nicht nur der Atomwaffeneinsatz, sondern auch das Gerede darüber geächtet wird. Und die Russen haben natürlich nur Lavrov geschickt und er war dann auch nicht da, als das besprochen wurde, aber da war man sich doch recht einig. Nochmal, Milley, jetzt neben der Rhetorik gibt es auch die Handlungen. On the other side, we're not seeing physical acts yet. We may not see 100% of everything, but we're not seeing physical acts of indicators of the imminent use of any nuclear weapon at this time. But that's not a guarantee. It's not even a prediction. It's just a statement of fact of what we're seeing so far. And we may not be seeing everything. When you're talking about low-yield nuclear weapons, you're talking about relatively small pieces of equipment. So you may or may not be able to visually see that or hear and talk about it and so on and so forth. But we do watch it. It's very serious. It would be an enormous step, if someone were to do that. Man kann gar nicht alles sehen. Wir haben jetzt eben erfahren, wir können alles sehen, aber hier gibt es doch auch wieder Sachen, die man nicht sehen kann oder die man zumindest so verdeckt erst einmal gestalten kann, dass man es nicht mitbekäme. Man nimmt es sehr ernst. Er hat es jetzt mehrmals formuliert so. Und wir haben Macron im Ohr, wir haben Kissinger im Ohr, wir haben Merkel im Ohr, die alle sagen, man muss den Putin sehr ernst nehmen. Und wir haben eine deutsche Debatte noch immer dadurch dominiert, dass man sagt, also wir wollen uns ja wohl mal nicht jetzt von unserer Angst treiben lassen. Jetzt aber nur mal mutig rein in das Manöver. Es ist für mich alles nicht nachvollziehbar. Wir haben es hier mit dem Experten überhaupt zu tun, der die ganze Zeit in großen Entscheidungen drinnen steckt und das seit Jahrzehnten tut. Und der sagt, ja, wir nehmen das sehr ernst. Und der weiß auch, dass man nicht mal gerade was lostritt. Ich meine, das war ja etwas ganz Eigenartiges. Wir hatten ja mal kurz den Dritten Weltkrieg auf Twitter in diesem Monat. Und die, die nicht bei Twitter sind, werden das ja gar nicht mitbekommen haben. Es gab ja diese Raketen, die in Polen eingeschlagen sind. Und sofort waren Lambsdorff, Strack, Zimmermann und dergleichen, waren alle sofort auf dem Trip. Jetzt müssen wir, also als würde man sich geradezu freuen, ob wir noch es schaffen, einen Dritten Weltkrieg anzuleihen. Und jetzt kommt diese tolle Pointe, meine persönliche. Ich war an dem Abend unterwegs, war nicht bei Twitter, mache morgens Twitter und hatte also auch von diesen Raketenmeldungen gar nichts mitbekommen. Stehe morgens im Hotel auf, mache einen Laptop an und da war der Dritte Weltkrieg dann schon abgesagt. Und dann habe ich das retrospektiv nachvollzogen, war froh, dass ich es an dem Abend nicht mitbekommen hätte, weil es einen ja dann doch vielleicht ein bisschen aufbringt. Und da hat man gesehen, wie verantwortungslos solche Leute sind. Da kann man ja nur drei Kreuze machen, dass die jetzt keine entscheidenden Positionen haben, also entscheidende Positionen im Sinne von Entscheidungspositionen, wenngleich die ja auch da in Militärausschüssen und Thinktanks und was weiß ich sitzen. Es ist unverantwortlich. Deswegen hier nur ganz kurz die Antwort von Marc Milley, der ja auch gefragt wurde, und wie bereitet man sich darauf vor? Und wie bereitet man sich darauf vor? Ja, man kommentiert es einfach nicht. Man kommentiert es nicht. Nur als Frage in den Raum gestellt, Strack Zimmermann hat diesen Tweet gemacht und hat dafür auch auf den Deckel bekommen, intern. Und ich habe seitdem auch nichts mehr von ihr gehört. Ich sehe jetzt hier so bei Google News, sie hat sich nochmal zum Einbürgerungsrecht jetzt, FDP-Vize im NTV-Frühstart, Strack Zimmermann hält neue Staatsbürgericht und so weiter. Aber ihr eigentliches Leib- und Magen-Thema hat sie so ein bisschen ausgespart seitdem, jetzt im November, glaube ich. Ja, man ist etwas ruhiger geworden. Vielleicht auch ein bisschen bunt getrieben. Ja, das ist auch so bekloppt. Man findet gar keine Worte dafür. Nee. Dass man auf Twitter ... Ich fand's auch ... Es ist vor allem so ein ... Also, ich war an dem Abend klettern. Und dann habe ich so gesehen, in der Chatgruppe tauchte das so auf. Und ich habe gesagt, na gut, okay. Zwei Waffen, die irgendwo ... Man hat ja dann relativ zügig festgestellt, es ist nicht mal ein Kilometer hinter der Grenze. Also, die können auch in der Luft abgeschossen sein, tun und so nach unten. Und man fragt sich, ist Putin wirklich so doof? Ist das denkbar? Genau. Ist es denkbar? Ist es, warum ... Also, es ist ja immer noch ein Krieg. Da passieren halt so Sachen. Aber so sehr ich dann doch diesen ... Ja, kann halt passieren. Das war sofort so ein Rational. Diesen Strack-Zimmermann-Tweet kann ich mir nicht erklären. Ja. Das ist so dumm. Ich habe heute schon häufiger dieses Urteil gemacht. Das ist so dumm. Aber es ist wirklich so wahnsinnig dumm. Man sitzt doch nicht als Ausschussvorsitzender des Verteidigungshaushaltsausschusses. Abends an Twitter und macht da Kommentierungen für etwas, das man in Nachrichten sieht, ohne mit irgendeinem mal kurz zu telefonieren, zu sprechen, nachzufragen oder Sonstiges. Ja. Also, jeder darf alles kommentieren. Einfach nur auf der Fernsehzuschauer-Position ist sie da. Vergessen, dass sie Politikerin ist. Genau. Und sagt dann einfach, ach ja, hier brauchen wir aber eine Antwort. Ja, vor allem, wie kann man denn in dem Moment, wo er hier sagt, schweigen. Sagen, oh, jetzt mache ich eine kleine Show auf Twitter. Das nutze ich so als Bit. Ja. Denn sowas kann ja wirklich was auslösen. Also, das können ja, es waren ja, wenn man sich die Kuba-Krise ansieht, oft Missverständnisse, die nahen in den Abgrund geführt haben. Ja, genau. Deswegen hat man ja Kommunikationskanäle. Wenn irgendein Militär aus Russland das verfolgt, was die hier schreiben, sagt, wie, ach so, sind wir da schon im Gefecht? Ja, dann legen wir mal los. Also, es ist unverantwortlich. Ja. Wir kommen zu Millie noch einmal zurück. Und jetzt geht es darum, wann kann man mit Russland verhandeln, darf man mit Russland verhandeln. Wir wissen, da ist die Position ja auch, also wer Verhandlungen in den Mund nimmt, macht sich schon fast verdächtig. Mark Millie ist natürlich derjenige, der viel weiter denkt und viel größer denkt. Wir hören ihn. Aber als a student of warfare, as you look at the battlefield, as it were, is this the right time to do that? Or what else needs to happen before you can really get to the bargaining table? Well, I think you have to have something to negotiate about. That's one key thing. But I think also, there has to be a mutual recognition, that military victory is probably, in the true sense of the word, is maybe not achievable through military means. And therefore you need to turn to other means. Ein militärischer Sieg ist nicht schaffbar, für keine der beiden Seiten. Wenn man das sagt, dann macht man sich hochverdächtig. Dann heißt es ja, willst du dann etwa nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Und hier sagt jemand, ja, im strengen militärischen Sinn ist das nicht machbar. Und jetzt führt er das aus. Und zwar anhand eines historischen Vergleichs. Also wir sind jetzt im Ersten Weltkrieg angelangt. Der Krieg, der Erste Weltkrieg, wurde sehr statisch. Und zwar sehr schnell. Übrigens dieses klappernde Geschirr im Hintergrund, das sind nicht wir, sondern das sind die Gäste bei diesem Forum, die gemütlich speisen und sich ein bisschen was vom Weltkrieg erzählen lassen. Das kann man alles im Westen nichts Neues auch nachvollziehen. Die Älteren, die da die Jungen ins Manöver schicken und sie selbst müssen eigentlich oder haben auch erkannt, dass der nicht militärisch zu gewinnen ist. Und zwar sagt er jetzt, also Weihnachten 1914, war das schon klar? Sie sahen auf Sunkkost, das ist ein ökonomisches Klub, jeder weiß, was Sunkkost ist. Und sie sahen auf, wir haben ein Millionen Kassel mit dir so far, von August bis December. Also wir müssen die Vierkrieg, wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen und weitergehen bis zum Wunsch. Und zwar waren es noch andere, die sagten wir, wir sollten negativieren, weil das ist, cut your losses, 7% loss in your stock, you cut, right? So you cut your loss. Es gab Stimmen, die sagten, nee, wir müssen sehen, dass wir den Krieg beenden. Wir haben schon zu viel investiert, ist dann die Logik. Hat man aber nicht gemacht und dann ging das folgendermaßen weiter. But the side that said, fight on to win, they're the ones who won the argument, so the war goes on for 1915, 16, 17, 18, so that one million people that were killed from August to December turned into 20 million killed by 1918. Five Empires crushed and you set the condition for the greatest war, World War II in history, you set the conditions for the rise of Nazism and Fascism and all the rest of it. So, things can get worse. Oh Gott. Besser kann man es nicht ausführen. Also, da sitzt ja jetzt echt Mark Milley und sagt, also Krieg ist echt das Dümmste, was sie machen können. Wenn sie mich engagieren, das ist, ich habe es schon mal, Bruce Willis in dieser Rolle in der Ausnahmezustand in New York, wo die, es finden diese Angriffe statt, also wie Terror dann am 2. September, aber nicht so groß, sondern so mal hier, mal da. Ja, Busse werden gesprengt und dann sagt er denen ja auch, so als Militärchef, versuchen sie bitte noch alles, außer mich zu engagieren, weil wenn sie mich engagieren, dann mache ich das hier militärisch. Ja. Dann richte ich hier Lager ein und sperre die Straßen ab und dann ist nichts mehr da. Ja. Und dann sagen die Politiker, komm wir machen sie das militärisch und dann, dass diese Eigenlogik inklusive, und das wird ja in dem Film ganz wunderbar dargestellt, die ganze Erzeugung der Wut, die dann auch zum 2. Weltkrieg führte. Also das ist, so wie Mark Milley hier über den Ersten Weltkrieg spricht, sollte man sich das echt nochmal anhören, wenn man zu leichtfertig über den Krieg in der Ukraine spricht. Ja, ja. Und auch dieser Bezug zum Ersten Weltkrieg, der ja auch hier dann ein bisschen verpönt war, nein, nein, man kann das nicht, man kann das nicht, und er macht das dann. Und es gibt nur eine Schlussfolgerung und das ist auch der letzte Clip dann daraus. Das ist ja diese deutsche Vorstellung, beziehungsweise so gehen ja immer alle in Verhandlungen rein, da ist ja Selenskyj ganz vorn dabei. Bedingungen, die dazu führen, dass man miteinander spricht, während man ja eigentlich reingeht, nee, wir sprechen erstmal einfach ohne Bedingung, auch ohne Ziel. Das war ja im Kalten Krieg so, dieses Sprechen, das gesprochen wird. Ja, genau, Kommunikationskanäle nutzen und es kann dann während des Sprechens sozusagen die Möglichkeit entstehen. Das ist ja im Westen nichts Neues, das ist eigentlich nur ein Netflix-Film, oder? Kam der irgendwie nochmal im Kino so? Der hatte nur so eine Kinopremiere, damit er auch für die Oscars sich qualifiziert, aber es ist ein reiner Netflix-Film. Ja, ist ganz erstaunlich, wie Netflix sich da auch inhaltlich investiert, um das nochmal zu zeigen. Weil da kommt ja auch ganz wunderbar diese Dreigliedrigkeit. Man hat ganz unten diese einfachen Soldaten, die gar nicht wissen, was machen die eigentlich, achso, wir gehen halt alle so in den Krieg. Und dann ist man da plötzlich im Krieg, in so Schützengräben, wo keiner niemanden kennt und dann macht man halt so, Befehle sind. Dann diese Mittelposition, also so irgendwelche Befehlshaber sind so in der Nähe, können Befehle zurufen und Motivationsreden halten, aber dann gehen sie zurück zum Tee und die jungen Leute gehen zum Krieg. Und dann völlig irgendwo fährt halt so ein Zug, wo wirklich diejenigen, die im Zweiergespräch sagen könnten, wir hören jetzt auf mit dem Blödsinn, nicht zueinander kommen, sich nicht vertrauen, stimmt die Übersetzung, was flüsterst du mir hier zu und so. Und da sieht man einfach, das ist, also das ist die Gemengelage, die genau immer so ist. Egal, welches Zeitalter, welche technischen Möglichkeiten und so weiter. Und das sind mal diese Fußsoldaten, die müssen dann einfach da in den Krieg. Putin rekrutiert sie irgendwie aus dem Osten zusammen und bläst dann die große Rekrutierungen in den urbanen Zentren ab, weil das hätte er wahrscheinlich politisch nicht überlebt. Und die Ukraine, ja, uns mangelt es nicht an Menschen. Der Westen soll mal ruhig Material liefern, aber an Menschen mangelt es uns nicht. So, wir fehlen, uns fehlen noch Panzer. Also es scheint wirklich keinen Mangel an Menschen zu geben, so ein Krieg dann auch nochmal, also das kann man sich jetzt auch schon vorstellen, wie das auch nächstes Jahr zu Weihnachten noch genauso weitergeht. Ja, ja, wenn man diese Perspektive sich mal von Marc Medi vergegenwärtigt, ja. Die reine Strack-Zimmermann-Linie, wir machen das hier griechisch, also wir fechten es aus, die führt dazu, dass wir auch 2028 wahrscheinlich noch irgendwie Kiew-Schwiedersen-Raketen irgendwie runtergekommen. Also in deren Sicht ist das alles bekloppt. Wir haben ja eben schon über das Sterben gesprochen, weil Menschen sterben wollen. Manche sterben ja einfach, weil sie es müssen, sie sind alt und so weiter. Es gibt neue Sterbetrends, vielleicht hast du es noch nicht gewusst, ich habe es nicht gewusst. Es wird in meinem Umfeld recht wenig gestorben, aber kurze Aufklärung, die Zahlen sind beeindruckend. Putzen für den Feiertag. An alle Heiligen sollen die Gräber nicht nur hier in Wassenberg am Niederrhein ordentlich und aufgeräumt aussehen. Ein Friedhofsgrab ist nicht nur Gedenkort, sondern bedeutet schlichtweg auch Arbeit. Heckenschneiden, Unkraut jäten und immer wieder neue Pflänzchen. Doch viele möchten das heute nicht mehr. Zwischen den Doppelgräbern in Wassenberg klaffen deshalb diverse Lücken. Aber wenn man früher über den Friedhof gegangen ist, gerade jetzt um die Jahreszeit, da war ein reines Kerzenmeer. Und das ist heute bedeutend weniger geworden. Heute, wenn man über den Friedhof geht, die ganzen Leerstellen, die Lücken, die sieht manchmal nicht so gut aus. Beliebt ist stattdessen dieser neue Bereich mit Wiesengräbern. Mittlerweile entscheiden sich dafür 90 Prozent der Angehörigen. Und wir sind ja auch bedeutend globaler geworden. Die Leute leben teilweise, die Kinder oder Enkel, die leben hier gar nicht mehr, die arbeiten auswärts. Und wenn man dann im heißen Sommer zum Beispiel die Verpflichtung hat, zwei-, dreimal in der Woche das Grab zu pflegen, zu tränken oder wie jetzt mit der Laubzeit abzuräumen, ist gar nicht zu bewerkstelligen. 90 Prozent. Es gibt gar keine Sterbe-Friedhofskultur mehr in Deutschland. Das wundert mich als Zahl. Ich weiß von diesem Trend, aber dass er so groß ist, das ist mir neu. Es sind genau die Gründe, die er aufführt, warum das so ist. Und ich vermute, dass sich dieser Trend dann auch weiter durchsetzen wird. Ja, ob es denn 100 Prozent sind oder nahezu. Ich will natürlich noch einen Stein haben. Ich will ja eine Erdbestattung und Stein. Um den, was sich wohl selber kümmern müssen. Denn alle anderen haben keinen Bock mehr drauf. Ja, das stellt sich ja bei mir, du könntest ja immerhin noch deine Kinder in die Pflicht nehmen und das testamentarisch festhalten oder so. Ich müsste dann so einen Fonds anlegen, dass da zehn Jahre draus jemand bezahlt wird, der dann diese Arbeiten verrichtet, die der Bestatter gerade aufzählt. Ja, aus privatem Gespräch, wenn nicht indiskret sein, keinen Namen. Aber letztens erst gehört, jemand wollte gesprengt werden. Das konnte natürlich nicht bewerkstelligt werden. Denn Sprengungen von Urnen gibt es nicht in Deutschland, weil es breitet sich dann aus in der Natur. Aber es gibt verschiedene Trends und 90 Prozent sagen, ja, Wiesengräber, es ist einerseits billig und die Tochter wohnt ja eh woanders und so. Daher auch keine Kerzen mehr, kein Kerzen mehr mehr an Feiertagen. Der Soziologe Thorsten Benkel charakterisiert uns noch ein anderes Anliegen. Der Friedhof verliert an Renommee und einen Schritt weiter geht es dann, wenn Menschen sagen, dieser tote Körper, der ist gar nicht mehr das Zentrum unserer Trauer und die Trauer muss sich darum gar nicht mehr bewegen. Also da wird der Friedhof weggelassen, da hat man auch nichts mehr zu Hause von diesem toten Körper, sondern da geht es darum, dass man sich einfach erinnert mit Fotos, mit Videos. Und das ist der entscheidende Trend. Das stimmt und ich kann es auch da an mir selbst sehen, selbst wenn ich jetzt so ein Verfechter des Grabsteins eben war. Ich bin natürlich auch keiner, der auf den Friedhofen anzutreffen ist, wo ich der meinen gedenken kann. Das ist nichts, was für mich stattfindet an einem Grab. Genau. Wir sind ja kurz davor, dass wir alle ein Hologramm haben, ein Avatar, 3D und dann werden wir halt so konserviert. Je nachdem, Facebook hat sich ja schon. Wir sind ja konserviert, wir schreiben Bücher, wir machen Podcasts, wir sind im großen Internetarchiv vertreten. Wir können schon gar nicht mehr vergessen werden, aber es geht ja für umso mehr Menschen, so mehr Zeit ins Land geht. Irgendwann wird man natürlich trotzdem vergessen, aber wir halten das mal fest, wir können nicht vergessen werden. Und genau, wir haben jetzt mit einem Trend zu tun, den Menschen reicht die Erinnerung oder ihr digitales Artefakt. Und damit sind wir beim Thema Ticketmaster. Was ist das Geschäftsmodell von Ticketmaster? So nennt sich der amerikanische Monopolist für Tickets. In Deutschland kennen wir Eventim, gleiches Business, gleiche Monopolstellung. Noch anderes Gebaren, aber wir gucken uns mal das amerikanische an, denn es ist wahrscheinlich trendsättend. Ticketmaster beschreibt sich selbst laut Werbevideo so. Der Sound eines Gitarrenriffs bei 120 Dezibel. Wenn dein Star singt, was du fühlst und die Menge jubelt. Wenn dein Team den Titel gewinnt, zum ersten Mal seit 20 Jahren. Wenn du 738 Stunden darauf gewartet hast, dass sich der Vorhang hebt. Wenn du genau so sein kannst, wie du sein willst. Ticketmaster. Dein Ticket für echte Emotionen. So. Du fühlst dich angesprochen. Warum gehst du in die Oper? Weil du willst, dass dein Star singt, was du fühlst. Buche ich aber über die Oper, nicht über Tickets, irgendwelche Dienstleister. Aber es ist, glaube ich, dann zum Teil auch damit wieder verbunden. Man wird dann weitergelotst. Also bei der Oper Frankfurt weiß ich es jetzt gerade nicht, aber bei manchen wird man dann weitergelotst. Und es sind viele Zahlungsdienstleister und sonstige Dinge, die da noch mit eine Rolle spielen, weshalb die Tickets dann teurer sind. Ja, wir sagen es jetzt aus eigener Anschauung. Es ist nicht einfach, ein Ticket zu verkaufen, weil am Ende muss es irgendwie ankommen, vorzeigbar sein. Es darf nicht übertragbar sein. Also alles, was wir so an Problemstellungen irgendwie haben, damit es am Ende auch funktioniert. Und man greift dann der Einfachheit halber so einfach auf Dienstleister zurück, dass ja Eventim auch zum Beispiel sich anbot, das Impfen in Deutschland zu organisieren. Also diese Terminvergabe und so weiter, da liegt also insgesamt recht viel drin und wir haben jetzt hier gehört, sowohl auf den Friedhöfen, das digitale Artefakt bleibt irgendwie dann doch noch ein bisschen präsenter und Ticketmaster verkauft sich hier selber als wir verkaufen Erinnerungen, Emotionen und so weiter. Davon will man ja auch was haben. Bevor wir nämlich jetzt in dieses Ticketmaster Problem einsteigen, was natürlich damit zu tun hat, dass Taylor Swift 52 Auftritte nächstes Jahr in Amerika und zwar nur in Amerika hat und die Ticketpreise dort zwischen 49 und 449 Dollar rangieren, was auf eine historisch beispiellose Nachfrage traf. Allein 3,5 Millionen Menschen haben sich vorab verifiziert bei Ticketmaster, um überhaupt noch am Vorverkauf teilnehmen zu können und dann war alles so überladen, dass es einfach nicht funktioniert hat und ihre Las Vegas Show Spitzenverkaufswerte auf dem Resale Markt von 91.708 Dollar pro Ticket hervorbrachte. Und den Menschen aus, um dann Taylor Swift live zu sehen. Genau, was dann dazu führte, dass die amerikanische Bundesregierung, allen voran David Sicilien, den kennen wir schon als demokratischen Kongressabgeordneten, der eine sehr gute Sitzung mit dem Silicon Valley damals geleitet hat und so, der dann hier mal twitterte, also Ticketmasters überbordenden Wartezeiten und überhaupt diese ganzen Gebühren, die da noch bezahlt sind, das ist ein echtes Problem. Und wir werden uns Live Nation Ticketmaster, da sind nämlich zwei Unternehmen vor zwei Jahren zusammengegangen, die jetzt dieses Monopol bilden, mal anschauen unter Monopolgesichtspunkten, Breakup Ticketmaster, ist dann der Hashtag dazu. Und es ist so. Inzwischen treibt es Ticketmaster ganz schön weit, denn was in diese ganzen Diskussionen, in die wir gleich einsteigen, nicht Thema war, was aber super interessant ist, gerade beim Thema Sport hat Ticketmaster jetzt verkündet diesen Monat, dass sie mit der Flow Blockchain zusammenarbeiten von Dapper Labs, die Serious Business of Fun and Games on the Blockchain vermarkten. Und da fragt man sich, Fun and Games, Serious Business, man geht zu einem Basketballspiel und weiß, also das Ticket kostet da eh vierstellig, kleine Hallen und so, nicht so riesige Stadien. Und jetzt gibt es da einen Blockchain-Anbieter, der durch seine letzte Fundingrunde auf sieben Milliarden Bewertung kam. Was für ein Missen ist, steckt denn da dahinter? Und in dem Falle ist es mal nicht nur, wie bei FTX und so weiter, einfach nur die Verwaltung von Wallets oder so, sondern die haben ein echtes Angebot. Und die verkaufen nämlich in Partnerschaft mit der NBA Spielmomente. Spielmomente. Genau. Also du hast ja gerade in Deutschland auch wieder durch die Fußball-WM die Spielkarten, wo die Fußballspieler drauf sind und so weiter. Wie wäre es denn, wenn man nicht nur den Spieler auf einer Karte hat, sondern das Spielmoment, sein Tor, sein Assist, sein was auch immer. Und beim Basketball fällt ja viel an. Also da kommt da mal ein Drei-Punkte-Wurf und da ein Dank und so. Und das kann man dann kaufen und die Banken verschenken. Ja, man geht dann auf. Kann ich sagen, hier unser Bremer Goldjunge, der hat doch dieses tolle Tor gemacht. Diesen Moment hätte ich gerne. Dafür gebe ich 50 Euro aus. Und ich empfehle euch allen, das euch immer live anzugucken. NBA Top Shot ist der Google-Suchbegriff. Dann kommt man auf die NBA Top Shot Seite. Und dort gibt es so kleine digitale Zertifikate. Also sie sehen aus wie kleine Storys, so im 16 zu 9 oder 4x3 Format hochkant, wo unten so Krimskrams draufstehen, wie auf so einer Pokémon-Karte. Und dann ein Bewegtbild drin ist von diesem Spielzug. Mal drei Sekunden, mal zehn Sekunden, irgendwas. So. Und dann steht einfach ein Preis drunter. Und dann kann man das kaufen. Oder weiterverkaufen. Oder wie auch immer. Und die treiben das jetzt so weit, dass man sich halt, bei dem Spiel war ich und diesen Spielzug und so weiter. Und dann hat man zu seinem Eintrittspreis von tausenden Dollarn auch noch so eine Erinnerung, wo dann der eine eigene Name. Also man kommt in so eine Galerie und da steht halt, wer ist hier gerade Besitzer und Käufer und wie auch immer. Und das rangiert auch alles so im vierstelligen Dollar-Bereich. Ach ja. Also Leute sind wirklich breit. Wir hatten ja schon mal damals im Zuge von NFTs über diese Fußballkarten gesprochen, die jetzt digital sind, die dann auf Börsen gehandelt werden und auch in limitierter Auflage erscheinen. Und jetzt gibt es auch noch diese Momente. Genau. Und beim Sport ist das schon super beliebt, weil man das eben so runterbrechen kann auf dieser eine Spielzug und das war doch das Spiel, wo ich auch dabei war und so. Und das will eigentlich Ticketmaster gerade ausbauen, indem sie nämlich sagen, wir machen jetzt NFT-Tickets, die hauptsächlich als Erinnerungsstücke dienen. Also das sind gar nicht Tickets, mit denen man sich Zugang gewährt. Das kriegt man weiter so als PDF, dass man dann auch im Bildschirm aufzeigen darf, weil da ist ja nur ein Strichcode drauf. Sondern zusätzlich zum Event kann man sich nochmal ein NFT-Ticket als Erinnerungsstück holen, was dann über diese Flow-Blockchain mit der Ticketmaster jetzt, nachdem die NFA so gut mit denen zusammengearbeitet hat, auch machen möchte. Also das ist eigentlich die Richtung, in die Ticketmaster gerade gehen möchte. Weil wohin mit der ganzen Kohle, die man gemacht hat? Man muss ja investieren, um dann mehr Kohle draus zu schaffen. Aber Ticketmaster wurde gerade scharf ausgebremst, denn wir haben hier ein Problem mit, oder Ticketmaster ein Problem mit Taylor Swift. Und das gehen wir hier mal durch. Wir haben sowohl das Problem, dem wir uns langsam nähern, als auch gleich die Lösung, denn interessanterweise war es im November auch gleich Cory Doktorow am Start. Sehr gut. Der seinerseits gerade bei More Perfect Union am Start ist, die wollen nämlich Schicksalsgemeinschaften gründen, also die Idee der Gewerkschaft wieder voranstellen und sie haben eine PerfectUnion.com, die ihrerseits mehr so Medienangebot ist. Also die verstehen sich so als Aktivisten und mediale Aktivisten irgendwie, die machen dann so YouTube-Videos. Hier zum Beispiel Cory Doktorow zum Thema Ticketmaster. Ja, including the boss. Also, Cory Doktorow hat einen kleinen Podcast, in dem er das Beste macht überhaupt, nämlich Clips spielt, damit gewusst wird, worüber man spricht. Und er hat hier verschiedene Fernsehanstalten mal rausgeschnitten, die sagen, ey, also Tickets kosten ganz schön viel. 5.000 Dollar als Normalpreis, um zu einem Pool-Spring-Scene-Konzert zu gehen. Das kotzt ziemlich viele an. Woher kommt das? Und das ist jetzt ein Problem, das er gleich mal im Intro nennt. Dynamische Preisgestaltung bei Tickets. Hohe Nachfrage bedeutet, wir können dir dein Ticket nicht zu diesem Preis jetzt garantieren. Wie bei den Hotels. Hotelbuchungen, zum Beispiel bei Hotels immer häufiger. Genau, wenn Buchmesse ist, kostet das Hotel einfach dreimal so viel. Und hier wird dann einfach gesagt, ja, registrier dich erst mal als Fan von Taylor Swift. Das machen dann 3,5 Millionen. Dann sagen wir dir, was das Ticket kostet. Wir wollen nämlich erst mal gucken, wo können wir denn so anfangen mit den Preisen und so. Also dynamische Preisgestaltung, schon mal ein echtes Problem. John Oliver, nehmen wir als zweites hier mit, der hat vor 8 Monaten schon ein Last Week Tonight genau zum Thema gemacht. Und wir können das jetzt ein paar Clips unter der Maßgabe auch gucken, dass seitdem nichts passierte. Sondern es musste erst Taylor Swift kommen und die wirklich an die operativen Grenzen bringen. Aber wenn du hast oder sogar versucht, Tickets zu kaufen, dann wirst du wissen, dass diese Erfahrungen an einem Kosten. Ich habe die letzten Stunde und 15 Minuten versucht, pink Tickets zu bekommen. If you don't want to be behind the stage, you're looking at $500 per Ticket. Who can afford that? For the amount that I'm paying to see any random band that's going on tour, they better be fucking serenading me. Why are bad-buddy-tickets so damn expensive? Don't make me want to sell my husband's feet on only bands. Wow. Also, John Oliver konnte damals aufgreifen, was in den sozialen Medien schon an Debatte vorlag. Sehr viele Leute beschweren sich. Und trotzdem haben die dann offenbar die Säle noch voll bekommen, trotz dieser Preise. Genau. Wie das klappt, trotz der Preise, klären wir gleich. Das ist auch einer dieser großen Skandale. Ich dachte, dass sich Märzgänze doch früher erreicht. Ja, gerade jetzt, wo so viele Abschiedstouren sind und Elton John zum zehnten Mal auf Abschiedstour geht, denkt man sich, wenn ich heute nicht gehe, verpasse ich ihn. Aber der steht doch gar nicht mehr auf, der wird auch an diesem Flügel hin und her geschoben. Er lässt sich dann von Dua Lipa begleiten. Also, es geht drunter und drüber und alle bedienen sich hier an einer, es gibt da schon eine Debatte, entweder in sozialen Medien oder im Fernsehen, hier brodelt doch irgendwas. Und The Young Turks, die man ja so ein bisschen als progressiven, wir stänkern mal zurück, Fernsehsender kennt, die haben ja auch ein kurzes Intro zum Thema, weil nämlich Fox News es auch zum Thema machte. Wir können uns überlegen, wenn jetzt sich Leute aufregen darüber, dass sie zu viel Geld bezahlen, wie wird wohl der Fox News, die Fox News Einflugschneise in dieses Thema sein? Wir lassen uns aber langsam. So, bevor sie das jetzt dann spielt, wie Fox News sich dazu hat, Erklärt sich es auch kurz, was das Problem ist, das müssen wir uns aber nicht anhören, wir können es alle verstehen. Also, wenn ein Ticket 500 Euro kostet oder Dollar und überhaupt nur zu wenig in Verkauf gegeben werden, dann funktioniert die Seite auch nicht. Man weiß gar nicht, ich kriege überhaupt ein Ticket, da muss man sich vorher registrieren. Den ganzen Blödsinn, das ist alles blöd. Und das geht auch nur, weil da ein Monopolist am Werk ist, der keine marktwirtschaftliche Gefahr von Konkurrenten entgegennehmen muss, erwarten muss. Und sie kommt dann danach darauf zurück, wieder, dass ja Fox News diesen Clip hat, den sie dann spielen möchte. Und damit haben wir dann auch die ganze Bandbreite, einmal von John Oliver mit Cory Doktorow, die Young Turks und Fox News zum Thema. This is corporate greed, full stop. This is what corporate greed looks like. And if you notice, the right wing, including the goons you're about to hear from, from the five, love to pivot away from the accurate narrative regarding corporate greed and how monopolies empower corporate greed. And they shifted over to, this is just about wokeism. It's wokeism. It's wokeism. In fact, let's watch the video. Here's the five. I can't help but notice this, okay? And I'm only noticing this. So Live Nation is owned by Liberty Media. Liberty Media CEO is John Malone. John Malone has gone about the process of de-woke-fying most of his companies. Batgirl out. Most of this has been made sane once again under the umbrella of Liberty Media. Once you let go of something that the Democratic Party had control of, you suddenly start getting threats of FTC letters. Ask Elon Musk. All of a sudden now, if you lose control of something, the government wants to take a look. And when I see that Amy Klobuchar and a few of these centers want to look into Ticketmaster, it reminds me, what else does Liberty own? They just bought CNN. And CNN is going through a process of de-woke-fying as well. And now there's threats of, I don't know, any trust looking under the hood. It's simply an observation, but it does seem to be a correlation. There is a rhyme. I don't know if it repeats, but there is a rhythm here. There's a clear monopoly. It's so interesting, that I just want to repeat it, what you had to do with the Congress-Angehöring as you had to ask the Republicans to the Silicon Valley-Monopolists to the Silicon Valley-Monopolists and they just wanted to know, if they did that and that on Facebook post, if it was then released or not. Yeah, also Fox News, ja, das sind einfach die Woken, die sich darüber beschweren, dass, ja, es ist Ticket teuer und so, aber das ist ja einfach nur Wokismus. Und klar, dann können wir es auch labeln. Also Cory Doktorow ist nun mal ein ganz Woker und er führt uns hier weiter fort im Thema und nutzt seine More Perfect Union, um das so ein bisschen medial aufzubereiten. Ticketmaster and Live Nation, which is the same company, but we'll get to that later, can basically do whatever they want, because they have seized control over every aspect of the live music industry by creating a monopoly. This ticketing cartel has the power to destroy venues and artists who refuse to work with them. They even have their own resale platform and they encourage and incentivize ticket resellers to gouge fans. All of these exploitative practices make Ticketmaster execs very, very rich. Live Nation CEO Michael Rapinoe made $70.6 million in 2017. That's one of the largest CEO pay packages ever. But here's the twist. This entire monopoly was helped along and enabled by our elected leaders. So how do we get to a point where the people in charge of preventing monopolies are enabling monopolies? And more importantly, how can we take back power from Ticketmaster and their monopolistic brethren? Let's take a look. I'm Cory Doctorow and this is the classroom from More Perfect Union. Das ist doch mal Gewerkschaftsarbeit, wie man sie sich wünscht. Ein Thema, ein guter Host, den man da einfach dazu nimmt. Gleich die richtige Adressierung. Die Politik hat es ermöglicht, dass es überhaupt nicht kommen konnte. Dann wird Barack Obama eingeblendet. Und was hier auch so schön ist, nochmal zu sehen, wie reich dadurch einige werden. Und die Frage, die ich jetzt schon mal vorweg stelle, auch wenn du sie nicht beantworten kannst oder musst, wäre sowas, wo wir jetzt ein bisschen über Mastodon gespottet haben, vielleicht zu Unrecht, wäre so etwas nicht möglich zur Verfügung zu stellen, ohne dass solche Gewinne da gemacht werden? Also könnte man nicht sowas leicht aufmachen? Ich denke zum Beispiel an Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, die ja, soweit ich es in Erinnerung habe, ihre Tickets für ihre Shows verkaufen über einen eigenen Service, weil sie genau diesen wahnsinnig mitmachen wollten. Genau. In Amerika ist es ein bisschen komplizierter, weil du die Arenen nicht bekommst, die zum Beispiel Felix Lobrecht braucht, weil darüber auch Exklusivverträge laufen. Ah ja. Also es sind sowohl die Künstler als auch die Arenen, also die größeren Städten, als dann auch alle, die sonst noch irgendwie dazwischen hängen. Politiker lieben ja so etwas, so gesamte Arrangements zu schnüren. Ja, genau. Und das aus einzelnen Städten auch, dass man dann in Kobenz einen Konzertsaal nur buchen kann, wenn man auch das gesamte Catering von diesem merkwürdigen Anbieter bekommt und, 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 und. Kann man es selber machen, man kann es selber machen, der KS Communication Kongress nutzt ja eine eigene Software fürs Ticketing und nirgendwo funktioniert Ticketing besser als beim KS Communication Kongress, da gehst du hin, sagst du den Code, fertig, alles, alles geregelt. Man weiß, wie man es bezahlt, die können das Ticket ordentlich verkaufen, die haben ja auch immer eine Knappheit, sagen dann, okay, dieses Ticket generiert immer einen Tag später ein nächstes Ticket, sodass dann nach und nach die Freundeskreise abgeklappert werden und nicht so wild rechts und links, sondern dass dann die Leute, die dort sind, auch sich kennen und so weiter und so fort. Wir machen unsere Sachen in der KS auch über ein eigenes Ticketing, also der Musterfahrer, der das da alles organisiert, dem schreibt man einfach eine E-Mail in dem Fall und dann reagiert er darauf und sagt, hier ist dein Ticket. Also es gibt viele Wege, es selber zu machen, es sei denn, das Ticketing springt als eigenes, profitorientiertes Unternehmen selber da rein und knebelt alle mit Exklusivverträgen, was sich eben sehr anbietet, um solche, ja dann mach du doch nur die Hausmeisterei für New und ich organisiere das mit dem Ticketing und dann kriegst du einfach einen Festpreis und alles ist geregelt. Und weil dann hat man, und das ist ja sozusagen, das ist ja so ein letzte Meile-Monopolist, die haben wirklich die Kreditkartennummer der Kunden am Ende. Das bietet sich ja bei, so wie bei Amazon, auch bei Eventim an, einfach jetzt wieder, nee, ich hab doch ein Account bei Eventim, können die mir nicht das Ticket verkaufen, weil dann ist es nur ein Klick, bevor ich wieder meine Adresse und alles eingalbe und so. Also diese Profilbildung und dieser Zugang zum Kunden ist ganz wichtig. Und jetzt haben wir ja auch schon gehört, der Oberschefe von dem ganzen Laden verdient 70 Millionen im Jahr und führt damit die CEO-Liste in Amerika an. Wir sind also hier wirklich im Top-Level-Bereich, das ist nicht einfach nur, ich geh mal ins Konzert oder so, sondern Ticketmaster verkauft 500 Millionen Tickets im Jahr. Und dann kann man ja hier ausrechnen, Durchschnittspreis irgendwie 49 Dollar oder so, wie viele Milliarden das einfach sind und auf wie viel sie da Zugriff haben und ja, wie viel politische Hilfe man da auch braucht, um so ein Monopol aufzubauen. Und auf diese Geschichte geht er hier auch ein. Während wir bei den unseren eigentlichen Themen hier, das Digitale und so weiter, wo wir das häufiger behandeln, und auch in Amy Klobica nachgelesen haben, ja Antitrust braucht auch eine neue Bedeutung irgendwie, weil wir können es nicht an, der Kunde ist eine Preisgestaltung ausgeliefert, weil man bezahlt ja nichts für Facebook und so weiter. Hier ist es ja ganz anders. Das ist wirklich erstaunlich, dass sie gerade hier auf diesem Feld und insbesondere die Demokraten meinten, nee, das ist ja gar nicht Antitrust, hier hat man es ja nicht mit einer Wettbewerbsverzerrung oder monopolmissbräuchlichen Handlungen zu tun, obwohl wir das so klar an den von dem Kunden am Ende bezahlten Preisen ablesen können. Das hat John Oliver mal kurz aufgezogen. Ja, von 25 auf 87 Dollar ist der Durchschnittspreis amerikanischer Tickets in 25 Jahren gewachsen. Kann man was darüber sagen, wie viel die Stars bekommen, denn oft heißt es ja, dass sie nicht besonders viel bekommen. Oder mitverdienen, illegalerweise, also mit drin hängen, es ist in alle Richtungen. Also wir haben es hier mit einer echten Preisexplosion, einer echten Inflation sozusagen zu tun auf diesem Gebiet, ohne dass da bis jetzt die Monopolkommissionen mal eingestiegen sind. Hier hören wir nochmal Cory Doktorow zu dieser zwölfjährigen politischen Entwicklung. Also zwölf Jahre nachdem Life Nation und Ticketmaster damals zusammengegangen sind. dass sie eine 5,000 Dollar sch킨et, um die Mann singt, dass das Mann gewinnen, die Rich der einen umbrunnen, der sie ihn, die King. Und der King ist es Content, um alles reinzucht, er führt. Wir haben immer alles. Sie haben auch den Ticketresale-Ticket-Bushe. Sie haben ihre eigene Resell ambiente, die Tradesdesk. Und in 2018, eine Linke ablesen, dass Ticketmaster zusammengegangen und gezwungen Reisentigungsgericht zu setzen enormen Ticketresale-Ticket-Prischen. Das heißt, man kann sich Tickets besorgen und kann sie wieder über diese Resale-Plattform verkaufen. Das bedeutet, das ist nicht nur für Leute gedacht, die leider nicht können, weil sie gerade Corona haben, sondern daraus kann man ja auch schon ein ganz gutes Geschäft machen, wenn man weiß, was wird ausverkauft sein. So ein bisschen wie bei den Sneaker-Hypes und dann kann man die auch da auf den Resale-Plattformen verkaufen und Ticketmaster bietet jetzt nochmal eine, also dafür auch die Plattform an. Das heißt, die verdienen dann an jedem Ticket zweimal. Ja, sozusagen. Also es ist total verdreht. Wir werden auch diesen Problembereich gleich noch aufziehen. Resaling ist ja nur das eine. Diese Exklusivverträge sind das eine. Gebühren spielen auch noch eine Rolle, alles mögliche. Zu dieser Geschichte ist noch zu ergänzen. Damals, 2010, Obama regiert. Auch die FTC, die Federal Trade Commission, die also diesen Merger gesagt hat, ja, ihr könnt das machen. Live Nation und Ticketmaster sind jetzt ein neuer Monopolist auf diesem Ding. Die haben sich damals, und das ist die politische Einflugschneise, ja auch für Cory Doktorow, zusichern lassen, dass dieses Monopol nicht missbräuchlich verwendet wird. So, sie haben also damals zugesichert, ja, wir haben ein Monopol, aber wir werden es nicht missbrauchen. Und dann, und das ist eigentlich das Interessante, sagt er hier nochmal, ja, die haben sich das dann über Knebelverträge und so weiter Verschwiegenheit zugesichert. Denn das sind ja immer Verträge exklusiv mit der Venue, exklusiv mit dem Artisten und so weiter. Und keiner spricht darüber, weil sonst platzen diese Deals und dann kriegt man halt kein Publikum mehr. Und das ist ja jetzt erst so Thema geworden, nachdem wirklich die Letzten im Bunde, nämlich die Ticketkäufer, gesagt haben, also das ist irgendwie blöd, dass ich hier kein Taylor Swift Ticket bekomme. Von Taylor Swift ging das ja nicht aus und auch nicht von den 52 Veranstaltungsorten, sondern die wollten das ja einfach so durchziehen. Ich habe aber das jetzt schon häufiger bemerkt, wenn ich ein paar Künstler angeklickt habe bei Instagram, dass sie immer mehr davor warnten vor Resale-Plattformen und sagten dann, bleibt lieber zu Hause. Ich gehe nächstes Jahr nochmal auf Tournee oder wir gucken noch nach Zusatzterminen, aber macht das nicht mit. Das habe ich jetzt mehrmals schon gesehen von irgendwelchen Sängern. Rammstein, glaube ich, haben da auch Rechtsstreitereien schon gewonnen, dass dann irgendwie irgendwelche Plattformen da nicht mehr die Tickets anbieten dürfen und so weiter. Ist jedenfalls ein echtes Problem und hier haben wir noch eins, diese Gebühren. Vorgestellt von John Oliver. Es ist no secret Ticketmaster ist horrible, aber genau wie es überhaupt ist, ist wirklich interessant. Und wir beginnen mit einer der Dinge, die Leute die meisten über sie über sie, und das ist die Fees. Sie können als ein Nasty Surprise an der Ende der Transaktion und können von der Annoyen, zu der completely Batschit. Wir haben eine Ticket zu ein 2019 Kidz Pop Concert, mit Fees, mit einem Ticket zu 75% von Face-Value. Für eine Ticket zu ein Tyler-The-Kreator-Show nächstes Woche, die Fees an extra 78%, und die Fees an ein 15-Dollar-Ticket zu einem Monster-Truck-Rally in Houston waren 16,41 Dollar. Das ist mehr als das Ticket selbst. Und das ist besonders irre, weil das hat er nur so verschluckt. 16 Dollar Gebühr. Man hätte ja nichts dagegen, wenn da einfach steht, das Ticket kostet 31 Euro. Ja. Und dann könnte man sich gleich überlegen, macht man es oder macht man es nicht. Aber hier ist man ja schon im Kaufprozess drin und kriegt dann, kurz bevor die Bestellbestätigung von einem selber abgegeben wird, ja, das kostet übrigens 16 Euro Gebühren. Macht man dann noch einen Rückzieher. Es ist also so ein Trick, um die Leute nochmal mit 15 Euro zu ködern und am Ende sind es aber 31. Und jetzt fragt man sich, ja, aber wer ist es nicht, also kann es nicht ein Gesetz geben, das einfach sagt, schreibt den Bruttopreis hin, so wie im Supermarkt auch. Also in Amerika nicht ganz so gegeben, aber… Und was soll diese Gebühr rechtfertigen? Genau. Was machen die damit? Kommt das mit der Brieftaube oder bringt das jemand persönlich vorbei in einem goldenen Umschlag? Und dann kann man sich, ja, aber könntet ihr das einfach in die Ticketkalkulation reinmachen, wieso führt ihr das nochmal extra auf? Ist doch totaler Quatsch. Und da gab es damals eine Erklärung des damaligen CEOs von Ticketmaster, der das vom Kongress erklärt hat. Ticketmaster's business model is to stand in as the bad guy and let all those other players hide behind them. Or you could not say that and just let Ticketmaster's former CEO basically admit it directly to Congress. When people hear what Ticketmaster's service charge is, you know, Ticketmaster was set up as a system where they took the heat for everybody. In that service charge are the credit card fees, the rebates to the buildings, rebates sometimes to artists, sometimes rebates to promoters. So Ticketmaster's been that, you know, we're like the IRS. We deliver bad news. Yeah, it's true. Ticketmaster is very much like the IRS in that it's an opaque bureaucracy, takes more out of your paycheck than you think it should and is represented by men so catastrophically uncharismatic, they look like they're putting themselves to sleep. Ja, also die behaupten einfach, ja, wir wollen ja das Ticket billig verkaufen, aber dann kommen die noch rechts und links und sagen, das soll man noch mit da rein und dann, ja, müssen wir halt den schwarzen Peter sozusagen spielen, um für den Endkunden, dabei sind das natürlich alles Gebühren, die die selber einstreichen, ja, Vorverkaufsgebühr, Online-Gebühr. Ja, das muss ja überhaupt sein. Man kann es ja sehen, wie günstig man bestellen kann. Wenn ich bei Amazon ein Buch für 20 Euro bestelle, kostet das 20 Euro, da muss ich nicht nur eine Vorverkaufsgebühr zahlen oder noch irgendwas komisches. Ausgedachte Gebühren. Ausgedachte Gebühren, ja. Einfach nur, um nochmal den Ticketpreis ein bisschen, Ticketmaster, und das ist hier eins dieser zentralen Probleme, hat halt diese Locations exklusiv. Ich weiß nicht, wie groß das Problem in Deutschland ist, dass Felix Lobrecht es noch kann, also Felix Lobrecht ist der King in seinem Genre. Felix Lobrecht kann das nur, weil er direkt seine Leute adressiert, also wie wir das jetzt im kleineren Maßstab auch machen können, alle Menschen, die den Podcast hören, gehen ja, also haben potenziell vielleicht ein Interesse daran, uns live zu erleben. Aber niemand darüber hinaus, das heißt, wir können nicht bei … Wir haben kein gutes Laufpublikum. Ja, wir müssen nicht irgendwo auftreten, weil man uns mal sieht, oder wir müssen auch nicht sagen, wir brauchen dringend mal einen Auftritt bei Lanz, damit das Ticket sich gut verkauft oder so etwas. Oder wir brauchen die Werbung von Eventim, damit die Show sich verkauft, sondern wir erreichen direkt ein Publikum. Das ist bei Felix Lobrecht natürlich ein bisschen größer und deswegen funktioniert das da. Und da funktioniert dann diese direkt zum Endkunden, direct to consumer Logik, aber das funktioniert immer nur da, wo der Intermediär weitgehend ausgeschaltet wurde, dadurch, dass man eine direkte Fanbase oder ein direktes Publikum adressieren kann. Und das können aber … Also ich würde sagen, dass Taylor Swift das natürlich auch schaffen würde. Also Taylor Swift wird es schaffen, weil sie eben auch diese mediale Aufmerksamkeit bei sich hat. Sie hat ihre Social-Media-Kanäle selbst unter Kontrolle, so wie wir ja auch unseren RSS-Feed zum Beispiel oder Lobrecht auch sein Instagram-Account. Und das macht ja diesen riesigen Unterschied, denn so wie wir kein Laufpublikum hätten, das wir mit einem Plakat auf der Straße irgendwie anziehen könnten, ist das ja super interessant, jetzt mit diesen Locations zu sprechen, weil die ihrerseits ganz fasziniert davon sind, dass die Podcasts die einzigen sind, die schnell ausverkaufen. Also du musst ja nur den Termin nennen und dann einen Tag später sind die ganzen Tickets weg. Es macht aber keinen Sinn, ins Programmheft zu schreiben, weil das Programmheft wird veröffentlicht, wenn die Tickets schon alle weg sind und wer das Programmheft liest, kennt die Podcasts nicht und hat dann auch keinen Bezug dazu. Also das ist auch für die Locations gerade wahnsinnig neu, dass man da eben, also dass die Treue anders organisiert ist. Das hat ja der Journalismus damals auch erlebt, als er meinte, ja wir schreiben doch super geile Texte, ja aber die Treue der Leser gehört Facebook. Also ihr müsst auf der Facebook-Seite vorkommen. Was ihr dann für einen Text schreibt, ist egal, ihr müsst halt auf der Facebook-Seite vorkommen, Aufmerksamkeit ist da King. Und so hat sich das hier auch ein bisschen verschoben. Was bedeutet, ja so kleine Podcast-Veranstaltungen haben es leicht, weil die alle aus der Hörerschaft alleine, was weiß ich, 200, 400 Leute rekrutieren können, die dann kommen. Pearl Jam zum Beispiel hat schon vor 20 Jahren riesige Probleme gehabt, diese Exklusivverträge mit diesen Locations irgendwie aufzustören. Denn ja, nur der Name alleine reicht dann immer gar nicht. Even before that merger, Pearl Jam, at the height of their fame, tried to do a tour without Ticketmaster or their affiliated venues. But their manager admitted, at the time, they were going to have to play at weird places like a ski resort in Lake Tahoe and a fairground in San Diego. And if Pearl Jam, in the 90s, doesn't have the power to walk away from Ticketmaster, nobody does. So when you wonder, understandably, why can't my favorite artist or magician just use another Ticketing company? The truth is, if they want to perform at a venue that has an exclusive contract with Ticketmaster, they actually can't do that. So was gibt es in Deutschland ja auch, dass es da für Künstler nicht anders möglich ist aufzutreten, als dann zu partieren. Die kleinen Kabarettbühnen gehen noch, aber die großen Hallen, die sind da alle exklusiv. Die wollen ja auch Langfristigkeit in der ökonomischen Planung. Und das ist ja wieder so erstaunlich, diese kleinen Kabarettbühnen, die haben es jetzt schwer, denen hat die Corona-Hilfe oft nicht gereicht. Genauso auch bei den kommunalen Kinos, du hast es mitbekommen mit Mainz, ich muss da gerade mal diesen kleinen Exkurs machen. Mainz hat ja ein tolles Programmkino, da zwei, Capitol und Palatin, da sind dabei jetzt Investoren eingestiegen. Du kannst dir vorstellen, wohin die Reise geht und das bedeutet, das Ende des Kinos, dass man da ganz andere Wohneinheiten, hochpreisige Wohnungen und sowas. Also das Kino stirbt damit und wir wissen, Mainz ist jetzt die reichste Stadt durch Biontech, hat ja dann erstmal die Gewerbesteuer gesenkt, hat einfach Steuergeschenke noch oben drauf gelegt und kümmert sich nicht darum, dass diese Kinokultur in Mainz erhalten bleibt, zumal es dringend nötig ist, denn Mainz ist eine der wenigen Städte, in denen es überhaupt eine Filmwissenschaft gibt. Es ist so skandalös und wie kulturlos diese Leute sind. Ich habe mir die Herrschaften da aus der Mainzer Regierung dann bei Google angesehen, da war mir alles klar. Ja, also Mainz hat jetzt den historisch und rekordhalterisch tiefen Hebesatz auf Gewerbesteuer, das ist so skandalös, weil ein Jahr mal die… Ja, so läuft das, wir haben ja nicht nur auf der europäischen Ebene diesen Wettbewerb der Staaten untereinander, der von irrsinnig ist, sondern wir haben auch den Wettbewerb der Städte untereinander, womit dann solche Unterbietungswettbewerbe Einzug halten. Und das führt wieder dazu, dass solche kleineren Bühnen, 200, 400, 500 Bestuhlung, nach und nach kaputt gemacht werden, weil man dann sagt, ja das können wir uns jetzt nicht mehr leisten oder hier können wir keine Gelder mehr geben und dann geht das zu Bruch. Und das ist das, was überall gerade passiert. Ja, wir sind anscheinend nicht reich genug in Deutschland. Irgendwie mangelt es dann noch. Ja, wir müssen das Wir anders stärken. Wir müssen nochmal mit dem Bundespräsidenten darüber reden. Nächstes Problem, das hier auch noch thematisiert wird, Ticketmaster verkauft gar nicht einfach so Tickets. Wenn jetzt Justin Bieber irgendwie eine große Runde dreht und so. Ja, da macht er natürlich viele Witze, wie lange braucht sie denn für ihren Lippenstift? Aber 20.000 Tickets in 30 Sekunden verkaufen, also wir haben bei Taylor Swift jetzt gesehen, nee das ginge gar nicht. Also das könnte Ticketmaster gar nicht so schnell machen. Machen sie auch nicht. Tatsächlich ist die, wir geben es mal in den freien Markt, Rate erschreckend. Selling 20.000 Seats in 30 Sekunden würde, wenn das was Biba gemacht hat, aber er nicht. Denn ein Report von der New York AG later revealed, dass es nicht mehr als 2,000 Ticket war, das war, und das ist nicht so ein ein-off. Für viele Top-Shows, weniger als 25% von Tickets sind erstmals zu den generalen Publikum. Und in den Anfragen von der Blaisdell Center in Honolulu, So, wo gehen die anderen 93% hin, fragt man sich. Sind das Firmengeschenke? Ist das sowas, wo man sagt, guck mal hier. Zum Beispiel, es gibt mehrere Antworten, aber es betrifft wirklich bei Mariah Carey 93% der Tickets. Und es ist ja zum Beispiel so, erzählte mir ein Freund, der eine American Express hat, dass man, wenn da irgendwas ausverkauft ist und man ist da so hoch gerankt, also gibt viel Geld für diese Karte aus und braucht einen entsprechenden Umsatz, dann kann man da anrufen beim Concierge-Service und sagen, ich würde ja schon gern noch hin. Und dann werden Dinge möglich gemacht. Offenbar funktioniert das ganz stark so, dass da ganz viele Kontingente halten. Genau, das ist das Rätsellösung. Überall, wo du nochmal extra absahnen kannst, wird es gemacht. And if you're wondering where on earth the rest of the tickets go, well, they are deliberately held back to be sold in other ways and often a big chunk goes to credit card companies, as you might know from ads like this. When Lauren broke up with me, she said... Jack, you're a little boring. 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 This girl is on fire. Use any city card to get the benefits of private pass. More concerts, more events, more experiences. Oh yeah, Lauren? Would a boring guy use our breakup as an excuse to sign up for a credit card so that I could quietly stand backstage during an Alicia Keys concert? An on paper sensible decision? I submit that a boring guy would not do that, Lauren, and I await your confirmation. You fucked up, Lauren. So, die Kreditkartenfirmen machen also dasselbe wie Ticketmaster selbst. Sie verkaufen ja nicht nur eine Kreditkarte, sondern auch die Möglichkeit, Emotionen zu erleben. Mhm. Und Alicia Keys hat hier mitgemacht in den Werbespot. Sie wird ja wohl wissen, für was sie hier geworben hat. Ich stehe davon aus. Also die ganze verquere Ticketlogik, da stecken die Artisten also mit drin. Das ist das eine, Werbegeschenke, oder beziehungsweise nochmal diesen besonderen Resale über die Unternehmen. Und dann sehr nah an dem Starcom, dass man dann hinter die Kulissen kann, Abendessen gehen mit Opernsängern. Genau. Das war schon in den 90ern immer mal wieder da. Irgendwelche Pakete, die dann nochmal Vorzüge mitbringen. Oder es ist eben dieser Resale-Markt. Ticketmaster even describes its Resale-Marketplace like this. Our objective is, if that secondary market exists, we want to create a safe environment and platform for you to be able to exchange those tickets. You have bought tickets to go see someone you love. at the 11th hour your Babysitter can't make it. You should have the right to recoup your costs on that ticket. So, also gleich mal Refinanzierungsideen für, ach, den Babysitter kann nicht, dann hast du doch das Recht hier nochmal ordentlich abzusahnen. Um wie viel teurer sind die Tickets per Resale im Schnitt? Kann sich jetzt jeder mal überlegen. Hm, wird schon ein bisschen teurer sein. Resale-Sites are not just fan-to-fan at all. In fact, a government report found that professional brokers represent either the majority or the overwhelming majority of Ticket-Sales on these sites. And they make a lot of money doing it. The New York AG's office found brokers mark up the price of Tickets by an estimated 49% on average, but sometimes by more than a thousand percent and in one case by seven thousand percent. That was for a One Direction concert, by the way. Let me just say, I don't actually regret it. It was worth it. So, also 50% mehr, die Hälfte mehr im Schnitt bis Faktor 10, muss man schon damit rechnen, wenn man da nochmal mit dabei sein möchte. Ich bin so verwundert, dass Leute solche Summen ausgeben. Also die Klassik-Branche ist jetzt auch nicht günstig, aber dadurch, dass die Karten ja mit subventioniert wird, gibt es da dann natürliche Grenzen. Wenn ich jetzt an die Kölner Philharmonie denke, da sind dann so die allerteuersten Konzerte, wo dann das größte Symphonieorchester aus weiß ich nicht wo anreist, plus Stargeigerin, plus Stardirigent. Da sind es, glaube ich, dann 160 Euro auf dem besten Platz. Das heißt, das ist viel Geld. Das ist für mich dann auch nicht so mehr reizvoll, da zu sagen, ach, das ist mir das jetzt wert. Und dann wird das ja noch groß subventioniert. Aber dass Leute bereit sind, einfach nur, um da irgendwo dabei zu sein, tausende Euro es lassen. Ja, es ist verrückt. Peter Gabriel ist nochmal auf Tour, habe ich gesehen. Ich kann aber das auch gar nicht so nachvollziehen, dass man die alle nochmal sehen will. Denn Stimmen werden ja nicht, also ich habe, ich gestehe jetzt mal, ich habe es aber schon mal erzählt, ich habe ja zwei, drei Stars, die schon ein bisschen älter waren, gesehen. Einmal Vicky Leandros, da war sie ja Ende 60, herausragend. Dann Nana Muscuri, Schwierigkeiten in der Mittellage, aber sie ist halt Nana Muscuri. Und Mireille Mathieu, erstaunlich perfektionistisch. Aber das waren ja Kartenpreise unter 100 Euro. Und da bin ich ja aus so einem Fable hingegangen, fand es aber schon, als ich da saß, merkwürdig natürlich. Aber ich dachte, gut, geh mal hin, eines Tages wirst du es in einem Podcast erzählen können. Aber dass es so ein Fable dafür gibt, dass man die ganz Alten nochmal sehen will, die Musik machen, die ganz stark mit Jugendlichkeit, mit Vitalität und auch mit einer stimmlichen Vitalität verbunden ist. Und das kann ja nicht mehr eingelöst werden von denen. Also ich habe mir diese Alten-John-Auftritte bei YouTube ja auch angesehen. Das ist ja weit, der singt immer noch ganz gut. Und ich wünschte, ich könnte wenigstens so gut singen. Aber das ist natürlich gar kein Vergleich mit dem, was der vor 25 Jahren konnte. Ja, aber du hörst dir ja keine Originalaufnahme aus einem Studio in dem Moment an, wo du weißt, die ist jetzt wirklich perfekt und zehnmal wiederholt dafür. Der Unterschied ist in der Oper. Wenn wir in der Oper sind, dann möchten wir eigentlich die Qualität hören, wie wir sie von den Aufnahmen kennen. Oder noch besser, weil wir wissen, das schafft eine Aufnahme gar nicht zu bannen. Und dann waren wir in Frankfurt etwas enttäuscht oder ich war etwas enttäuscht von der Königin der Nacht zum Beispiel. Ich nicht. Weil ich dann sagen würde, das geht besser. Oder auch, ich will jetzt gar nicht die alle durchgehen, aber ich bin bei einem klassischen Konzert meist in der Lage, dass ich nicht sage, na ja, es ist halt live nicht so gut, sondern es ist live mindestens so gut wie auf der Aufnahme eher besser. Es sei denn, es hat jetzt jemand einen schlechten Tag, kann natürlich mal passieren. Ich war jetzt auch in Bonn, der Oper, da war der Sänger indisponiert. Du fandest es aber sehr gut. Die Oper an sich, das war gelungen. Das war eine selten gespielte Oper. Das war sehr gelungen. Aber wenn der Sänger dann, und das wurde angekündigt, indisponiert ist, aber er ist der Einzige, der diese Rolle überhaupt singen kann, weil die nie jemand einstudiert hat, dann ist das so und dann kann man damit leben. Aber in der Regel ist es ja so, dass man dort Top-Qualität erfährt. Und es ist nicht so, dass man sagt, na ja, es ist live, ich war noch mal dabei. Da ist das Klassik-Publikum ein ganz anderes als das Pop-Kultur-Publikum, das sagt, ich will Elton John noch mal sehen. Wir wissen ja auch bei Britney Spears-Konzerten, 20 Lieder wurden gesungen, ein einziges davon live. Also alle Hörer wissen jetzt, was ihr am 20. Dezember erwartet. Wolfgang mit seinem Anspruch des klassischen Konzerts. Ihr werdet ihn in Bestform sehen. Ich werde einfach kommen und sagen, hier bin ich, ihr könnt gerne noch ein Foto mit mir machen, aber ihr wolltet mich ja nur mal sehen. Es ist aber tatsächlich so, Peter Gabriel, wir kennen hoffentlich alle seine 1994er Secret World live und so weiter, gibt es bei YouTube anzuschauen. Diesen jungen, energetischen Peter Gabriel werden wir nicht bekommen, aber es ist trotzdem Peter Gabriel. Das Werk und die Geschichte und die Person steckt da drin. 450 Euro oder so bei Eventim. Teuer. Sting. Auch hier in Deutschland 450 Euro. In Frankfurt, ja. Messehalle, glaube ich, also feste Halle, ein bisschen kleiner. Sting, großer Aufzug in Wiesbaden, auch über 100 Euro. Und Herbert Grönemeyer kündigt sich jetzt an, hier im Stadion, auch natürlich über 100 Euro auf den guten Plätzen unten. Tokyo Hotel 40 Euro. Ich habe also zugeschlagen. Und ich wollte in die alte Oper, Anna Trepko übrigens, in den alten Oper, 140 Euro oder so, im Duett mit irgendwem. Mit ihrem Mann, nehme ich an. Das kann sein, ich weiß nicht. Aber da gehst du nicht hin. Nee, ich wollte zu einem Weihnachtskonzert, irgendein Chor. Ja. Und die alte Oper macht ihr eigenes Ticketing und ich musste die Person für das zweite Ticket benennen. Ja, musste ich in der Oper Frankfurt auch immer. Und das Problem ist, ich weiß ja nicht, mit wem ich da hingehe. Ich lebe hier. Ich schreibe einfach was drauf. Das geht ja nicht. Ich kann weder meinen eigenen Namen nochmal wiederholen, weil. Ich schreibe einfach irgendeinen Namen drauf. Ja, du musst am Ende wirklich zeigen, dass du nicht irgendwie Resailer-mäßig das weiter vertickert hast, sondern die Person muss dann wirklich da sein. Das ist dann, du kannst nicht einfach mit einem Ticket da hinkommen. Also im Zweifel gucken die nochmal nach. Und das ist ein echtes Problem, weil ich weiß nicht, mit wem ich nächste Woche in ein Konzert gehe. Ja, hier in so einem urbanen Zentrum, wo man nicht genau weiß, wie sich die Tinder-Chats entfalten. Und deswegen habe ich mir kein Ticket gekauft. Wiederverkauft werden das doch. Also ich trage einfach immer irgendwas ein. Ich trage sowieso nie mein Geburtsdatum richtig ein. Ich muss immer Max Mustermann oder so. Ich schreibe immer was ich will. Der Name auf dem Ticket und man kann damit nichts machen, außer reingehen. Man kann es dann nicht zum Beispiel, das ist ja Resail-Sperre dann in dem Moment. Hat mich geärgert, weil ich hatte dann keine Lust, das Ticket zu kaufen. Jetzt kriege ich ein 30 Euro Core-Konzert weniger und ich hätte es aber gerne mal gesehen. Ich hoffe, es gibt auch außerhalb von Weihnachten nochmal Core-Konzerte. Naja, in einer finalen Diskussion wird hier nochmal die sich der Frage angenähert, die wir uns eben auch gestellt haben. Ist es nur Ticketmaster oder gibt es hier auch noch ein paar Künstler, die sagen, was, Mensch, 1000 Euro für ein Ticket, kann ich da auch mal ein bisschen noch absahnen? Wir gehen aber erstmal die Diskussion, wie sie John Oliver eigentlich beenden würde durch, nämlich Preisfindungsmechanismus ist immer schwierig, hier besonders. Brokers, mit ihren Identitäten Concealten, kann schnell auf large numbers von Tickets und re-Sell them an einem Massive markup. Und meanwhile, die Secondary Market Sites sind selbst making money bei der Chargung eine % auf die ludicrous Ticket Prices. Wir haben ein Ticket für Adele, Selling auf SeatGeek, für 1690 Dollar, plus 538 Dollar in Fees. Und look, hier ist wo wir zu dealen mit Uncomfortable Fakt, die Frage ist, was das Ticket ist eigentlich wert. An Economist will tell you, it is worth whatever people will pay. So if someone is willing to spend over $2,000 including fees for an Adele Ticket, that is what it's worth, as gross as that sounds. But if Adele doesn't want to charge that, there is going to be a gap between the face value of the ticket and what someone can get for it and the whole industry is going to scramble in to exploit it and unfortunately live events are uniquely vulnerable to this because they are inherently rare. Genau, da ist besondere Knappheit Und das betrifft ja jetzt alles vor allem mit diesen horrenden Preisen die Superstars. Das ist ja das große Drama, dass wir gerade bei den kleinen und mittleren das Problem haben, dass die Säle nicht voll werden und dass das da nicht an Ticketpreisen liegt, sondern dass sie kaum Publikum adressieren. Das sind die richtigen Top-Prozenter. Die haben Wir haben das ja jetzt auch rezipiert gehabt im Sommer mit Helene Fischer. Helene Fischer kann fünfmal in der Stadt auftreten und es ist jedes Mal ist das Stadion toll, während es die kleineren mittleren Künstler unglaublich schwer haben, überhaupt noch stattzufinden, überhaupt auch wahrgenommen zu werden und das ist so traurig, also wie sehr sich das homogenisiert. Wir haben die Spotify Hitliste mit zehn Liedern in der Top Ten alle von Taylor Swift und ähnliches erleben wir hier beim Ticket auch, also diese Monopolbildung von Ticket Masters natürlich auch dann so eine Oligopol Bildung bei den Stars, die nicht nur die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern die so viel Geld auch dann abziehen und offenbar so eine Sucht entstehen lassen, dass Leute bereit sind 2000 Euro für Adele auszugeben, dass dann natürlich kein anderes Geld mehr da ist für die anderen Dinge, da würde ich auch jedem nur raten, lieber zehn kleinere Events wahrnehmen, die schöne Erlebnisse sind und dann das ganze Jahr über, als einmal im Jahr das eine machen, das trägt einem nicht über das Jahr, das kann nicht sein und weil ich jetzt eben so die Klassik lobt, es gibt natürlich auch der Klassik Branche solche Superstars, die schon seit vielen Jahren grauslich singen, wie zum Beispiel Placido Domingo und trotzdem bekommt er immer noch die Hallen voll und nimmt enorme Kartenpreise. Man ist in diesem Ein-Prozent-Bereich, wo die Leute wirklich bekannt sind, einfach Funk und Fernsehen. Ich habe das jetzt gesehen auf Plakaten, ich wundere mich immer noch darüber, ich habe es nie vorher gesehen, Helene Fischer spielt glaube ich in Frankfurt und Mannheim oder Darmstadt oder so, ich glaube Mannheim und jeweils so eine Woche mehrere Termine und die überschneiden sich aber, die hat also ihr Set zweimal aufgebaut und ist dann ein Abend hier, ein Abend da, dann ist sie wieder ein Abend hier, ein Abend da, also sie macht noch so einen Wechsel drin, das ist wirklich verrückt, die einen können sich halt komplett erlauben, einfach zwei Venues da anzumieten gleichzeitig und die anderen hangeln sich dann da so nicht die Kleinkunstbühne und wenn man einmal oben mitspielt und feststellt, ich könnte mein Ticket auch für zweieinhalb tausend Euro verkaufen, gibt es einige Bands, die das dann auch machen. Ja, also hier wird Metallica direkt genannt, das ist einfach komplett boykottieren, also in dem Moment hat so eine Band bei mir komplett verspielt, das ist wirklich so, dann sollen sie ihren Preis einfach nennen, hoffen, dass sie auf direkten Wege ihre Tickets verkaufen, aber nicht so hintenrum irgendwie nochmal diese Ausbeutermasche machen, das ist wirklich, das ist das Allerletzte. Wir lernen uns also den politischen Forderungen zum einen, Cory Doktorow weist ja nochmal drauf hin, es ist natürlich nicht nur das Ticketing, was uns die Live-Events und die Emotionen, das Emotions-Business und die Musik und so weiter vermisst. Live-Musik ist nicht die einzige kreative Industrie, die eine große Monopole hat. Nur drei massive Conglomeraten haben die großen Labels und Publisher die Welt verwendet. Die Labels design die Streaming Industrie, which ist Dominated by Spotify, which itself war partially owned by die drei same Labels. Now that Disney owns 21st Century Fox, just one company controls 35% of the US box office. The Publisher industry is controlled by five big companies. That number was six when we started writing our book, and if they get their way, it soon be four. That's just wildly quick consolidation. Yes, it's always been hard to be an artist, but the difference today is that corporations are extracting the maximum capital from artists labor and they're not sharing it anymore. Yeah, it's this typish yeah, it's always come with a good idea like Google and then everything is books digitalized and search and 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 then has this also a monopoli which ticket master took to what they're everywhere before Now Taylor Swift has schon häufiger gegen diese Monopole geschossen hat sie sich jetzt gegen ticket master direkt in Stellung gebracht oder wie sah das aus also das wir hören gleich nochmal ein clip dazu von Scott Galloway denn das ist ja eine super interessante Frage gerade bei Taylor Swift die hat ja zum Beispiel ein Album von sich selber nochmal neu aufgenommen weil sie zwar die kreative Urheberschaft da hatte aber irgendwer hat ja das Recht an der Aufnahme genau die Produktion gemanagt und da gibt es ja die wie heißen sie springen hat ja auch plötzlich darum gekämpft das sind dann die wie auch immer das Leistungsschutzrecht genau das Leistungsschutzrecht garantiert ja da auch denjenigen die technisch die Hoheit über Produktion haben solche Sachen und sie hat dann das Album einfach nochmal neu aufgenommen um es vermarkten und spielen zu können also dass es im Radio gespielt werden kann ohne dass die dann immer noch sondern es hat ja es klingt genau wie vorher aber und in der Hinsicht mal sehen ich habe jetzt noch nichts dazu gehört wie sie es organisieren wir hören aber gleich eine Scott Galloway Einschätzung oder die können wir eigentlich auch vorziehen dass wir die zuerst hören in unserem kleinen Finalreigen denn wir haben es hier mit einem Monopol zu tun das ja nicht ohne Grund da ist es macht den Leuten halt sehr viel sehr einfach und ja klar jetzt wird mal so ein bisschen drauf geschaut aber es ist so ein bisschen wie bei Neil Young und Spotify oder wie auch immer also du kommst da nicht drum rum wenn das der direkte Weg zum Kunden ist sei es das Ticketing oder in die Ohrhörer ist das der Weg da muss ganz schön viel passieren da reicht es jedenfalls nicht einfach nur mal kurz einen technischen Glitch zu haben einen Ausfall oder so sondern dann muss halt wirklich auch politisch eingegriffen werden aber er betont hier nochmal klar Taylor Swift kann zurück zu Ticketmaster gehen und die können das dann darüber abwickeln aber sie ist ja auch erstmal weggegangen und hat damit den Fokus drauf gelegt politische Unless prices ja sehr guter Hinweis der fehlt überall sonst nur Corey Dordorff hat ihn gebracht es gibt dieses Consent Agreement ihr dürft zusammen gehen wenn ihr und sie haben halt damals unterschrieben wir werden unser Monopol nicht missbrauchen und das kann man ihnen nachweisen und die Unterschrift gilt halt deswegen kann man ihnen auch einfach Vertragsbruch anhängig machen und da eigentlich relativ locker eingreifen im Vergleich zu vielen anderen Problemen die schwieriger zu banischen sind Stefan versuchst du deine Mails möglichst zeitnah zu beantworten und kannst du einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen nein normalerweise beginnst du keine Gespräche nein organisiert zu sein ist dir wichtiger als anpassungsfähig zu sein halb halb sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie halb halb Tendenz zu hochmotiviert ich könnte weitermachen es sind insgesamt 60 Fragen ich habe sie mal für mich beantwortet denn wir sprechen jetzt über Persönlichkeit Persönlichkeitstests Persönlichkeitstests sind seit längerer Zeit im Trend ich befürchte dass ich es tun werde ja und dieser Trend ist sehr sichtbar wenn man bei YouTube verschiedene Persönlichkeitstests nachsucht was man da so alles findet man merkt dass es Podcast dazu gibt man sieht es aber auch zunehmend bei Instagram und ich habe dann mit Freunden gesprochen die sagten im Dating spielt der Persönlichkeitstest eine wichtige Rolle und wir nähern uns dem mal langsam wir hören jetzt hier von einem offenbar so klingt des österreichischen Kanal wie so einzelne Persönlichkeiten die sich dann herauskristallisieren dort zu ja charakterisieren ESFJ Konsul in 180 Sekunden erklärt ESFJ sind als Cheerleader der Gesellschaft bekannt und was machen wir jetzt damit ESFJs lieben die Interaktion mit Menschen wenn man jetzt an den Wert Extrovertierter denkt dann sind das perfekt die Typen die jeder in sich hat wenn er an den Typen denkt Extrovertierte Menschen die gerne raus gehen reden Spaß haben andere wirklich anfeuern und einfach super gute Motivatoren sind also ihnen geht es wirklich darum in der Gesellschaft mit dabei zu sein so viele Menschen wie möglich um sich zu haben beliebt zu sein das ist ihnen sehr sehr wichtig und sie sind in der Regel sehr beliebt weil sie eben für die Menschen da sind Monument heißt der Kanal und da ging es jetzt um die Persönlichkeit Konsul die bekommen dann immer so einen Namen wir hören jetzt mal die Persönlichkeit Protagonist und da gibt es dann auch immer eine Buchstaben Kombination also der Protagonist ist ENFJ das heißt man versucht aus verschiedenen Merkmalen dann eine Person zusammenzustellen man hat also eine Person die aus vier Typen besteht also vier Dimensionen so heißt es dann also da geht es einmal um Antrieb und Motivation dann um Aufmerksamkeit dann um die Frage wie trifft jemand Entscheidungen eigenständig fragt man sich was wird der andere wohl denken und dann noch mal Fragen des Lebensstils inwieweit man Optionen haben will oder lieber auf lange Sicht plant und daraus stellt man dann immer so etwas zusammen und jetzt hören wir mal etwas zum Protagonisten erstens wer sind Protagonisten oder ENFJ und ENFJ sind oft die feinfühligen Mentoren unserer Zeit wie man so schön sagt man findet sie oft als Lehrer als Coach als Mentor die jungen Leuten gerne einmal einen Weg aufzeigen und das auf eine sehr emotionale und tolerante Art ENFJ sind sehr tolerant die immer an das Gute im Menschen glauben und sind immer bemüht dass eine komplette Gesellschaft und ihre wichtigsten Mitmenschen dass es denen gut geht das ist oft ihr größtes Anliegen dabei vergessen sie sich selbst eben wollte ich noch Konsul sein jetzt lieber Protagonist mal gucken vielleicht werde ich gleich Kommandeur besser genau den hören wir uns auch noch an ENFJ sind von Haus aus Führungskräfte und wenn man sie in einem Wort beschreiben kann ist das Verantwortung ENFJ lieben es wirklich Verantwortung im Leben zu übernehmen und es gibt nichts was im Zufall überlassen sie haben eine innere Vision die sie jeden Tag antreibt haben das gebahrt mit einem starken Wertesystem und versuchen was in ihrem Innenleben passiert in die Außenwelt zu tragen er ist sehr dominant er ist sehr durchsetzungskräftig als Manager da findet man sie an sie sind Führungskräfte und wenn man weiß wie man mit ihnen umgeht kann man sie sehr viel erwarten und die typischen Eigenschaften von einem Commander sind wie der David schon gesagt sie sind natürliche Leader leben in einer Welt voller Möglichkeiten sind Visionäre und Stefan du hast gerade einen vor dir denn bei mir ist tatsächlich rausgekommen dass ich ein Kommandeur bin das ist was seltenes stand dann da zwei bis drei Prozent der Menschheit sind nur Kommandeure es wird aber auch gesagt das sei gut denn zu viele Kommandeure geht wer war auch Kommandeur Steve Jobs wird einem dann gleich mit angezeigt und dann gibt es auch ein Steve Jobs Zitat ihre Zeit ist begrenzt vergeuden sie sie nicht darauf das Leben anderer zu leben lassen sie sich nicht von Dogmen einsperren und dann wird der Kommandeur natürlich genau charakterisiert um welche Beziehungen er eingehen soll intuitive Persönlichkeiten sind zu bevorzugen wenn man Kommandeur ist der Witz ist nur ich habe diesen Test jetzt gemacht in Vorbereitung auf diesen Podcast und habe ihn aber schon vor einer Weile schon mal gemacht und dann kam irgendwas ganz anderes raus das heißt man beantwortet Fragen mal so mal so oder du bist beides oder ich bin beides oder wir stellen schon mal fest es ist vielleicht ein bisschen sehr reduktionistisch was hier passiert was passiert denn eigentlich hier wie kommt überhaupt so ein Test zustande dieser 16 Personalities Test ist der beliebteste der wurde sehr stark geprägt von C.G. Jung das waren zwei Damen Mutter und Tochter die mit Namen heißen Catherine Cook Briggs und Isabel Myers die haben sich in den 40er Jahren aus eigentlich einer Laune heraus und ohne eine wissenschaftliche Grundlage diesen Test erarbeitet und der wurde dann immer ausgefeiert man hat dann Leute befragt und sie sind sehr stark durch C.G. Jung geprägt der sagte es gibt extrovertierte und introvertierte Personen aber das muss man C.G. Jung dann zugute halten er hat das nie in dieser Weise so absolut gesehen wie das dieser Test macht denn C.G. Jung sagte dann auch wenn jemand nur so wäre dann kann man also wenn es ihn gibt dann findet man ihn vielleicht in einer Nervenheilanstalt aber eigentlich gibt es das in dieser Weise nicht aber natürlich diese Idee von den Archetypen bei C.G. Jung das ist schon was was sehr präsent ist was ja auch in der amerikanischen Popkultur präsent ist Hollywood hat dieses Buch rezipiert Der Herr Ross in tausend gestalten da geht es um so Helden Narrative darum wie Archetypen durch die Narrationen hindurch wandern das ist ein Buch das von Spielberg über George Lucas und weiß Gott wohin alle rezipiert haben stark auf C.G. Jung aus Spielberg da kannst du es immer sehen da gibt es immer solche Nachtmeerfahrten in den Filmen das ist C.G. Jung und wenn man jetzt an Jordan Peterson denkt dann haben wir es da auch mit einem Jungianer zu tun wir wollen jetzt gar nicht herausarbeiten inwieweit das original C.G. Jung ist oder C.G. Jung pervertiert es zeigt sich auf jeden Fall dass man auch ohne eine große wissenschaftliche Grundlage einen Test erstellen kann der so beliebt ist dass der millionenfach monatlich in aller Welt angewendet wird man will ja auch endlich mal wissen wer man eigentlich ist richtig man möchte Orientierung haben und wir schauen uns diese verrückte Welt an noch einmal ganz kurz diese zwei Jungs die da was erklären wer wer so ist wir hören noch eine Person vielleicht Stefan bist du ja auch der Logistiker 10 Dinge die du bei einem ISTJ dem Logistiker auf keinen Fall machen solltest Platz Nummer 10 Unpünktlichkeit also das kennt man ISTJ sind von Hause schon mal sehr sehr genau in ihrer Herangehensweise egal wo man sie jetzt findet und Unpünktlichkeit das geht schon mal gar nicht das sind ja Aussagen die treffen auch fast alle Leute würde ich sagen zu dass Unpünktlichkeit nicht gern gesehen wird bei mir zumindest nicht also vielleicht bin ich auch ein Logistiker am Ende wer weiß es schon das ist ja auch vielleicht eine Antwort für diejenigen die dann immer zu spät kommen sei doch nicht so ein Logistiker sehr gut beziehungsweise kannst du wenn du zu spät kommst ja sagen ja ich bin ja kein Logistiker ich bin ja die und die Persönlichkeit und darum geht und darum geht es du nimmst jetzt schon viel vorweg wir nähern uns dem langsam wir hören in einem Podcast sein der ist schon zwei Jahre alt Luisa Gafka und Moin Yamina also Influencerin unterhalten sich jetzt auch über diese Tests manche Leute die die machen das mit den 16 aber wenn man es wirklich super genau machen möchte dann wäre es besser noch man teilt auf auf 512 also das ist jetzt so das was mir forschungsmäßig am besten gefällt weil wenn schon Schubladen dann sollten das kleine Schubladen sein weil je kleiner die Schubladen werden und je präziser man da jemanden einschätzen kann desto ähnlicher werden sich dann halt eben auch die Leute die da halt innerhalb dieser Gruppe sich bewegen und tatsächlich ist es halt auch so die reden gleich die haben dieselbe Tonlage dann und sehen sich teilweise halt auch super krass ähnlich das finde ich dann halt immer so toll also du hast das total arg dass ja der sieht dem ähnlich und die sieht ihr ähnlich oder ne haben einen ähnlichen Vibe hattest du ja genau Energie und so die Verhaltensweisen genau eigentlich ist das algorithmisches denken dass man sagt dieses Produkt könnte ihnen auch gefallen denn sie haben ja schon das andere gekauft das ist auf Dating Plattformen ich habe das letztens in irgendeinem Podcast gehört wo auch nochmal weil ja immer das eine Geschlecht das andere nicht sieht man kennt das eigene Profil und sieht dann immer nur die Profile des anderen Geschlechts und man hält sich in dem Moment natürlich immer für wahnsinnig individuell weil man ist ja der Mann oder die Frau und da leider Männern oder Frauen dabei sehen aber die anderen natürlich einen selber nur in so einer riesen Riege wo man so durch und am Ende ist alles dasselbe also man switcht dann so durch sind sie drei Urlaubsbilder und so aber wo hast du dich denn hier rumgetrieben was ist das für ein Podcast das klingt ja waren die da im Dschungel die sitzen da irgendwo rum ja ich bin gar nicht komisch das ist einfach voll normal das gehört einfach zu meinem Charakter sozusagen dazu ist es eigentlich möglich dass man rein theoretisch sich was komplett neues antrainiert und man dann nach zehn Jahren ein ganz anderes Buchstaben also ganz andere Buchstaben dann hatte es kann vorkommen dass du jedes Mal ein neues Ergebnis hast beim Test wenn du halt einen Selbsttest machst was nicht passieren kann ist dass du deinen tatsächlichen Persönlichkeitstypen änderst das kann nicht passieren du kannst Funktion besser ausbilden die du ohnehin schon in deinem Kit hast kannst du immer besser darin werden dass man von außen auch immer weniger sehen kann wo deine Schwachstellen liegen aber du kannst dich nicht komplett umstülpen und was man jetzt halt eben auch rausgefunden hat mittlerweile dass das halt in unseren Genen tatsächlich auch verankert ist also man man wusste vorher schon also schon Karl Gustav Jung also auf dem baut das alles so auf der hat damals auch schon gewusst dass man das schon seit der Geburt hat ja der hat das gewusst der hat das einfach gewusst C.G. Jung ist ja dadurch bekannt dass er sich durch mit Freud überworfen hat weil Freud C.G. Jung vorgeworfen hat nicht wirklich wissenschaftlich zu sein ja und das zeigt sich zumindest bei seinen Epigonen besonders deutlich dass man dann behauptet Persönlichkeit liegt jetzt einfach in den Genen fest und daraus folgt dann für die natürlich auch dass man sagt wir können uns ja eh nicht ändern ich könnte mir vorstellen wenn Luisa und wer auch immer ihr Gesprächspartner ist Moin Yamina Moin Yamina in dem gleichen Podcast zu einem anderen Thema reden dass sie dann total überzeugt sind dass das Geschlecht natürlich nicht in den Genen einprogrammiert ist selbst wenn man es sehen kann in phänomenologische Ausprägung weil das natürlich ansozialisiert ist während sie hier in einem Buch lasen das vor 100 Jahren mal jemand reingeschrieben hat ist in den Genen einprogrammiert welche Persönlichkeit deswegen ändert sich auch gar nichts durch die soziale Konstellation oder das eigene Verhalten oder den Erfahrungshorizont das ist ein totaler Determinismus aber sonst sind wir absolut auf dem Trip selbst entwurf oh Gott oh Gott eine Freundin hat der Chef diesen Test an alle Mitarbeiter gesendet was ich total schlau finde weil wenn du dann von jedem der da arbeitet diesen Test diese Testauswertung hast dann kannst du auch schaffen dass diese Mitarbeiter viel besser arbeiten und viel produktiver sind und viel viel besser miteinander arbeiten weil du jetzt die verschiedenen Charaktere auch kennst und ich glaube das könnte das könnte auch voll gut angewandt werden was auch immer in der Arbeit zwischen Freunden in Partnerschaft in der Familie was auch immer wenn man halt sich selbst besser kennenlernt und die anderen besser kennenlernt und dann kann man besser damit umgehen und hinterfragen nicht mehr so viel und will irgendwas verändern und so ja mit solchen ist doch die Lösung mit solchen Gedanken kommt man auch auf eine über 100.000er Reichweite habe ich dann bei Instagram gesehen wieso macht die Welt sowas nicht die Welt macht es ja es ist ja tatsächlich so dass ganz ganz viele Arbeitgeber diese Tests anwenden um Teams zusammenzustellen und tatsächlich wurde von Briggs und Myers dieser Test auch damals so angelegt dass er angewendet werden kann für den Arbeitsbereich deshalb auch hat man die Beschreibungen der Typen alle positiv angelegt also du hast ja eben schon richtig reagiert und gesagt ach ja klingt auch gut klingt auch gut wäre ich auch gern wie so ein Arbeitszeugnis man will also nur erst einmal aufzeigen welche Persönlichkeiten es gibt und dann kann man die zusammenmischen und tatsächlich arbeiten Assessment Center nicht nur in den USA sondern auch hier verstärkt mit solchen pseudowissenschaftlichen Persönlichkeitstests Tests die bar jeder Empirie sind die höchstens so ein Körnchen Wahrheit beinhalten oder was ja klar wird man jetzt wenn wenn man mich auf einer Bühne erlebt und ich unterbreche noch dreimal Personen und spiele mich in den Vordergrund sagen ja das ist so eher der Commander Typ logisch und wenn ich aber irgendwo zurückgezogen sitze und nicht gestört werden will ja ist wohl eher der Introvertierte das sind ja viele die gerne lesen genau du musst es immer super generalisieren um aussagekräftig zu sein sonst weiß man ja nicht womit hat man es jetzt zu tun was aber so super interessant ist diese Art der Überzeugung mit der die das gerade vortrugen und dass die Unternehmen das natürlich auch so als Management Methode wirklich anwenden es kommt ja immer einer auf die Idee das mal zu machen mit diesen Tests und dann so wie sie hier sagt ja das ist doch total klar dann kann man die Team zusammenwürfeln dann kommen die Berater rein und sagen nee du musst das Team aber gegensätzlich komponieren also ja die Testergebnisse zählen aber du darfst nicht die gleichen sondern musst die unterschiedlichen damit die sich ergänzen genau damit die sich ergänzen dann kommt ein Jahr später wieder der nächste und sagt dann kommt das Jahr drauf jemand sagt nee das ist der psychologische Ansatz wir machen jetzt mal den sozialen Ansatz dann hast du wieder jemanden der irgendwas von sozialen Hierarchien rabelt dann nächstes Jahr kommt dann jemand der dir sagt nee du musst klare Beweisungsbefugnisse und so weiter verteilen und dann nach fünf Jahren so wie Luhmann dann sagt ja eine Reform dient vor allem dazu zu vergessen was man vorher gemacht hat kommt dann wieder jemand mit den Persönlichkeitstesten alles so das haben wir noch nie gehabt und dann geht es wieder von vorne los also man kann das in jede Richtung das ist dieser typische Fall von Bauernregeln es gibt immer auch genau die gegenteilige Bauernregel aber sie wird so lange ausgeblendet bis sie halt keiner nennt und so lange ist man total überzeugt von dieser Bauernregel das ist nämlich die Kombination von erstens wir machen diesen Persönlichkeitstest und hauen dann alle gleichen ins gleiche Projekt dass das die richtige Lösung ist und es ist ein zwei Billion also zwei Milliarden Dollar Geschäft hat Forbes errechnet mit diesen Tests mit den Anbietern denn auf der Seite auf der ich das gemacht habe bin ich natürlich jetzt auch erstmal nur bei dem kostenlosen Test gewesen es wird mir aber gleich dann offeriert wenn du jetzt mal richtig in deine Persönlichkeit eindringen willst wenn du wissen willst wer du bist dann musst du jetzt auch noch was bezahlen und das bieten selbstverständlich dann auch diese ganzen Coachings an oder es gibt dann Agenturen die diese Tests vermitteln es wird eingesetzt bei Datingseiten bei der Paartherapie sogar wird über die Tests in Erfahrung gebracht welches Haus dir zu dir passt oder auch für Diäten wird das herangezogen wir hören jetzt erstmal bevor wir in das geschäftliche weitergehen mal so eine radikalisierte Form davon ich habe schon Jordan Peterson erwähnt der hat ja Epigonen oder Leute die zumindest ähnliches machen deterministische Weltbilder verbreiten und maskulinistisch das Ganze untermauern wir hören jetzt hier den YouTuber Chase S. Joseph der sich obsessiv mit diesem Persönlichkeitstest beschäftigt und der sagt zunächst einmal dass wir uns aus diesen Persönlichkeitsanteilen zusammensetzen das stimmt natürlich in die Richtung kann man es dann auch noch treiben der Test aber dahinter die Hinterbühne der Persönlichkeit und so weiter muss ja auch noch so you literally have four personality types in your head at all times so you're basically four human beings in one and a lot of people don't understand that and some of those personalities are introverted some of them are extroverted it's not like what people in the MBTI forums or the INTJ forums where they're like oh I'm an INTJ but I feel extroverted sometimes so I'm becoming an ENTJ no that's not accurate at all and it only serves to feed the stigma that Jungian analytical psychology or depth psychology is not relevant jetzt sind wir da schon mal einen Schritt weiter in der Verwirrung aber nicht in der Klarheit das innere Kind in dir da gibt es doch ich will noch zu diesem Clip sagen wir hatten damals in der FAZ so ein ich kenne das Unternehmen nicht mehr die haben Persönlichkeitsanalyse gemacht hinsichtlich E-Mail-Verkehr und so weiter da ging es vor allem darum für juristische Fragestellungen so Inhalte zu generieren beispielsweise was weiß ich irgendwer hat so ein Side-Business aufgezogen und hat sich irgendwie bereichert an seinem Unternehmen und dann hat man so eine Mail bekommen da stand drin ja sie werden hier vorgeladen Personalabteilung und so weiter und dann wird gesagt ja die Ermittlungen sind schon eröffnet aber wir wollen vorher noch mal mit ihnen reden und man weiß überhaupt nicht worum es geht und die fragen dann einfach ja warum haben sie denn damals im März aufgehört mit dem und dem Mittag zu essen und so und man sich so keine Ahnung spielt das irgendeine Rolle und die Software sagt ja das spielt eine Rolle denn damals hast du da und da Kontakt gesucht und da und da ein bisschen abgebrochen oder so gedimmt und so weiter und das war doch auch dieser Moment als so die Bilanzen so ein bisschen unscharf waren und da guckt man sich so an und in diesen Momenten dadurch dass in Amerika kein Datenschutzrecht gilt jede E-Mail die du an deinem Computer schreibst für die Arbeit darf von jedem gelesen werden der der Organisation gehört und da war man komplett sein Profil ausgeliefert also da spielte man als Person gar keine Rolle mehr man hat auch nicht verstanden eine Stunde lang um was es in diesem Gespräch ging sondern die wollten einfach nur ihren aus den Profilen die durch die Software produziert wurden einfach nochmal nachprüfen und das Bild ergänzen aber ohne es demjenigen der da eigentlich als der die Person hinter dem Profil dann wirklich leibhaftig vor ihm saß irgendwie verstanden worum es da ging und das fand ich ja auch wieder wenn er hier sagt ne nur weil du dich so verhältst und dann jemand dich so beobachtet heißt das noch nicht dass das deine echte Persönlichkeit ist sondern die haben wir schon für dich ermittelt in dem total standardisierten durch operationalierten Test dein Verhalten spielt ja gar keine Rolle mehr das ist dann die Lüge oder sowas du fühlst doch was im Schilde und eigentlich bist du vier Personen du weißt es gar nicht und du verstehst es er hat ja ausdrücklich gesagt wenn wir den Leuten sagen sie sind eigentlich vier Personen in einer verstehen die das gar nicht aber wir verstehen es wir verstehen die Personen besser als die sich selber und solche Sachen in solchen Management vulgär theoretischen Aufarbeitungen sind immer so pervers wenn man das so hört das ist ganz schlimm und es bleibt nicht nur beim Management es ist ein hervorragendes Beispiel wir springen mal gerade zu einem Clip vor den ich für später gedacht habe und zwar gibt es da von CS zum Dating eine Aussage in Sekunden nämlich kann man da schon etwas erkennen also erstmal diese Typisierung funktioniert in Sekundenschnelle Once you understand how the interaction styles interact with the temperaments you'll be able to type anyone in seconds like you literally meet a new person you've never met before and you just pay attention to their interaction style once you identify their interaction style then you just it's like okay well is he a guardian is he an artisan is he an intellectual or an idealist once you have that information you immediately know their type with a 100% accuracy and then because you know their type you know their cognitive functions you know where they're really good at things you know where they're very pessimistic you know where they're very childish you know where they're insecure you know where their worry exists you know where they're very critical you know where their wisdom would be you know what they're completely unaware of and you know where the corruption of their soul is you instantly know the person's human nature puh das ist so krank und so soll man dann auch zum dating gehen imagine like if I'm gonna date like a woman you know for the first time and I instantly type her I know that she's super compatible with me and I just understand her that's what 10-15 years of hard work shed off our relationship like that why would I not want that why would she not want that you know what I mean it saves time guys ne das alles quatsch ich möchte hier gerne aufgrund eigener erfahrung jetzt sagen worum es wirklich geht beim dating erstens sich selber kennenlernen und dann die andere person man lernt sie wirklich nur kennen wenn man ihr leibhaftig gegenübersteht und Zeit verbringt das ganze online dating kann das anbahnen dass es zum termin kommt sich zu begegnen aber kann es nicht ersetzen und man weiß vorher nicht was man will man ist selber von sich überrascht also muss man sich darauf einlassen und es gibt nur einen guten tipp von der lieben konstanze die gefühle haben immer recht aber man muss ihnen eben auch folgen und sich nicht verirren lassen hier von solchen komischen typologisierung oder was auch immer am Ende geht es doch darum den einzigartigen Menschen zu finden oder und das ist das wichtigste überhaupt die soziale Beziehung die man eingeht einzigartig zu machen man geht also nicht los und sucht den Sinn sondern man erschafft den Sinn und das ist doch das wichtigste überhaupt und hier hat man den Eindruck da müssen nur Adapter zusammengebracht werden mehr ist es eine ganz technizistische Idee wie die menschliche Psyche funktioniert wie der Mensch an sich funktioniert alles was einen Menschen ausmachen kann kann man zusammendampfen auf ein paar Formeln auf am Ende vier Buchstaben und dann weiß man auch schon alles dann kann man das zusammenbringen und die Verwunderung wird dann am Ende groß sein wenn es dann nicht geklappt hat die Buchstabenkombination war doch richtig und ein jeder deswegen finde ich es so erstaunlich dass sich das so durchsetzt ein jeder hat doch die Erfahrung dass man sich innerhalb eines Lebens mehrmals in Menschen täuscht dass man jetzt das muss gar nicht der große Betrug oder irgendwas sein im Positiven wie Negativ dass man sich wirklich täuscht und da zeigt sich doch so vieles dran also wie ambivalent das menschliche Zusammenleben ist ein Bestseller den wir ja auch kennen oder aber nicht gelesen haben glaube ich das innere Kind in dir soll Ruhe finden ich habe es nicht gelesen aber das ist so etwas was ganz stark rezipiert wird und auf dieses innere Kind zielt jetzt auch dieser C.S. Joseph ab der uns da auch sehr merkwürdige Anschauungen präsentiert Inner Child is the most innocent part of the human soul it's where a person's innocence is if someone were to attack the child function of another human being that is akin to child abuse that would be like telling a mentor or an ENFJ or an ENTJ be like telling those two types that they always look bad that they never give people a good experience that they don't care about all their attention to detail that would be like telling ENTP or an ESTP that they're uncaring and that they're the most selfish people in the world that would be like telling an INTP or an INFP that they're the most disloyal people on the planet that is child abuse also child abuse es gibt natürlich Erlebnisse die eine Persönlichkeit auf pathologische Weise beeinflussen dafür haben wir aber ein Medizinsystem in dem nämlich katalogisiert ist und auch klar ist wie das diagnostiziert werden kann um was es geht und dann kann man da auch therapeutisch eingreifen bei allem anderen würde ich sagen und ich habe diese ganzen stark literatur auch ihr podcast ne Stahl heißt sie Stahl Stefanie Stahl heißt sie Stefanie Stahl nein wie auch immer das Kind in dir muss Frieden finden oder so ich habe sehr viel dazugehört von ihr und ich finde das alles total illustrativ und man hört da auch gerne zu man lernt vor allem ganz schön viele auch so ein paar krassere Lebensgeschichten kennen wenn man so einem Podcast folgt aber am Ende bin ich doch wieder und ich kaufe mir wenig Bücher auf Papier aber hier habe ich eins in der Hand es hat 923 Seiten und es ist einfach eins dieser gesammelten es gibt drei davon gesammelten Werke Dinger von Alfred Adler wo einfach Alfred Adler im Originalton wie er damals aufgeschrieben hat vor 100 Jahren auch so ein bisschen muss man ihm auch nicht folgen aber es gibt auch für diejenigen die das brauchen das Angebot von vergiss einfach deine Vergangenheit du kannst einfach jetzt entscheiden komm Blick nach vorne such dir ein Ziel mach irgendwas probier was aus du musst nicht die ganze Zeit dein inneres Kind suchen dir davon irgendwie was erhoffen wenn du es dann gebändigen kannst oder wie auch immer einfach nach vorne gehen die Möglichkeiten Handlungsmöglichkeiten sind da klar es gibt ökonomische Grenzen und so um seine Persönlichkeit dann doch nicht so auszuprägen wie man es möchte aber man kann auch einfach also sozusagen genau der Gegenentwurf zu Freud Freud immer dieses ja du musst also wenn du nicht bei Vater oder Mutter angekommen bist dann hast du dich noch nicht verstanden in deiner Persönlichkeitsentwicklung und Alfred Adler so nee sag einfach jetzt nur noch nach vorn und dann geht man halt nach vorn und das gibt es sozusagen auch ich will das nur als auch mal Literatur nochmal nennen ich habe ja schon oft Alfred Adler aber hier nochmal ausdrücklich gegen diese ganzen Suchbewegungen die uns hier vorgestellt werden C.S. Joseph träumt jedoch von einer neuen Welt So baut man keine menschliche Gesellschaft sondern eigentlich ein Zoo ja dann sagt man die können zusammen ins Gehege die anderen aber nicht und wenn das alles schön fein voneinander separiert ist also das ist so ein Identitäts Ethnopluralismus jetzt nur auf die Psychologie aus und dann bleibt jeder bei sich beziehungsweise die die kompatibel sind die können dann zusammenarbeiten es ist kurzum eine faschistoide Psychogesellschaft die er da herbei wir können ja so einen Trend starten während man bei methodisch inkorrekt sich zu Weihnachten gegenseitig Periodensysteme der Elemente schenkt wo die Elemente echt drin sind sagen wir uns ja dann sammeln wir jetzt alle 16 zusammen also du hast gerade gesagt du bist ein Kommandeur und nur jeder 50 ist ein Kommandeur da kann ich schon mal einen Haken dran machen sehr viele werden sehr viel länger nach dem Kommandeur suchen müssen weil es ja nur jeder 50 also Sammlung schon wächst aber sag mir Bescheid wenn ein Test was anderes als Kommandeur dass ich dich da wieder raus streiche ja ich glaube das ist die einzige Art und Weise man muss sich darüber lustig machen wenn es nicht so traurig wäre denn auch der Sohn von C.S. Joseph wird typisiert We were typing our son before he was even born now my son he is a movement type my daughter she triple movement so they're both movement types but this child was even far more movement in the womb than they were it was it was insane it was like holy smokes he's moving around a lot he's kicking like it was the highest frequency of kicking it was the highest frequency of moving he always knew what he wanted at all times anytime like she'd start getting hungry and whatnot he didn't like hunger he didn't like her being hungry and he would kick her and he wouldn't stop until she started eating das ist signal intelligence auf ganz basalem level wenn das Kindchen schon strampelt wird es ein Fußballer oder ist ein weiß ich nicht was man dann für für ein toller Mensch ist Es gibt auch wichtigere Leute die man besonders braucht ich glaube Protagonisten oder so braucht man besonders darauf wollen wir gar nicht weiter eingehen wir springen jetzt mal wieder und schauen uns das Geschäftsmodell an Merv M war im TED Talk zu Gast und spricht mal über dieses Geschäft und auch über die Fehlerhaftigkeit In 1942 a mother daughter duo Catherine Cook Briggs and Isabel Briggs Myers developed a questionnaire that classified people's personalities into 16 types called the Myers Briggs Type Indicator or MBTI it would go on to become one of the world's most widely used personality tests Today personality testing is a multi billion dollar industry used by individuals schools and companies but none of these tests including the MBTI the big five the DISC assessment the process communication model and the Enneagram actually reveal truths about personality in fact it's up for debate whether personality is a stable measurable feature of an individual at all die Sounds sollen uns natürlich nicht stören sondern eigentlich dann nur malen die Veranschaulichung das können wir aber dann jetzt nicht gerade sehen aber wir hören hier jetzt von Emre dass es ja eigentlich jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt trotzdem sind diese Tests weit verbreitet millionenfach werden sie in den USA gemacht und hier geht es mal um die Fehlerhaftigkeit also genau das was bei mir passiert ist irgendwann mal gemacht weil ich das Thema schon mal auf dem Schirm hatte muss ich zur Entschuldigung sagen nicht weil ich mich für meine Persönlichkeit interessierte und da kam was anderes raus als jetzt Ja wir sind natürlich auch als menschliche Wesen etwas sehr Prozesshaftes das kann man ja auch sehen wie man sich weiterentwickelt oder auseinander dividiert wie Freundeskreise von früher einem nicht mehr so interessant sind oder man keinen nennenswerten Grund kennt warum man zu einem Klassentreffen gehen soll welcher Austausch soll da tatsächlich stattfinden all das zeigt ja dass wir unser ich auch als etwas sehr Prozesshaftes erfahren sollten nun sprechen wir über das Business insofern als mit Liebe und Sex sehr viel Geld zu verdienen ist wir haben ja schon über Dreamlovers gesprochen im Salon und es eine App die heißt Synced die anders funktioniert als Tinder denn es geht darum dass man die Menschen zusammenbringen will die wirklich auch zusammen gehören und man hat dann so einen Love Calculator ich zeige dir das mal hier Stefan so einen Love Calculator da kann man dann zum Beispiel eintragen welche Buchstabenkombination man hat und dann bekommt man ausgespuckt nach wem man suchen soll ja also ein ISFP sucht dann einen ESTP und tatsächlich ist es so als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde ein Freund hat mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht daraufhin fragte ich in meinem Bekanntenkreis ob das schon Leute gemacht haben und ich fragte ob ihnen das irgendwo vorgekommen ist und die Jüngeren die ich gefragt habe haben alle gesagt auf Datingportalen ist das jetzt ganz häufig neben dem Nickname auch die Buchstabenkombination angezeigt wird also setzt sich das offenbar sehr durch und das sind ja Leute die diese Tests offenbar sehr ernst nehmen sonst würde man das ja nicht noch extra zum Profil hinzufügen deswegen hören wir jetzt mal was Synced uns verspricht So I'm going to start with you Jessica as the CEO can you start by giving us more of an introduction to SoSynced and explain what makes it unique compared to the rest of the products on the market sure so yeah as you mentioned SoSynced is based on matching compatible personality types and it's based on the Myers-Briggs model so I'm not sure how much you know about that but essentially you have 16 different personality types they each consist of four different letters and essentially it's just a unique and I guess deeper way of matching partners and essentially we took a step back and we just thought you know personality is so important why are there not dating apps matching people based on personality types and we can kind of go more into the story of how the idea came about but it does just make so much sense also bei Tinder mehr über mich Sternzeichen Ausbildung Familienpläne Covid-19 Impfung Persönlichkeitstyp kann man alle 16 sind vorbereitet musst nur anklicken ja welche Buchstabenkombination dann Kommunikationsstil also lieber texten oder direkt treffen oder wie immer und Liebestil da aufmerksame Gesten Geschenke Berührung Komplimente gemeinsame Zeit ich finde das ist ja so eine totale sinnlos wie empfängst du Liebe Fragezeichen und dann soll man zwischen den fünfen aufmerksame Gesten Geschenke Berührung Komplimente oder gemeinsame Zeit entscheiden Bargeld ist aber nicht noch da genauso schwammig ist das ja wahrscheinlich bei den Persönlichkeitstypen auch klar man hat so dieses total operationalisierte vier Buchstaben Ding aber man kann ja wahrscheinlich wahllos irgendwas anklicken oder ja soll ich mal was anklicken klick doch mal was an du weißt ja Joan Rivers hat ihrer Tochter wurde mal gefragt ob sie einen Tipp hat für ihre Tochter einen Ratschlag und dann hat Joan Rivers gesagt schlaf nur mit dem Mann der viel Geld hat schlaf nur mit dem Mann der Humor hat schlaf nur mit dem Mann der gut aussieht und achte darauf dass die drei sich niemals treffen wir hören weiter in diese tolle Synced App hinein was sie so alles kann also deeper Matches werden hier schon versprochen und ja you were ein bisschen sceptical at first right ja ich nicht wissen sehr about die Myers-Briggs model und dann we applied it to people we knew to myself i was in a long term relationship with my perfect match without realising exactly und ja we applied it to our friends and people we knew and past relationships and actually it just made so much sense like you say there such a correlation also die beschäftigen sich dann aufgrund dieser Briggs Geschichte damit und sehen dann plötzlich ja so habe ich Beziehungen geführt oder ich habe falsche Beziehungen geführt es gibt noch eine andere App die heißt Birdie die funktioniert ähnlich und da wird auch erklärt was jetzt das Besondere da ist also man spricht dann so von einer Post Tinder Ära die eingesetzt hat denn Tinder bietet zwar das jetzt auch an aber Tinder ist ja so Oberfläche um Bilder und hier geht es darum sich zu erkennen und den anderen zu erkennen und da heißt es dann warum Birdie so besonders ist juliet juliet zwann das ist die gründerin discovered the myers pricks type indicator after a failed five year relationship with someone who was unlike her completely disconnected from his emotions she recognized herself as an esfj and realized how much she had paid trying to be someone else as she read the words and learned more about her personality she began accepting her true self und daraufhin hat sie sich gedacht mache ich doch eine app für alle wir hören weiter jetzt bei singt so when you download the app you sign up and take our free five minute personality test this then gives users their personality type and a personality profile which basically has their strengths weaknesses ideal date recommendations and then also really their best matches their best personality matches and then when you are on the app basically each profile has a compatibility percentage and this is you know one our unique matching algorithm but we factor the personality types into this compatibility percentage in seinem buch lob der liebe hat der französische philosopher nombard you eine werbekampagne sich angesehen von meetic das ist so eine dating plattform in frankreich und die warb mit dem slogan falling in love without the fall also man möchte alle dinge die die liebe und die leidenschaft wo ja leiden auch drinsteckt gleich wegnehmen aber man vergisst dabei dass man natürlich damit auch die liebe ausrangiert und so findet es hier auch statt dass man glaubt man könnte menschen in dieser weise reduktionistisch betrachten und dass das auch eigentlich eine gute voraussetzung ist um dann mit so jemand eine beziehung zu führen also wenn man einen solchen blick auf die welt hat also wenn mir jemand kommen würde und glaubt mit diesem reduktionismus mich zu erkennen dann ist ja eines schon mal klar das ist ja die die falsche person ja genau also das ist ja sowieso das ist hier so ein bisschen wie beim also heiratsmarkt und arbeitsmarkt ist ja sowieso manchmal so ein bisschen kühl gegenübergestellt und das ist hier dieses äquivalent von ja was möchtest du jetzt eigentlich später werden du hast ja weil dein schulabschluss hm was will ich denn werden vielleicht lehrerin aber nur als beamte und dann weiß ich auch was ich mein leben lang mache und dann weiß ich auch was mein gehalt ist weil dann kann ich der tabelle nachgucken und das ist eigentlich das beste wenn ich sozusagen nicht in den arbeitsmarkt falle sondern einfach schnurstarkste aufgenommen werde und dann ist alles gut ja aber so lohnenswert das ist ist ja dieser liebesweg ja genau eben anders konzipiert da braucht man eben diesen kleinen göttlichen funken diese divine intervention ohne dies eben irgendwas anderes ist aber eben nicht das worum es geht und das können die apps natürlich so nicht bieten und selbst wenn man jetzt nicht die Liebe sucht also auch der modus des flirts geht ja vollkommen kaputt wenn man in dieser weise herangeht insbesondere ich kann mich noch daran erinnern bei corona haben die franzosen noch diese werbekampagne gemacht mit diesem bild wo sich so ein paar leidenschaftlich küsst und dann hieß es mit der impfung kannst du das wieder erleben ja das fanden ja die deutschen total beeindruckend weil er so auf emotionen abgestellt wurde wir hatten die uschi blöd sind und jetzt meintest du ja gerade das ist eine französische app die dieses falling in love meeting war das ja traurig das jetzt zu hören ja aber die franzosen haben es dann gleich philosophisch aufbereitet dass das so nicht geht also um die franzosen mache ich mir keine sorgen wer wird denn jetzt mit wem zusammengebracht we basically match people with some similarities so that they can form a strong connection and then some differences to really create a spark and it's I guess really about balance but also about each person's outlook on life so the first letters the introvert versus extrovert we would put as opposites as they can really balance each other out the second letter the S versus the N would be the same as that's about you know that outlook on life and then the third letter would be the F versus T which is doesn't really matter and then the fourth letter which is the P versus J we would have is different again so eine kleine Pseudowissenschaft haben sich daraus gepasst also es erinnert so ein bisschen an das was wir hatten als wir über die alternativen Fakten gesprochen haben so Leute die sich mal selbst ausgedacht haben wie das mit der Impfung wo sein wird und was das so bringen kann und das ist so und so und so dann eigentlich verhält sich das eigentlich wissen die alle dass am Ende der Tanz Tee das Ding war nirgendwo hat es besser funktioniert als dieses ja wir sind jetzt haben uns alle hier versammelt weil unsere Eltern das wollten und wir wissen worum es geht tja machen wir es halt ironisch aber machen es trotzdem so ungefähr und das gibt es heute nicht mehr und jetzt gibt es Begegnungen online und jetzt versuchen die das irgendwie zu organisieren wahrscheinlich auch mehr unter dieser Maxime nur noch die anschreiben an denen es lohnt oder so weil beim Tanztegler es war übersichtlich jetzt ist es halt kompliziert weil es viel ist aber das ist doch alles Hanebüchen die schalten jedenfalls auch Werbekampagnen sind dann bei einem großen YouTuber Frank James heißt der über eine Millionen Abonnenten der dann solche Comedy Videos macht zu den Fragen ziehen gegensetzt sich eigentlich an wir hören da nur kurz rein und das ist aber eigentlich die Werbung für genau diese Dating App dann Do opposites really attract? Oh, let's find out For our first date we've set up a fashionista with an entrepreneur These two will bond over a dancing lesson Perhaps a little motion will be enough to jumpstart their heart Alright everybody it's time to dance Who's ready for a little spontaneity? As soon as he said the word spontaneity alarm bells started going off in my head Hey, are you okay over there? Because you kind of seem like you don't want to be here Why would you say that? Well I don't want to be here It was then that I realized that he didn't really want to be there Right, well it was nice meeting you but I hate dancing so I'm gonna go home and chat on Discord until 3am Wait, you can't know you hate something until you give it a fair shot That's not true I literally do that all the time Bye bye Selbstverständlich hat man gewisse Merkmale oder Dinge die mir eigentlich gehen Du wirst mich nicht mehr dazu bekommen dass ich in einen lauten Club gehe und am Ende sogar noch sagen würde es gefällt mir hier Das wird nicht passieren Man würde sich ja schreien müssen Es gefällt mir hier Nur ist das ja nicht meine gesamte Persönlichkeit oder die Rückschlüsse die dann man erzielen kann sind vielleicht auch eher geringere aber dieser Wunsch nach Kategorisierung ist schon dieser Wunsch nach Orientierung in so orientierungslosen Zeiten und ist der Wunsch dass man auch eine Festigkeit hat wo sie zum Beispiel durch etwas Transcendentes nicht mehr geboten wird wo mir gesagt wird so ist der Mensch und dorthin wird er einmal gehen wenn alles zu Ende ist im nächsten Leben oder um ein frommer Mensch zu sein muss man dreimal die Woche in die Kirche diese Dinge sind nicht mehr gegeben und jetzt versucht man da einen Halt zu produzieren und versucht dies so pseudowissenschaftlich zu unterfüttern Ja es ist vor allem es sind zu viele Menschen gerade in so urbanen Zentren wo sich die jungen Menschen rumtreiben und hier schwingt ja so diese Idee mit von irgendwo gibt es den Traumprinzen ich habe ihn nur noch nicht getroffen und das Problem ist aber den Traumprinzen gibt es nicht bis man ihn getroffen hat weil er entsteht erst durch das Treffen Ja und dieses gemeinsame Geschichteschreiben wird ja hier so ein bisschen ausgeblendet sondern die Idee die hier warm gehalten wird ist ja es gibt da schon jemanden und es ist aber ist eben nicht so so ein Indeterminist man trifft sich oder man trifft sich nicht und man ist so und man kann sich auch nicht ändern also diese Frage wie denn eigentlich Beziehungen funktionieren lassen sich ja auch dadurch ganz gut beantworten dass man miteinander die Beziehung führt wenn man aber hier mit diesen Gegensätzen arbeitet oder beziehungsweise mit diesen Typologien arbeitet wo man so ist wie man eben ist dann ist ja auch kaum noch was denkbar was soll das sein dieses I am what I am das ist genau diese Ideologie du kannst sein wie du also jeder weiß doch wenn man verliebt ist biegt man sich ganz schön hin und zurecht um und dann ist man nicht mehr man selber sondern man entdeckt sich dann gerade neu und so und dieses ja ich muss jetzt jemanden treffen den ich so leidenschaftslos nicht hinterher renne dass er sich komplett meiner Persönlichkeit anpasst dass es eigentlich von Anfang so langweilig ist es geht ja gar nicht auf die Losung die die hier propagieren das ist aber wieder eine perfekte Überleitung zu einem neuen Rollenmodell von dem ich noch bislang nichts gehört hatte aber darauf stößt man dann wenn man diese Persönlichkeitstests und all das mal ein bisschen ermittelt diese Alpha Männer das kennen wir schon von den Hip-Hopern Kollegah oder wer das war die dann sagen man muss so ein Alpha Mann werden also der Anführer sein in der Gruppe vor allem auch Frauen gegenüber das ist auch natürlich sehr stark jetzt bei so einem C.S. Joseph Misugyn er erklärt dann auch ganz genau warum es so sein muss dass Männer zum Beispiel immer zuerst essen sollten die müssen vorrangig bedient werden also ganz ganz obscure Theorien was wir uns aber jetzt noch ansehen ganz kurz ist der Sigma Male hast du von dem schon gehört ich habe YouTube Videos gesehen wo er beschrieben wird und die liefen alle unter dieser Maxime sei doch so wie der ja vielleicht kann man ihn ein wenig so sich veranschaulichen wie George Clooney in Up in the Air man geht so geschmeidig durch die Welt ist souverän man kann durchaus sich investieren in etwas aber nicht zu sehr und kann sich wieder rausziehen und alles perlt so von einem immer so ein bisschen ambivalent bleiben der Mensch als Hartschalenrollkoffer Sigma males are the type of people motivated to make a difference in the world they choose to strive for success not to please the masses or receive praise and adoration but because they have an inner desire to accomplish greatness because they've always felt like they have a bigger purpose Sigma males look inward for inspiration not outward for approval which makes them powerful forces in any field number six they keep a low profile Sigma males keep a very low profile in the world often leading to mystery and intrigue they tend to shy away from opening up about their private lives and they generally do not feel the need to maintain a public presence on social media platforms Sigma males are highly independent individuals who understand that they are unique and they disregard the need for other people's approval or recognition oh je wollen wir nicht alle ein bisschen Sigma sein ja wir wollen alle auch ein bisschen so sein und wenn man das dann nicht schafft dann kann man sich immer noch damit beschäftigen wie wohl andere Menschen sind so gibt es dann von zig Politikern Datenbanken in denen die Community versucht herauszufinden wer wer ist also wer ist Annalena Baerbock wer ist Robert Habeck und tatsächlich hat mir besagter Freund auch einen Link geschickt da wurde ich analysiert irgendjemand hat so ein Profil erstellt auf so einer Database und dann wird spekuliert darüber wer ich wohl sein könnte und wir hören jetzt noch rein in Psychology Refresh da gibt es auch tolle Erkenntnisse zu den Persönlichkeitstests protecting others often to the point of sacrifice is the main motivation for ISFJs even though they have strong interpersonal skills and a propensity for analysis they tend to be more sociable than ordinary introverts they are kind and considerate and frequently give their entire lives to aiding those in need ISFJs prioritize their families and are great friends the most famous historical character with this personality type is Queen Elizabeth the second so wäre noch eine Persönlichkeit die uns gefildert wird people with an INFJ personality type want to stand up and change the world because klingt doch erstmal gut oder klingt auch klingt auch gut INFJ personality type is drawn to the messy complex world of people they are driven to the idea of concepts they have an all or nothing obsession on one problem INFJs are intrigued by concepts like the future and human nature Zukunft die Menschheit das sind noch wichtige Themen Ideologies Philosophies Religions Identities and Beliefsystems are things that appeal to them as well the most famous historical character with this personality type is Adolf Hitler das ist eine sehr gute Pointe und dabei belassen wir es glaube ich die passt ganz wunderbar zu diesem Thema unglaublich ist das alles gut schließen wir mit dem Thema Klima ich habe unendlich viele Clips wir gehen aber nur ein paar durch wir müssen glaube ich keinen Clip hören zum Thema dieser Oktober ist einer der wärmsten wir liegen derzeit bei 11,4 Grad im Jahres Durchschnitt Kachelmann wies heute morgen per tweet drauf hin das ist bislang noch das wärmste klar es kommt noch ein etwas kühlerer Dezember aber wir werden in Deutschland fehlen trotz aktuellem Regen fehlten im August 39 Milliarden Tonnen Grundwasser wir hören jetzt also auch in den Medien so neue Kategorien das war in dem Falle die Tagesthemen die uns das gesagt haben wir sagen wir haben noch keinen Maßstab dafür ich bin immer wieder fasziniert dass dann so langsam doch so Inzidenzen gemeldet werden wahrscheinlich kriegen wir noch so ein paar beim Thema Klima und wir wollten aber ein paar interessante Clips zum einen von der Klimakonferenz haben wir eine zehnjährige es gibt eine neue eine neue Greta ich bin schon nicht mal auf den Namen gekommen Greta Thunberg also es gibt eine neue Greta sie war sie eigentlich da bei der Klimakonferenz ich hab sie gar nicht gesehen also Lisa Neubauer war da Greta hat auf jeden Fall ein großes Buch jetzt hab ich gesehen das Klimabuch oder so das liegt in allen Buchhandlungen aus eine zehnjährige fordert von den Klimasündern Payments seit knapp zwei Wochen sitzen fast 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ägypten beieinander und haben viel geredet und jetzt hat eine junge Klimaaktivistin aus Ghana genug Nakeyad Dramani Sam ist zehn Jahre alt und nimmt ihren ganzen Mut zusammen sie bekommt standing ovations der versammelten Welt im Raum aber Applaus allein wird nicht reichen genau Payment overdue also die Zahlungen sind überfällig genau es ist ja eine der Neuerungen die es jetzt gab dass es ein Klimaentschädigungsfonds gibt wir hören gleich mehr dazu ich würde sagen hier haben wir es natürlich sie wurde eingeladen und so weiter das war vor allem wohl ein deutsches Bemühen also es war ja total kompliziert überhaupt diese Klimakonferenz zu folgen man hat immer gehört es ist total chaotisch niemand weiß irgendwas die ägyptische Präsidentschaft macht so irgendwie es gibt keine geschriebenen Zettel alles geht runter und drüber Timmermans so völlig planlos hat ja dann Luisa Neubauer in seinem Instagram Video gesagt die Afrikaner müssen das selber wollen wir können nur Anreize schaffen aber die EU-Kommission ist wohl ohne Pläne da hingefahren bis Annalena Baerbock sagt ja komm wir machen mal das mit den Entschädigungsfonds oder so dann wurde das weil die Europäer da mit Lücken im Programm hingefahren sind zu einem europäischen Thema und am Ende wurde das irgendwie aber ohne Zugkraft aber das ordnen wir gleich nochmal ein Joe Biden hat dort mit starken Worten zumindest würde ich aber nicht sagen heiße Wurst äh heiße Wurst heiße Luft noch hinterlassen es sind nicht nur immer intensivere Hurricanes wie in Florida immer häufiger immer härter spüren die USA die Klimazange Hochwasser Fluten im Osten des Landes Hitze Feuerwellen im Westen in Kalifornien und extreme Trockenheit der Mississippi wichtige Handelsroute so niedrig wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr Klimaschäden sind auch Wirtschaftsschäden auch deshalb verspricht Joe Biden immer wieder die USA zum führenden Weltklimaschützer zu machen denn klar ist die USA sind mit China weiterhin der größte Treibhausverursacher wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht werde ich kein Nein als Antwort akzeptieren ich werde alles in meiner Macht stehende tun um Luft und Wasser sauber zu halten unsere Gesundheit zu schützen und saubere Energie zu fördern so und das war im Juli und der große Auftritt wurde natürlich da hart ausgebremst durch die Wahlergebnisse die sie zeitgleich da im Kongress eingefahren haben keine Mehrheiten mehr also in der Hinsicht ja was soll der amerikanische Präsident schon noch machen jetzt ihm sind da politisch die Hände gebunden du möchtest uns aber nicht weil ich jetzt schon sehe welche Clips da sind du möchtest uns aber nicht den Clip von Claudia Roth vorenthalten wo siehst du ihn Claudia Roth den möchte ich schon hören den hier was sie gesagt hat worum ging es sag uns das wir machen also ein Unterkapitel auf Klimaproteste es gab ja Proteste entweder hat man sich irgendwo festgeklebt oder hat Farbe äh nicht Farbe sondern Essen im Museum ausgekippt oder ja die Straßen blockiert und so weiter und Claudia Roth wir haben hier zwei Clips von ihr zum einen das ist der Grund europaweit Klimaaktion gegen die Kunst lautstarke Proteste um die Welt zu retten wie es heißt Moniz Heuschuber Handelswert 111 Millionen Euro geschützt dem Potsdamer Museum Barberini nur durch eine Glasscheibe aber wozu die Anschläge Menschen hungern Menschen frieren Menschen sterben wir sind in einer Klimakatastrophe ich verstehe die Sorge ich verstehe auch die Verzweiflung aber bitte attackieren an der richtigen Stelle ich frage mich da so ein bisschen wo ist die richtige Stelle Soße auf eine Glasscheibe ist nicht die richtige Stelle wo ist denn dann die richtige Stelle ja wann wäre man denn zufrieden mit einem Klimaprotest und was wäre dann noch der Protestteil da dran sie war ja die Managerin von Ton Steine Scherben die man in keinem Artikel müde wird zu schreiben nun hat ja Tonscheibe Steine Scherben gesungen die haben Kulturveranstaltungen gemacht da kann man auch sagen ist das der richtige Ort für Protest warum sind die eigentlich nicht in den Bundestag und haben das da mal erzählt ja genau es versteht doch niemand also das ist total Banane und es ist nur das eine der andere Spruch von ihr ist der die letzte Generation hat eine Frage gestellt sie hat die Frage gestellt was ist mehr wert Kunst oder Leben und ich glaube man muss die Frage umdrehen man muss es anders formulieren man muss sagen Kunst ist Leben und deswegen muss man mit Kunst und auch mit Kunst gegen die Klimakrise angehen so ich will es gar nicht zu tief aber Kunst ist nicht Leben das ist ein Verquatsch ich will nur mal auf dieses man muss mit Kunst gegen das Klima angehen so hat es gesagt ja das heißt wir singen irgendwo was gemütlich ja aber ich finde eine Tomatensauce auf dem Van Gogh zum Beispiel ist doch Kunst ja du hast also die sind doch ins Museum gegangen und haben doch da Kunst produziert oder nicht würde ich jetzt sagen ja also man kann das als eine solche Performance sehen und das ist ja das ist doch mega wir reden ja jetzt über Rezeptionsästhetik wenn du das Publikum sagst das ist Kunst dann können die gewollt haben was sie immer wollen aber wenn du das unter Kunst siehst dann ist das so genau was sie ja hier möchte ist ja genau das was die Documenta geboten hat sie hat ja lange Zeit da beide Augen zugedrückt und das ist ja genau das dass man in der Documenta dann gemütlich mal durchgeht an den Artefakten den Hinweis bekommt hier eigentlich kämpfen wir für die Frauen in weiß ich nicht wo und bitte lest diesen Text erstmal bevor ich das Grundstück anschaue hier in Kassel und dann ist den Frauen dort auch geholfen was ja nicht der Fall ist das heißt das ist ja eine Kunst die hyperpolitisch sich gibt aber in Wahrheit völlig unpolitisch ist weil nichts daraus resultiert und hier haben wir eine direkte Verbindung von Kunst und Politik das geht aber dann der Ministerin für Kultur zu weit ja vor allem mit ihrem Spruch Kunst ist Leben also wir tun ja Kunst in einem Museum um es zu schützen um die Kunst zu schützen damit sie nicht einfach mitten auf der Straße steht und da umgefahren wird bei mir jemand wir schützen die vor dem Leben im Grunde irgendwie so muss man ja wenn schon eine Einflugschneise finden so mit diesem jetzt hören wir Götz Ali der sich gedacht hat ja Kunst ist Leben keine Ahnung was die Ministerin und so weiter ich sag mal ja ich weiß wo ich Kunst finde gehe ich nämlich ins Museum rein wenn ich mir aber mal nicht nur die Kunst angucke sondern auch der Ort wo ich die Kunst finde dann muss ich doch eine Feststellung machen zunächst hat diese junge Generation wirklich jedes Recht zu protestieren Götz Ali ist ein renommierter Historiker der 75-Jährige hat sieben Enkel für ihn war seine damalige 68er er wollte ein Kinderspiel gegen die Probleme von heute vor einer Woche bin ich ums Freiburger Münster gegangen das ich sehr gut kenne die Umweltschäden die dort täglich stattfinden durch unsere Abgase das ist viel mehr Kunstzerstörung als diese symbolischen Aktionen Also ob ich mir jetzt direkt die Glasscheibe vornehme oder die Mauer die ich um das Gemälde drum herum baue ist doch eigentlich egal er hat halt hier einen Schaden begutachtet den alle anderen übersehen und die anderen haben halt einen in Anführungszeichen Schaden hergestellt vorübergehend um etwas zu symbolisieren das ist ja kein echter Schaden anders als die Mauer draußen und jetzt kommt das deutscheste überhaupt ich war außer mir als ich das wir haben ja das letzte Mal über Van Goghs und zwar nur über Van Gogh ich habe ja nur über Van Gogh angekommen und da habe ich ja dazu gesagt ja die in London haben genau 5 Stunden gebraucht Bild gereinigt Glasscheibe abgeputzt ja wie man es halt so macht wieder hingehangen öffentlicher Betrieb wieder alles dann dasselbe ist ja mit Kartoffelbrei in Potsdam passiert und jetzt hören wir uns das mal an das Potsdamer Barberini Museum ist seit der Attacke vor einer Woche geschlossen das ist die schlechte Nachricht die gute ab morgen soll die Ausstellung verzauberte Moderne wieder zu sehen sein mit Monet's gereinigten Bild ohne Kartoffelbrei und die machen eine Woche Pause die machen eine Woche und das war ja nicht nur das eine Bild da ausgestellt es ist absurd ja das ist so typisch deutsch dieser Kulturbetrieb wir haben Corona leider müssen wir die Bibliothek zumachen wir hatten eh nie Lust die Bücher zu sortieren immer der Scheiß und so ach Corona ist vorbei naja wir geben euch die trotzdem nur am Counter weil bevor ihr in die Regale geht es ist es ist das war ja auch dann wenn im Sommer durfte man dann während Corona öffnen alle Veranstaltungen fanden statt und die Theater haben nichts anderes zu tun als dann ihre Sommerpause zu machen nachdem sie drei Monate oder fünf Monate pausiert haben und das ist hier auch genau diese Denkweise das wie in den Schulen ja Schulbetrieb wir machen erstmal eine Konzeptionswoche ja die müssen die Kinder nochmal zu Hause lassen die Lehrer müssen erstmal konzeptionieren was wir jetzt machen das ist wirklich also das Museum eine Woche zu machen also wenn das Museum ja richtig klug gewesen wäre also wenn ich jetzt vom Marketing wäre dann hätte ich gesagt ist irgendwas hier gefährlich kann da was passieren mit dem Kartoffelbrei an dem Bild die Antwort hängen lassen eine Woche lang und dann können die Leute reingehen und können sich das ansehen also damit sie es als Kunst rezipieren können wir machen jetzt Kunst daraus ich wette in diesem Museum wären mehr Zuschauer denn je gewesen ganz genau was ist man Banksy ist komisch hat nicht ganz das Papier zerrissen sondern nur da rennt man überall hin und hier hätte man endlich was gehabt genau viele Chancen verpasst ein Clip den habe ich schon mit Mick im Fernsehpodcast aber er ist so lustig so deutsch wir müssen ihn nochmal und jetzt werden wir ihn dann auch ergänzen denn wir müssen uns hier nochmal anderes Personal anhören aber wir beginnen mit dem Clip den vielleicht einige schon kennen Umfrage unter Museumsbesuchern reportiert in den Tagesthemen heute ist die Welt im Potsdamer Museum Barberini wieder in Ordnung halbwegs Monets Getreideschober hängt wieder gereinigt neu gerahmt und gesichert sichtbar mehr Sicherheitspersonal Rucksack Handtaschen und Jackenverbote die Meinung hier und heute über Kartoffelbrei Würfe auf weltberühmte Kunst also die Aktion finde ich total bekloppt vor allem schon deswegen weil die Leute argumentieren ja die Glasscheibe schützt ja das Bild aber kein Mensch weiß doch ob die Glasscheibe und der Rahmen verklebt sind also aus meiner Sicht könnte dadurch sogar Flüssigkeit durchlaufen aus seiner Sicht könnte da sogar Flüssigkeit durchlaufen ja es gab ja sogar noch die Argumentation man spielt ja nicht mit Essen diese Argumentation gab es ja auch das hat ja Hermann der Innenminister von Bayern bei Anne Will auch gesagt also ihre Leute machen ansonsten auch hier wir nehmen das den Supermärkten und so weiter und spielen nicht mit Essen werfen es nicht weg und jetzt hier wird das Essen rum geworden ja Stefan du bist auch schon mal bei McDonalds gewesen ich weiß es ganz genau hab du hier gar nichts mehr wir hören uns noch den zweiten Rentner an der geht ein bisschen schneller und dann kommen wir auf den Generaldirektor des Naturkohlemuseums in Berlin zu sprechen nein es ist einfach total eine unnötige Aktion und das bringt überhaupt nichts das finde ich am besten so alte Männer die dann nochmal das ist total unnötig was sie hier machen das bringt überhaupt nichts die Kategorie unnötig ist wirklich die beste überhaupt die man da anbringen kann in so einer also diese Not diese Not habe ich gar nicht gesehen das ist unnötig dass sie das hier machen gut das ist Kunst sie haben sich ja im Naturkundemuseum in Berlin das kennt bestimmt jeder ist direkt am Bahnhof und so ich war auch mal da weil die damals so holographiert haben also die haben so aus allen Richtungen so matrixmäßig ihre Bestände die sie da hatten einmal 3D holographiert um die digital ausleihen zu können an andere Forscher also so tiefschirfend wurde das da gemacht und ich kannte aber den Generaldirektor nicht und jetzt haben sich da aber auch welche mit Kleber am Dino festgeklebt also an so einem Dino-Skelett aber du gibst schon zu dass es jetzt so langsam ein bisschen sich tot läuft also das ist jetzt man hat ich jetzt bei einer Aktion gelassen und das ist jetzt ach ja das wird gerade gewünscht dann kommen wir dem nach es gab ja auch diese eigenartige Aktion in irgendeinem Philharmonie-Konzert als man sich ans Dirigentenpult klebte aber nicht wusste dass es einfach hin und her zu schieben und das sind so Dinge und da würde ich auch jetzt mal sagen diese Hochkultur als Angriffsziel das funktioniert wenn das symbolisch aufgeladen ist bei Van Gogh sonst ist das so eine marginale Gruppe die er da attackiert in der Oper in dem Philharmonie-Konzert sitzt nicht das Ölgeld das Gasgeld das ihr meint die sind gerade auf der Weg in irgendein Szene Restaurant oder die sind anzutreffen an tollen Flughäfen die sitzen nicht im Kammerkonzert das ist so ein altes Bild von reiche Menschen tragen Anzüge oder sowas wir gehen in die Oper wir sind schon überzeugt bitte nicht die Oper Frankfurt blockieren dann hört aber auch hier der Spaß auf wenn wir auch hier sitzen und sagen jetzt ist aber Schluss klebt euch gerne am Eurozeichen fest klebt euch gerne am Eurozeichen fest das vor der Oper steht vielleicht stellt man auch fest das ist mobil und dann kann man es mal wegtragen das wäre ja nochmal eine Erneuerung also du hast recht ich will es auch nochmal ausdrücklich sagen wir haben letztes Mal ausführlich und es bezog sich wirklich nur auf die Tomatensauce in London auf Van Goghs Sonnenblumen alles andere für mich muss auch niemand Pommes oder sonstiges in Potsdam irgendwie rumwerfen oder Kartoffelbrei oder was auch nee da finde ich diese anderen Aktionen die tatsächlich ja auch viel mutiger sind was wir da in München erlebt haben Leute die jetzt einfach in Haft gesteckt werden auf Verdacht das ist ja alles also das ist ja das erfordert richtig viel Mut und gerade da wo es dann darum geht Dinge zu blockieren oder so das finde ich dann tatsächlich interessant in der in der Aktionsform weil das die reine Sphäre des Symbolischen überschreitet also in München führen die gerade die Justiz so richtig vor Hermann war ja außer sich die legen ja gar keine Rechtsmittel ein und wenn wir die fragen was macht ihr denn wenn wir euch rauslassen ja dann kleben wir uns fest auf der Straße also wirklich grandios ja also jetzt der Generaldirektor ich würde auch sagen ja das muss alles nicht sein dieses Geklebe also der symbolische Effekt der mediale Effekt ist vorbei aber sie sind durch Zufall eben an diesen Generaldirektor im Naturkundemuseum vielleicht kannten sie ihn auch nicht keine Ahnung aber er zeigt sich doch hier auf eine ganz erfrischende Art und Weise im Naturkundemuseum ist noch der Klebstoff zu sehen sonst nichts das Haus ist voll wie immer die Saurier beeindrucken wie immer der Leiter des Hauses sieht sich selbst als Kämpfer für den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt ein gewisses Verständnis für die radikalen Aktionen schwingt bei ihm mit wir sehen das für uns als eine Herausforderung noch stärker zum Ort des Dialoges des Miteinander zu werden und wir laden die Politik und die Aktivisten ein hier hin zu kommen damit wir gemeinsam über diese Sachen reden jawohl gut und nicht der Bundespräsident ja aber er hat es doch also ein bisschen Sympathie zeigt er ich würde sagen das ist aber hier all in er nutzt ja geradezu die Gelegenheit lässt den Kleber auch an der Stange um zu sagen hier haben sie sich festgeklebt und so das war meine Gesprächsaufforderung ich lade alle hiermit herzlich ein also das ist wirklich sehr gut wir kriegen hier eine kleine juristische Einschätzung im Heute-Journal zu den Klimaprotesten als Notwehr also man kann nicht sagen man protestiert und das sei eine Notwehr eine Notwehr ist nur wenn ich wirklich angegriffen werde beispielsweise mit einem Messer dann darf ich zum Gegenschlag ausholen aber die Erderwärmung ist eben kein Messerangriff im juristischen Sinne deshalb ganz klar der Zweck heiligt nicht die Mittel was hat denn der Staat in der Hand gegen diese Proteste greift er aktuell durch oder lässt er eher gewähren der Staat hat das Strafgesetzbuch in der Hand nicht weniger aber eben auch nicht mehr heißt ganz konkret wenn ein Bild beschädigt wird strafbare Sachbeschädigung wenn eine Strafe blockiert wird ist es im Zweifel eine strafbare Nötigung aber man darf nicht weil es jetzt politisch erwartet wird oder weil der öffentliche Druck groß ist an Klimaaktivisten Exempel statuieren in jedem Einzelfall muss die individuelle Schuld der Protestierenden beurteilt werden und man darf nicht sagen zur Abschreckung bestrafen wir sie jetzt besonders hart das geht nicht ja also was Andreas Scheuer forderte oder was in München auch gemacht wird was in München läuft ist Unrecht wie man hier so aus dieser Richtung hört und was der Rest da fordert ist erst recht bescheuert ja also das sind ja alles hanebüchene Sachen so also dieses eine Thema Klimaentfädigungschor Entschädigungsfond das gehen wir nochmal kurz durch denn das ist wirklich interessant zum einen wir sind jetzt direkt bei der Veranstaltung und hören den Präsidenten der Bahamas und von Pakistan auf der Bühne und wir erinnern uns nochmal Pakistan war da nicht irgendwas ach ja da war ja irgendwas und zwar da kann ich sogar diesen einen Clip mal spielen Ingo Blicken wir nach Pakistan es ist also wahnsinnig viel und jetzt hören wir hier den pakistanischen Präsidenten als zweites auf der Bühne I'm asking man-made disaster das stimmt sehr sehr gut die beiden das halbe Land steht unter Wasser damit haben wir gar nichts zu tun wir haben das Klima nicht geschädigt das ist einfach über uns hereinkommen und seid ihr mal bereit dafür zu bezahlen erstmals wird hier in den PBS-Nachrichten gesagt wird also ein Schadensgelder-Register irgendwie eingeführt this week several european nations did pledge for the first time ever tens of millions of dollars for a fledgling fund to compensate nations for past damages and losses but those totals pale in comparison to the need studies have estimated that the developing world is facing climate related damages in the hundreds of billions of dollars now a total that could rise to a trillion or more by 2050 the price tag is many orders of magnitude bigger than what is being offered but what was being offered yesterday was zero what is being offered today is a few tens of millions which is a hell of a lot better than zero also ein professor aus den betroffenen Regionen sagt so naja gut gestern haben sie uns gar nichts angeboten und jetzt ein bisschen mehr das ist also ein bisschen mehr mehr als nichts mehr als zero ja wir hören ja mal äh olav scholz dort auf der bühne auftritt olav scholz er verspricht etwas neues eine art klimaversicherung damit die meist gefährdeten staaten beim nächsten extremwetter nicht noch mehr schulden aufnehmen müssen als g7 präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den vulnerable 20 einen globalen schutzschirm gegen klimarisiken aufspannen für diesen schutzschirm und die klimarisikofinanzierung stellt deutschland 170 millionen euro zur verfügung ist das genug das ist eine sehr gute frage ist das genug ja da könnte man im ahrtal schon wieder zwei brücken bauen ja was soll die antwort darauf sein wir haben ja auch bei der seenotrettung jetzt das jetzt mal bewilligt wurde dass man acht millionen im jahr investieren will acht millionen das ist ja eine zahl das ist ein sechste des haushalts des bundespräsidenten also dafür dass der da seine türchen durchs land machen kann ja und da wird jetzt ein sechstel für ausgegeben für die rettung auf dem mittelmeer und hier redet man von 170 millionen also das ist natürlich um den faktor 1000 mindestens zu wenig das ist einfach völlig absurd und naja es gibt jedenfalls diesen klimafond er ist zumindest institutionell eingerichtet und wir hören hier nochmal bevor wir uns zwei aspekte da besonders rausgreifen eine semantische drehung die bei der cop noch mal eine rolle spielt für die afrikaner ist klar was die industrieländer da versprechen und wie sie gerade handeln das sei alles einfach nicht glaubwürdig wir müssen entschädigungen verlangen denn deutschland hatte uns doch gesagt dass es mit der kohle aufgehört hat aber es hat eben nicht alle kohlekraftwerke dicht gemacht da ist sie die klima ungerechtigkeit ich weiß dass kanzler scholz nicht darüber reden will für ihn zählt nur sein ökonomisches kalkül aber das macht er auf dem rücken der afrikaner die vertrauenskrise zwischen nord und süd sie schwelt schon so lange dass sie die gesamte konferenz aus den angeln heben könnte so deutschland hatte doch versprochen und so weiter sie sprechen hier von reparationen das ist natürlich nicht verkehrt wir kennen das ansonsten aus dem krieg aber macht ja keinen unterschied in dem falle die schäden sind ja da und im deutschlandfunk politik podcast gehen sie jetzt mal zwei sachen durch zum einen sagt der georg ehring hier der entschädigungsfonds entschädigungsfonds ist ja da lädt aber auch wieder dazu ein zu sagen ach so wir können jetzt entschädigungen zahlen es gibt da ein beispiel von stefan kühl funktional äquivalent aber ganz anderes thema du hast einen kindergarten der hat 17 uhr feierabend und die eltern kommen aber immer zu spät was macht man man sagt den eltern wenn sie ihr kind morgen auch zu spät holen kostet es extra was machen die eltern ach so na dann und dann kommen viel mehr eltern zu spät weil jetzt können sie es einfach bezahlen damit ist das ding erledigt sie haben sich aus der nummer rausgekauft genau das gleiche droht beim klima auch es ist ja eine erstaunliche kehrtwendung der europäischen union und auch deutschlands vorher hat man ja auf der und noch zu beginn der konferenz auf der seite gestanden wir schaffen kassen aber wir schaffen keinen fond der dafür da ist das ist uns dann doch zu viel aber wir zahlen entschädigungen auf verschiedenen wegen das war ja am anfang die position der europäischen union und dann hat man diesen fond in einer kehrtwende durchgebracht und das auch sehr erfolgreich das ist für mich auch eine große leistung vielleicht musste man auch da bei den emissionen zurückhaltender sein also weniger drängen aber man muss sich klar sein damit macht man das 1,5 grad limit wirklich kaputt das primäre ziel wäre gewesen kommt leider wir machen das co2 ziel nicht im sinne von wir entschädigen euch sondern wir schädigen uns wir gehen das wirtschaftliche minus jetzt wirklich ein hat man aber nicht gemacht stattdessen klebt man so ein pflästerchen drauf mit der aber wir entschädigen euch doch jetzt also man hat sich so ein bisschen moralisch rausgekauft damit plus man hat sich nicht nur moralisch rausgekauft sondern auch juristisch wir hatten in vorab briefings so den die erwartung bekommen die ersten tage könnte diese konferenz komplett gelähmt werden weil man sich über die tagesordnung nicht einig und das hat ägypten tatsächlich abgeräumt mit dem kompromissvorschlag der auch von der ägyptischen präsidentschaft stark gekommen ist okay wir reden über loss and damage wir reden aber nicht über die frage einer juristischen verantwortlichkeit der industrieländer nach dem verursacher prinzip weil das eine rote linie für die industrieländer ist und die entwicklungsländer vorab darauf bestanden haben und dann war der kompromiss okay wir reden drüber aber wir reden über freiwillige zahlungen damit war das auf der tagesordnung das hat ägypten abgeräumt ja und das ist besonders perfide weil man jetzt den leuten die da einfach sagen ja weil deutschland hat auch gesagt sie steigen aus der kohle aus und jetzt verpesten trotzdem weiter die welt und machen bei uns hochwetter unwetter ja dann wende dich an den entschädigungsfonds lass deutschland in ruhe das ist jetzt das ergebnis dieser klimakonferenz wir haben uns einmal moralisch und juristisch daraus gekauft machen ansonsten weiter wie gehabt und sagen ja es gibt auch den entschädigungsfonds an die müsst ihr eure briefe schreiben wenn ihr irgendwas wollt das ist wirklich das ist die bankotterklärung die ganze berichterstattung also nicht die berichterstattung sondern das was an ergebnissen zu teil kam der art frustriert dass ich auch dachte ich will gar nichts mehr dazu lesen weil es ja man man muss es dann immer wieder tun weil ja einem permanent eingeredet wird dass es doch dann super gelaufen ist haben nochmal einen kleinen fortschritt gemacht einen großen fortschritt gemacht es ist alles nicht so wir sind glaube ich am ende diese politik am lang doch am ende dieses podcast für den monat zumindest deswegen möchte ich mit etwas heiterem noch schließen es gibt noch einen einzigen clip und zwar fragen wir uns ja schon die ganze zeit wir haben so viele jungen leute im bundestag sitzen was bringen die eigentlich rein wie wie wird es jetzt aussehen livia gerster ich glaube die tochter von petra gerster war bei kulturzeit zu gast hat ein buch geschrieben über die jungen wilden im bundestag ich habe es nicht gelesen wird es auch nicht tun denn mir reicht dieser ausschnitt wie charakterisieren wir die jungen leute die jetzt im bundestag sind diese neuen im bundestag welche gemeinsame generationen erfahrung haben die denn die kennen zum beispiel alle miteinander die welt aus harry potter also ich glaube wer heute zwischen 25 und 35 ist der hat auf jeden fall diese bücher gelesen von jk rowling oder die filmen gesehen und das merkt man auch im bundestag also da heißt dann plötzlich das paul löbe haus mit den abgeordneten büros ist dann das haus gryffindor und wenn die jusos zum beispiel vor einem jahr unbedingt wissen wollten wird jetzt karlauterbach gesundheitsminister dann haben sie zum beispiel den sprechenden hut gefragt wir sehen uns nächste woche dann im salon und vielleicht auch dann nicht mit harry potter sondern mit was ganz anderem nämlich mit ulrike herrmann was ich jedenfalls schon sagen kann was ich vorstellen möchte ist pazifismus eine verteidigung von olav müller ein buch ein büchlein eines philosophen das jetzt erschienen ist bei reklam eine streitschrift ich bin sehr gespannt darauf noch nicht gelesen aber werde ich auf jeden fall für uns besprechen hast du auch schon was auf dem schirm was kommen wird ich habe mir sehr vorgenommen bonus surrender mitzubringen es werden wahrscheinlich alle abonnenten abspringen dann dauerhaft ich könnte schon allein er fühlt gerade also er gibt gerade sehr gute interviews also ich sehe sie wahnsinnig gerne ich habe von jemandem erfahren der tatsächlich damit was anfangen kann mit der musik und sagt es sei ganz furchtbar ich bin gespannt eine selbstbeweihräucherung ohne gleicht ja ich finde bono ist als figur dadurch dass er nicht nur resonanz erzeugen kann sondern seit jahrzehnten leute die das wollen und den ticketpreis bezahlen können wirklich auch zuweilen in ekstase versetzt und das ist ja eine gabe die ich schaffe nur wenige ist dieses leben so reich an irgendwas dass ich nicht mir nicht vorstellen kann dass dieses buch was eine aussage des autoren dieses lebens sein kann scheitert also selbst wenn es scheitert ist das scheitern selbst schon wieder irgendwie mitteilswert glaube ich und es ist aber ich bin wahnsinnig fasziniert von dem buchtitel surrender ja einfach weil jemand der milliarden verdient und dem alle zu füßen liegen der dann von sich sagt nee mein leben hat erst dann richtig fahrt aufgenommen und auch für mich sinn gestiftet als ich mich entschied auch mal mich zu ergeben es auch mal sein zu lassen sozusagen sich mal hinzugeben und so und das finde ich eine wahnsinnig faszinierende einladung und ich kann mir nicht vorstellen dass dieses buch nicht auch ein bisschen mit hält was es verspricht dadurch dass da auch viele leute vorab mitarbeiten und überhaupt und das ist so ein richtiges projekt ist und nicht einfach nur so ein wie soll man sagen lust und leidenschafts projekt sondern er verbindet ja was damit und das reicht mir völlig um das auch gegen dich durchzukämpfen hier ich habe ein bisschen angst wir werden sehen wir werden jedenfalls primär über das buch von ulrike herrmann debattieren wir sehen uns im salon im salon dann auch die ankündigung welche termine wir im nächsten jahr wahrnehmen wie man an die tickets kommt außerdem dann auch im dezember salon wird zu hören sein der auftritt aus frankfurt und nochmal der hinweis man kann den salon wenn man möchte auch verschenken eine schöne zeit einen guten monat und bis dann es beginnt die vorweihnachtszeit versucht es anzunehmen ja die stimmung die jetzt kommt gut bis dann ja die sitten ja Untertitelung des ZDF, 2020